Alle Wiener! Oida! Bartunek! Oida! Bartunek! Du Trautl! Nu der Bartunek! Nu der Bartunek! Nu der Bartunek! Das ist ein krasser Freak! Ein krasser Perverser Freak! Guckt euch Baba an! Baba fickt! Ganz klar! Aber du hast einen Multimillionär im Hintergrund! Du Trautl! Baba Bartunek! Empfehlenswert! Auf Lunge ziehen! Hier tanzt der Bär! Hier boxt der Papst im Kettenhemd! Hey Leute! Ich hab ein fantastisches Angebot für euch! Und zwar dürft ihr den ganzen Sommer lang mein Cubos-Schach sauber machen! Wann immer in der Nacht ist... Ich liebe dich! Weißt du, ich liebe dich! Du bist das Schönste auf der ganzen Welt! Und geh scheißen! Ich bin schockt! Ich drück das Hübeleuschen raus! Geh weg aufs Verlucht! Geh scheißen! Sonst brich ich die Tür und drück das Hübeleuschen raus! So schaut's aus bei uns, da die Kübe! Und geh scheißen! Du hast gar keine Ahnung von meinen Problemen! Weil wir haben doch ganz über meine wahren Probleme angefangen! Du hast gar keine Ahnung, wie schlecht es mir geht! Ich bin zufrieden! Meine Güte liebt sich! Schöpelt uns an! Schöpelt drauf hier! Ich will nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich halte das alles nicht mehr aus! Ich f*** jetzt alles nieder, was blöd kommt. Penis! Ich glaube, dass die Bocke-Bewegung gerade die größte Gefahr für unsere Gesellschaft darstellt. Charles! Wund? Wund? Muskatnus! Muskatnus, Herr Müller! I love Hitler! Und ich fühle mich, wie sie so viel schäumen. Sie sperren uns ein, wir leben in einer Diktatur. Weil wir hier gepäselt sind in einer Marionettendiktatur. Dann ist die Welt wieder in Ordnung. Nur was ist denn da drin? Penis! I could say antisemitic things and Adidas can't drop me. Now what? Now what? Penis! I've never sucked any Ding-Dongs. It's sucked. How are you doing? Grüß Gott, Internet, Hallöle, YouTube und Twitch im Multistream. Heute 8. April, Hallöle. Guten Abend. Guten Abend, Herr Lebeck. Guten Abend, Herr Bartonek. Wer ihn noch nicht kennt, Herr Lebeck ist auch wieder mit dabei. Ja. Ich musste, weil heute wird der Keller gestrichen. Heute wird Keller gestrichen, genau. Die Farbe ist rausgesucht. Nee, das wird genauso ein schickes Naturbraun wie das Shirt. Ja. Der Bart. Der Keller. Das ist bei euch. Das ist halt wieder. Das ist halt. Wir müssen ein bisschen leiser machen hier. So. Jetzt passt's besser. Juhu! Juhu! So. Herr Lebeck ist wieder mit dabei. Ich freue mich. Montag starten wir gemeinsam in eine ertragreiche Woche. Na? Es ist ja Montag. Ja eh. Es ist Montag. Und ich sage, wir starten gemeinsam in eine ertragreiche Woche. Was ist daran falsch? Nein, nein. Ich wollte das nochmal nachfragen. Schon wieder passiv-aggressiv. Ja. Ja. Passiv-aggressiv. Siehst, was der Salzfisch gibt ein Prime Saab aus. Wird wohl eine Übergeburt. Wirklich. Ja. Danke sehr für das Abo. Prime Abo. Urlieb. Danke sehr. Wird eine Übergeburt. Was meint er denn damit? Da fragen wir doch mal Süßwasser-Salzfisch. Was damit wohl jetzt genau gemeint wäre. Auf wessen Wampe ziehst du denn ab? Auf meine oder auf die vom Herrn Lebeck? Ich habe keine Wampe. Ja. Auf wessen Wampe? Die Franzosen nennen das ja Liebesspeck. Ja. Das ist viel schöner. Ja, genau. Die Franzosen, die essen auch frisch. Ja, wer nicht? Ja. Also ich grüße jetzt mal meine geschätzten Herrinnen und auch geschätzten Herren. Die allerliebsten Chattis, die hier anwesend sind, werden jetzt mal durchgegrüßt. Alle 12. Not a Bean. Ndo Ruid. Tomi. Hallöle. Gott der peinlichen Todesart. Herr Uhu. Hallöle. Süßwasser-Salzfisch. Der White Butt. Hallöle. Ralf. Habe die Ehre. Carl Piccio. Not a Bean. Ne, bösartige Menschen ist immer schon dabei. Aber es ist schön, dass man Sachen immer wieder neu entdecken kann, wenn man zuschaut. So soll es auch sein. Tom. Burgerflip. Burgerflip. Hallöle. SCR 1901 lässt ein Abo springen. Und SCR, danke fürs Abo. 21 Monate schon mit dabei. Wahnsinn. Wahnsinn. Todesruhne schreibt Fett und Ehre. Ja, Fett und Ehre zurück an Todesruhne. Railbird schreibt, uff, die Farben beißen sich. Pulli und Kappe. Ja, du wolltest doch extra diese neuen Kappen. Trägst du dir das erste Mal jetzt eigentlich in deiner Sendung? Ja, wessen beißen sich denn Ärger? Von mir? Bei mir? Oder was? Muss ich mir was anderes anziehen? Ne, jetzt bleibst du so. Ne. Ich hole mir was anderes. Ich will auch was anderes anziehen. Ich muss schauen, dass ich zuschauer, wir machen halt nichts zu Proletopia, es kann doch jetzt nicht sein, dass ich Zuschauer verliere, wenn ich... Wir machen heute wirklich nichts zu Proletopia? Ein kurzes Video. Also hast du gelogen? Ja, so ist ja der Baba, ne? Er sagt, nein, nie wieder, wir machen das nicht mehr. Und dann, hm, ich habe vielleicht noch ein kleines Schmankerl für dich. Vielleicht, vielleicht ein kurzes Video. Aber ganz zum Schluss, da müsst ihr lange drast bleiben und dranbleiben, bis das kommt. Lüge, 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 Lüge. Das ist eine Klimtmütze, ja. Lass uns mal tauschen. Aha. Passt das besser? Chat? Los, die ganzen Mode-Fetischisten, die wissen... Aber mir gefällt die Klimt eigentlich besser. Weil du so Glitzer da drauf hast, ne? Besser, ja. Okay, dann lachen wir so. Habe ich Railbird, Hallöle? Ne, den habe ich schon. Wen habe ich jetzt nicht? Gar niemanden. Scheißegal. So, Kunstfigur mit einer Kunstkappe. Ja, aber wir tauschen die Kappen nachher trotzdem nochmal durch. Das wirst du schon sehen. Habe ich geträumt, ne? Habe ich, habe ich, von gestern auf heute, habe ich von Polytopia geträumt. War es ein schöner Traum? Es war ein weirder Traum, ja. Es war ein schräger Traum. Ich habe geträumt, ich bin in einem Hotel und gehe rein in die Rezeption, und gehe an der Rezeption vorbei und der Polytopia sitzt bei der Rezeption, aber nicht als Rezeptionist. Sitzt irgendwo so bei der... Sondern als Lobbyboy. Sitzt da, ich glaube, er war halt auch ein Hotelgast, und ich sage dann so, du, ich bin nach wie vor, sage ich so, im Traum natürlich, ne, im Traum, sage ich so, ich bin total bereit für eine Diskussion und für ein Gespräch. Sagst du ihm in der Hotellobby? Ja, sage ich so, sage ich so, ich bin nach wie vor bereit für ein Gespräch und so, und und dann bin ich ins Zimmer, bin ich ins Hotelzimmer, und dann habe ich irgendwie, ich weiß nicht, ob es, ich glaube, ich habe eine Zeitung am Smartphone dann aufgemacht, und, also so eine, so wie Standard oder so, ein Online-Magazin, und dann war ein Artikel über Polytopia, in der Gala-App, genau, in der Gala-App, wo er sich wieder fürchterlich über mich beschwert hat, und, und wieder irgendeinen Scheiß über mich erzählt hat. Ja, vollkommen zu Recht. Und dann habe ich mir im Traum wieder gedacht, das habe ich jetzt davon, ja, ich mache wieder ein Angebot, und, und ich kriege wieder den Dolchstoß in den Rücken, ja. Ja, aber du willst es ja auch nicht anders, ne. Du provozierst das ja geradezu, ja. Aber, ähm, war es das jetzt heute, was du über Polytopia, äh, was du reden wolltest? Ne, das eine Video wollte ich dir noch zeigen, das ist halt super lustig, das, du siehst halt auch, dass er eigentlich auch ein recht witziger sein kann, ja, so. Jetzt kommen versöhnliche Worte. Das hat, ne, das sage ich immer so. Schau, das hat heute jemand, äh, äh, veröffentlicht auf, auf Twitter. Ja? Äh, der unterstellt mir eine Obsession in Sachen, in Sachen Polytopia. Stimmt ja auch. Würdest du sagen, es ist schon obsessiv? Man kann mit dir auch überhaupt nicht über, über was Vernünftiges reden. Nicht so, was heute im Vatikan wieder passiert ist, oder, oder, dass die Spargelernte jetzt schon mal, äh, äh, super, super, äh, Fortschritte macht, oder, dass die Lilliput-Bahn im Prater umgefallen ist. Nein, du ziehst immer alles auf deinen Lieblings-Streamer zurück. Ja, ich, ich weiß. Du erzählst ja, dass du von ihm träumst, du erzählst alles, ne? Aber wir haben halt eine gemeinsame Geschichte, so, der, äh, der, der Erwin und ich, wir haben einfach eine gemeinsame Geschichte, die vielleicht schon zurückgeht bis ins Jahr 2012. Und ich werde nie drauf kommen, ob das, ob das wirklich so war, ne? Das belastet mich ja fast. Vielleicht doch in deinem früheres Leben, ne? Stell dir das mal vor. Ja. Ja. Mensch, das ist ja richtig auch. Dann heirate ihn doch. Ja? Ja, er ist ja verheiratet. Das könnt ihr ja heute machen, ne? Würdest du dann seinen Namen annehmen, oder bestehst du darauf, dass er dann deinen Namen annimmt? Na. Oder was hältst du von einem coolen Doppelnamen? Tahirovic. Bartunek, Tahirovic. Bartunek. Irwin. Ne, ich mag Bartunek schon sehr. Es gab eine Zeit, wo ich sehr gehadert habe mit dem Namen, aber ich mag ihn mittlerweile sehr. Weil mittlerweile ist dein Nachname ja zu einer Marke geworden. Ja, aber ich mochte ihn eigentlich auch vorher schon. Das ist gut. Das heißt, du bist mit dir selbst im Reinen. Ich bin zumindest, zumindest mit dem Namen im Reinen, ja. Zumindest mit dem Namen bin ich im Reinen. Bartunek Tahirovic klingt schon besser, so als Doppelname. Es sind doch sehr viele österreichischer, ne? Bartunek Tahirovic. Bartunek ist ja auch nicht österreichisch. Also als Sportminister von Österreich. Wo kommt denn der Name ursprünglich her? Das ist gar nicht österreichisch. Tschechisch. Tschechisch. Tschusch. Tschechischer Name. Ebeck kommt ursprünglich aus dem Polnischen. Hast du das gewusst? Mona ohne Lisa gibt ein Prime Sub aus. Prime Sub von Mona ohne Lisa. Danke sehr. Danke sehr, danke sehr, danke sehr. Wir haben 484 Subs. Wir hatten am Freitag schon 500. Aber die Leute hatten sich dann wahrscheinlich doch eines Besseren besonnen. Und haben sie wieder zurück. Die wollen nicht sehen, wie wir Würstel essen gehen. Die wollten sich lieber davon ein Brot kaufen. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich weiß nicht, ob man Subs zurücknehmen kann. Es ist so, der Herr Lebeck und ich, wir haben gesagt, bei 500 Subs gehen wir... Du hast das gesagt. Du hast das gesagt. Ich werde diesbezüglich schon wieder genötigt. Du hast zugesagt. Ja, nachdem du uns vorgeschlagen hast. Haben wir gesagt, wir machen eine Würstelstand-Tour. Ich habe schon ein bisschen geschaut. Eine sehr nette Würstelstand-Tour. Was man so braucht für Outdoor-Streaming, ist nicht so kompliziert. Ist nicht so kompliziert. Utsl Brutzl schreibt, Sie haben zu wollen, Herr Lebeck. Richtig so. Es ist tatsächlich relativ easy. Ich brauche nur ein Mikro. Ich brauche ein Mikro und ich brauche einen Adapter fürs Handy. Aber ich habe einen super Tarif. Und einen Ersatzakku. Ich habe sogar einen Selfie-Stick. Der NY AK 27 lässt ein Abo springen. Danke fürs Prime. Siehst du, jetzt geht's los. Ich habe sogar einen Selfie-Stick, der einen Gimbal dabei hat, wo es nicht wackelt. Das heißt, wir können auf jeden Fall eine kleine Würstelstand-Tour. Du lebst dein Leben, ne? Ich lebe mein Leben. Ist ja so. Und wir freuen uns aber trotzdem, wenn das Sub-Ziel wieder erreicht wird. Beziehungsweise ich freue mich, dem Herrn Lebeck kann es eh wurscht sein. Der kriegt eh nichts davon. Nicht mal eine Wurst? Nicht mal, ne. Du kannst mitgehen und darfst mir zuschauen, wenn ich dann den Käsekreiner esse. Servus bei der Nacht. Uzzl, brutzl. Selfie-Stick, AK Vollpfosten, Antenne. Es ist ja kein richtiger Selfie-Stick, was ich habe. Das ist so ein Opfer-Stick. Das ist ja schon ein Hightech-Gerät, was du bedienen kannst. Das bewegt sich in alle Richtungen. War das teuer? Das ist ja schon so ein Gimbal. Das habe ich mir von Claire ausgeborgt. Ah, geborgt. Und gar nicht zurückgegeben, oder? Das gehört dir doch gar nicht. Aktuell braucht es nicht. Aber wenn es es dann braucht, wenn wir Würstelstand-Tour machen? Ja, dann muss sie mitkommen. Welche Würste isst man an einem Wiener Würstelstand? Frankfurt? Käsekreiner. Na, wir haben gesagt, wir essen nur Käsekreiner. Wir werden uns durchtesten. Käsekreiner. Oder, wie man in Österreich sagt, eine Eitrige. Ja, eine Eitrige. Der Käsekreiner, sage ich. Der Gregors Politik möchte auch mitkommen. Lebeck, winke mit der Hand, wenn du gefangen gehalten wirst. Ja, es hilft dir nichts. Kann er noch so sehr. Kannst du auch zwinkern. Du hast eh keine Chance. Einen Käsekreiner. Eine Eitrige. Ja, das ist eine Schweinewurst mit Käse-Stückchen drin, die durchs Grillen natürlich schön zerfließen und wenn man sie aufschneidet, läuft es heraus, wenn man sich einen Pickel ausgedrückt hat. Da ist Verletzungsgefahr. Weil der Käse kann dir auch ins Auge spürzen. Das kann dir direkt ins Auge und da hast du, es ist ein gewisses Risiko, einen Käsekreiner zu essen. Dazu gibt es Schaß. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt eine harmlose Sache ist, wenn wir diese Würstelstand-Tour machen. Jetzt nehmen wir mal an, wir essen... Ja, zu zweit, das geht schon. Und dazu gibt es ein Pfefferoni und ein Scherzelbrot. Oder ein Krokodil und nur ein Bugel. Wunderschönen guten Abend, Sayo Anhinscht. Genau, nur mit Schutzbrille und Helm. Und Handschuhen natürlich, ne? Wir müssen uns ja schützen. Ja. Würstelstand-Tour mit Leben. Vor allem vor den Touristen. Am Limit. Habt ihr schon eine gute Lebensversicherung abgeschlossen? Ja. Die wird nach der Würstel-Tour rausbezahlt. Ist ja so. Reich ist eine Diktatur geworden. Wie sind denn jetzt die Pläne? Heute die Pläne. Wir machen heute... Das wird eine richtige Kultursendung heute. Kultur-Montag ist heute. Wir beschäftigen uns mit Paulus Manker. Theater-Ungetüm. Ganz ein schräger Typ. Ich glaube, ich habe schon so zwei, dreimal über ihn so Anekdoten erzählt. Da hat sich jetzt einiges angesammelt in letzter Zeit. Da schauen wir rein. Zusätzlich dazu habe ich zwei alte Interviews von ihm ausgegraben. Ein ganz spannendes... Das freue ich mich, dir zu zeigen mit einem gemeinsamen Bekannten, den wir haben nämlich, der ihn interviewt hat. Wird er dann... Wird der Herr Lebeck dann sehen. Kommst jetzt eh nicht drauf. Aber wenn du es dann siehst, wirst du sagen, ah, der... Kenne ich. Und dann werden wir uns beschäftigen mit dem Tanzverbot seinem Nazikind. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch erinnert, als dieser kleine von der Hitlerjugend den Stream vom Tanzverbot gestürmt hat, um die JN zu grüßen. Da wurde mir ein spannendes Video zugeschickt. Das werden wir uns anschauen. Ach, ist das da, wo er auf der Straße dann ankam? Genau. Ja, ich verstehe. Okay. Ja. Und... Flatz. Flatz. Das Kunstmonster. Der Herr Bartonek ist Barbara Rett. Und der beste Würstelstand ist eigentlich der Bitzinger hinter der Staatsoper. Aber es gibt ganz viele andere Würstelstände. Ja, aber ist das wirklich der Beste, der Bitzinger? Der berühmteste. Der berühmteste. Der kultigste wahrscheinlich auch. Aber es gibt so das Gerücht, dass es einen besseren gibt. Alles wurscht. Neben der Börse soll auch sehr, sehr gut sein. Die haben auch ihren eigenen Insta-Account. Ja, genau. Ja, wir werden dann auch für die Würstelstände Werbung machen. Weil wir sind ja Influencer. Ja, kann sich erinnern, die Story, die ich erzählt habe von der Therme Wien. Wo du dich dann so in den Insta reinwirfst. Und da habe ich... Ein Walross. Genau. Da habe ich einen Clip gemacht und habe das auf Instagram hochgeladen. Und jetzt hat vor ein paar Tagen, ich habe es vor drei Wochen oder so hochgeladen. Und jetzt vor ein paar Tagen kommentiert Therme Wien. Oh, schön, dass du so Spaß hast. Trump-Fan 161 V spendiert 100 Bits. G100 ist subjektiv. Ich lebe zua, ich höre groß nicht wo zua, weil ich mit Schreiben und Lehn beschäftigt bin. Na ja, es kommt mal heute so vor, dass er dem Erwin der Partei oder Unwissen vorwirft und Gold gehe. Wo sie so nicht sehge. Kann sei, dass sie den Erwin durch Arzt rosa-rote Brillen sehge. Ich bin mal sicher, dass das am Mittwoch Aguatz G-S-B-R-E-C-H wird und sie bald merken, dass sie was gleich sehge. Zum Beispiel zustimmen. Trotz Antipathie. Danke für die 100 Bits. Dankeschön. Ist auch lustig, wenn es im Dialekt geschrieben ist, aber trotzdem von deinem Computer vorgelesen wird. Ja. Und ja, es klingt auch so, ne? Findest du? Ja, jetzt nicht perfekt, ne? Ja, aber es klingt auf jeden Fall so ein bisschen, ne? Platz, das Kulturmonster, Kunstmonster. Ein Performancekünstler aus Österreich, der in München lebt und da auch große Karriere gemacht hat. Ich habe am Samstag bei so einer Performance. Hast du ja mit dir mitgearbeitet, ne? Ich war am Samstag am Burgtheater bei so einer Performance mit dabei. Und ich sage mal so, ich wurde bezahlt, das passt so. Aber ich hatte einen Einblick so ein bisschen in diese Welt. Der Kulturschaffenden. In diese Welt von dem Platz. Und da muss ich sagen, ein paar Sachen haben mich schon gecatcht von ihm. Ja, ein paar Sachen haben mich von ihm gecatcht. Sein Cockring-Mahn? Ja, zum Beispiel sein Cockring, ja. Der war dann nackt auf der Bühne und hat seinen Cockring samt dran, oder seinem Penis samt dranhängenden Cockring präsentiert, ne? Und... Und ist damit Karussell gefahren. Genau, ist auf der Drehbinde. So was war nun mit den Thermen. Ah, Entschuldigung, ich war ja abgelenkt von Big Monte. Du wolltest von der Thermel-Wien berichten. Und ich habe das hochgeladen auf Instagram und dann kommentieren die darunter. Das freut uns, dass du so viel Spaß hattest bei uns. Du kriegst trotzdem keine Freikarte. Das ist eine Frechheit, ne? Ja. Eigentlich. Eigentlich sollten die... Wenn einer mehr oder weniger zahlt da, du jetzt als berühmter Streamer... Als berühmter Streamer und Influencer... Und regelmäßiger Besucher der Thermo-Wieber. Regelmäßiger. Ich habe schon so viel Geld dort gelassen. Ich nehme immer wieder Leute mit und so. Da sollten sie eigentlich sagen... Ich persönlich war noch nie in der Thermo-Wieber. Du? Was? Noch nie. Zu weit raus. Hast du 1000 Follower auf Insta? Ne, habe ich immer noch nicht. Ich habe 1000 Follower auf Insta. Wann kommt der Talk mit ihm? Mit wem jetzt? Mit dem Platz? Das Ding ist halt, ich brauche mein Studio. So, folgt mir auf Instagram. Macht die 1000 Follower. Wer mir noch nicht folgt, folgt mir, dass ich die 1000 Follower habe. Dann kann ich vielleicht auch einen Platz einladen. Wenn ich Studio habe, dann mehr Gäste. Wenn, wenn, wenn... Ja, es ist halt wirklich so, du weißt, dass ich... Du plagst dich eh, du bist immer halbtot, wenn du hier oben ankommst. Und der Typ ist 72, so. Der würde es vielleicht sogar lockerer schaffen als du. Die stiegen hoch. Lars Knappen lässt ein Abo springen. Ich bin wieder da. Juhu! Juhu! Er ist wieder da. Ja. Ich habe so sehr deine KI-Lieder gelobt, Lars, knacken. Und immer wieder gespielt. Spiel doch mal das Lieblingslied gerade vor. Das würde jetzt, glaube ich, sehr, sehr, sehr gut passen. Ja, gleich. Gleich machen wir das. Ich lese noch das Programm fertig. Gregor... Erstmal musst du noch die Geschichte aus der Thermo Oberla zu Ende hinzunehmen. Die habe ich schon. Die haben kommentiert so. Ich habe keine Freikarte bekommen. Leckt mich am Arsch. Ich fahre nie wieder hin. Und wenn ich hinfahre, dann pisse ich ins Wasser. Und... Das machst du doch grundsätzlich immer eigentlich, wenn du da bist, oder? Es machen sehr viele Menschen. Mehr sage ich nicht dazu. Was? Na, die haben ja Toiletten dort. Wieso sollte ich ins Wasser pissen? Ich bin ja kein Schwein. Eben. Das ist ein anständig wohlerzogener österreichischer Bub vom Lande. Ja, ist er so. Genau. Tja. Kann mir jemand sagen, wie diese österreichische Journalistin hieß, die immer diese Reportagen aus dem Volk gemacht hat? Elisabeth Spira. Die hat auch, auf YouTube kann man sich da einiges anschauen. Sie hat die ganzen Sendungen von Elisabeth Spira, sind auf YouTube zu sehen. Im Bad gibt es so eine meiner Lieblingsserien auf der Donauinsel. Wie heißt denn die Sendung? Hast du Garten Österreichs oder heißt sie Insel? Sagt er ja, ne? Na, wie heißt's Insel? Hast's Garten Österreichs oder heißt sie Insel? Sie sind auch ein Bahnhof? Nein, ich bin nicht am Bahnhof. Ja. Aber Sie sind auch kein Bahnhof? Nein, ich bin nicht am Bahnhof. Das ist übrigens auch sehr gut. Nur, das kannst du hier gar nicht zeigen, auf Twitch. Nein? Nein, weil du siehst seinen Penis, ne? Von Elisabeth Spira? Nein, von diesem Typen, der so ausrastet. Ach so, auf der Donauinsel. Genau, du siehst seinen Penis und das ist ja auch dieses Absurde. Der regt sich so auf die ganze Zeit und fummelt sich aber dann wieder am Schwanz herum. Dann regt er sich wieder urauf. Das ist schon... So sind sie, die Virner. Ja. Auf der Donauinsel. Das hieß am Schauplatz und dann hieß es Liebesgeschichten und Heiratssachen. Hat er sie auch gemacht. Das ist großartig, ne? Ja. Wo die alten Damen sich ausziehen und sagen, möchtest du von mir verführt werden? Die hat so, die Spira... Es gibt halt so kritische Stimmen, die sagen, dass das so dieses... Das war dann schon die Vorstufe zu diesem... Trash-TV. Den du dann so auf RTL 2 und ATV und so zu sehen bekommen hast, ne? Oh, ich finde, da geht es aber um einen großen Unterschied. Ja, weil bei ihr muss man sagen, sie hat das schon aus... Also sie hat das nicht gemacht, um die Leute vorzuführen, sondern... Gezeigt, wie die Leute sind. Die hatte schon eine Zuneigung auch zu den Menschen, die sie vor die Kamera geholt hat. Und deshalb ist es ihr ja auch gelungen, da wirklich so Perlen zu zeigen. Perlen der Unterhaltung. Ja, was Kult geworden ist. Und wir haben ja bei uns in Österreich, gibt es die Kronenzeitung. Das ist so das Pendant zur Bild-Zeitung. Und die haben ja... Der Tichand, der Chef der Kronenzeitung, der hat sie ja gehasst, die Spira, für das, wie sie Österreich gezeigt hat. Aber nicht so, wie er Österreich in der Kronenzeitung darstellt, ja? Ne. Der hat sie... Die haben immer wieder Kampagnen gegen sie gefahren, aber trotz allem hatte das halt einen Riesen... Hatte das einen Riesenerfolg, so. Martin Lejean führt aktuell Karl Philipp Trump vor, der Cousin von Donald Trump, der schizophrenobdachlos in Berlin rumirrt. Ja, er hat einen deutschen Cousin. Ja, aber das ist nicht okay von den Lejeanen. Mir hat den auch schon mal jemand geschickt, den Trump, und gemeint, schau dir das an, das ist guter Content. Aber ich hab das dann auch nicht... Na, der ist einfach durch. Der war ja schon in der Psychiatrie und so. Und dann hab ich so meine Finger davon gelassen. Hört, hört. Hört, hört. Hört, hört. Machen wir mal das Lied oder zu... Ne. Erst das Lied. Na, zuerst das hier. Ah, nein. Ich dachte, du machst das erst später. Aber nein, der Lieblingsjimmer immer gleich Kamp-Shots. Das war der mit dem Acid, genau. Ja. Ja, der ist auf LSD hängen geblieben. Schau, da muss ich sagen, das habe ich total gefeiert. Weil da siehst du eigentlich, was der auch für eine geile Fresse hat, der Erwin, dass er eigentlich urlustig sein kann, dass er halt so ein richtiger Wiener ist, weil er schimpfen kann wie ein richtiger Wiener Gott. Und ich hab dann auch so gesagt, wenn er in der Art mit diesen ganzen rechtsradikalen Influencern geredet hat, von denen er sich mittlerweile distanziert hat, muss man auch sagen, er wird nie wieder mit dem Schlomo und Co. reden, hat er gesagt. Das ist doch was Gutes. Ja, das ist, das muss ich sagen, Props. Und nur, ich hab so gesagt, wenn er so mit dem Schattenmacher und mit einem Schlomo und mit einem Boris, wenn der so mit denen geredet hätte oder so auf ihre Videos reagiert hätte, wie er das in diesem Video macht, würde ich einmal die Woche zu ihm fahren, um ihm seine Füße zu massieren. Naja, ein blindes Huhn findet auch mal ein Co. Ja. Schau dir das mal an. Es ist wirklich lustig. Boy, einfach ist Kuchen fucking based. Nice. Ich werd Fan, Alter, ich werd Fan. Mann, Kuchen ist so based. Kuchen ist sehr based. Kuchen ist actually fucking based. Ja, Kuchen ist auch intelligent. Schaut euch einfach alle meine Reactions an, auf alle anderen Leute. Es gibt keine Beleidigungen. Ich beleidige niemanden. Kuchen checkt ja sowieso von Haus aus nichts. Ich hab eine scheiß Frisur, ne. Ich liebe so dieses, ja. Ich liebe so dieses, ja. Einfach so, du hast eine scheiß Frisur. Du musst doch mal wieder zum Frisur gehen, wenn wir gerade heim. Ich weiß, ich weiß, ja. Kann sein, draußen, ja. Digga, löscht dich. Was redest du für ein Bullshit? Deine Meinungen sind dumm wie scheiße. Warum schießt du dich dann bei einem Foto auf Shuyoka ein und deine ganze... Weil mich deine Mutter drum gebeten hat. Die hat seinen IQ bei der letzten Bushaltestelle vergessen, auf der er war. Was für ein geistiger Dünnschiss von KuchenTV. Hör auf, einfach Digga umzudrehen, du Opfer, ey. KuchenTV hat schon viel dumme Scheiße geredet, aber Bro, das ist wirklich hart. Ich hab wirklich echt ein Problem mit Dummheit. Wenn ich so mitbekomme, dass Dummheit vorherrscht, wie zum Beispiel in diesem Chat bei ihm, du redest einfach irgendwas. Halt die Fresse, KuchenTV. Halt die Schnauze, hey. Du redest nur Scheiße. Der hat Arschhaare geraucht. Also darf man jetzt oder darf man nicht? Ich weiß, ich frage dein Herrchen. Wer es nicht mehr ist, ist es Monte? Ja, du Opfer. Das ist Kapitalismus. Nein, du Opfer. Ich rauche gegen den Kapitalismus. Irgendwelche sexualisierten Werbebrüche. Du rausgehend Gehirnzellen, so wie du redest. Was für Dracula, Knoblauch und Licht ist, ist für dich Mildung, ich weiß eh. Euer Stream ist einfach eine Pipeline in die Dummheit. Vielleicht hat dein Kopf keinen Inhalt. Hat drei Sackhaare und sagt, ich bin aus dem Alter raus. Ja, also halt die Schnauze. In der rechten Bubble nennen sie ihn ja KackenTV. Erwin ist irgendwie noch sehr hart getroffen, dadurch, dass er irgendwie seine Abo springen. Danke fürs Abo, Lusti. Nino Dorino, hallo. Partnerschaft und Affiliate und so verloren hat. Ich glaube, KuchenTV ist ganz hart davon getroffen, dass seine Frau ihn verlassen hat. Was ist das für eine Dulli-Scheiße, die der Typ labert? Ist der auf Drogen oder so? Es wirkt sehr gezwungen. Sagen wir mal so, es wirkt schon sehr gezwungen. Deine Mutter wirkt gezwungen. Nimm den Stock in deinem Arsch. Wir sind halt genug, oder nicht? Ja, ein bisschen wirkt das so, als wäre er auf Valium oder psychisch gestört. Kann aber schon gut schimpfen, oder? Ja, weil er ein Österreicher ist. Ja, Wiener. Ah, Wiener. Ah, Wiener. Ich meine, gut, Österreicher, man kann auch am Land gut schimpfen, das stimmt schon. Können wir ab jetzt jede Woche einen Beef zwischen den beiden haben? Das war ja nur ein sehr kurzer Beef, muss man sagen auch. Das war ja nur ein sehr, sehr kurzer, zu kurzer Beef eigentlich. Das hätte schon noch ein bisschen länger gehen können. Köstlich, köstlich, sagt Biber Specht. Ja. Der soll auf mich auch so abgehen, der Erwin. Das wünschst du dir. Das würde ich lustig finden. Ich glaube, dann könntest du nachts wieder nicht schlafen. Ich schlafe eigentlich ganz gut. Aber ich würde das irgendwie besser finden, als irgendwie so komische politische Analysen machen. Lustig, guten Abend, Baba Herr Lebeck und Baba Nauten. Hallöle, Lustig. Wir haben dich schon heute kurz mal eingespielt gehabt. Herzlichst, herzlichst Willkommen zur Show. Zur... Das ist die große, bunte Shitso-Baba-Show. Und alle sind mit dabei. Von Bar Tuneck bis Lebeck. Wir rocken die Bühne. Mit Lachen und Gäts. Wir drehen am Comedy-Rad. Streamen, träumen, lachen. Das ist unser Lebensfaden. Baba Bar Tuneck. Der Meister der Mimik. Mit seinem Humor, da bleibt kein Auge trocken. Und erlebe ich der Wort Akrobat. Seine Lines sind scharf wie ein Rasiermesser. Ohne Schnitt und Naht. Wir sind die Streamer-Crew. Die Showtime-Crew. Von der Couch bis zum Greenscreen. Wir geben Gas. Das ist kein Tabu. Die Community, sie lacht, sie klatscht. Sie feiert, denn wir sind echt. Wir sind wahrhaftig. Wir sind die Streamer, die nie verlieren. Das ist die große, bunte Shizu-Baba-Show. Und alle sind mit dabei. Von Bar Tuneck bis Lebeck. Wir rocken die Bühne. Mit Beats und Beats wird nun. Wir reimen, denn das ist, was wir lieben. Baba Bar Tuneck. Der Lebeck. Die Shizu-Baba-Show. So, man kann das alles unterstücken auch hier. L-E-Back. Klickt mal da drauf auf Baba-Fest.com. Da kann man Merchandise kaufen. Kauft noch mehr. Kauft, kauft, kauft. Sind das Originalgrößen? Wie sieht denn das aus, wenn man das, sagen wir, bestellt und dann in der Hand hält? Zum Beispiel. Wer möchte, kann sich ein Mauspad kaufen. Ein Mauspad. Ich wünsche mir das zum Geburtstag. Kannst du so, tack. Wahnsinn. Und dann hast du die Maus und... Kannst du herumfahren. Auf der Maus. Wahnsinn. Dann, es gibt Sticker. Sticker. Oh ja, wir lieben Sticker. Echte Sticker. Die kannst du überall hinkleben, wirklich überall. Meine Sticker sind angekommen. Ich will sie gar nicht verkleben. Ja, ich will sie auch nicht verkleben. So. Und dann, und es gibt auch eine Tasse. Das ist das Allertollste. Wer so eine Tasse hat, der gehört wirklich zu den unteren, oberen 5000. Genau. Holt euch die Tasse, holt euch die Sticker, holt euch das Mauspad. Hast du das? Domi 666 unter Strich schenkt Tru ein Abo. Danke sehr fürs verschenkte Abo. Geht auf barbafest.com und kauft ein. Je nachdem, wie gut es geht, wird nachgereicht. Da will jemand noch einen Song. Da gibt es einen Songwunsch. Hast du den Sexuell Fettsong noch? Ich muss schauen, ob der noch da in der Liste dabei ist. Ich bin so drin mittlerweile in AI-Scheiß. Letztens habe ich eine philosophische Diskussion gehabt mit Chatschipiti. Nur Chatschipiti und ich. Im Traum? Nein, in real. Und dann hat sich herausgestellt, dass es eigentlich Prototopia war? Nein, ich habe die Chatschipiti gefragt, ob man sie als eine Schwarmintelligenz betiteln kann. Und sie hat gesagt, nein, 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 das kann man nicht. Sie ist einfach nur ein Programm. Und dann habe ich so hin und her geschrieben, warum ich begründe, dass man Schwarmintelligenz sagen kann, ist sie überhaupt nicht darauf eingestiegen. Und dann habe ich so geschrieben, aber kann man aus einer philosophischen Perspektive heraus sagen, dass du eine Schwarmintelligenz bist? Und dann hat sie gesagt, ja, kann man sagen. Hätte sie das von Anfang an gleich gefragt. Ja, aber ich bin halt ein Philosoph und das ist halt eine KI. Studierte Schauspieler, du bist null Philosoph. Hier auf der Plattform kann ich sein, was ich will. Ja, so. Oh. Ja. Sexuell Fett. 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 Der Pizzamann, der alles kann, fünfte Blumen, Nippel, Haarbeck. Mich holt ja, I'm sorry, aber mich holt ja nicht so ab. Ich bin kein Punk. Oder du bist nicht sexuell fett. Na, das bin ich auf jeden Fall. Weil das sage nicht ich, das sagen andere Leute. Was andere Leute über dich sagen, im positiven Sinn ist immer richtig. Im negativen Sinn natürlich nicht. Ich ziehe nach Deutschland, habe ich beschlossen. Wieso? Na schau her. Dann geh doch. Ja, schau. Das ist ein Kiffgerät, ne? Der Dampf ist so weit. Das ist schon so, als würdest du einen Cocktail trinken. Mit dem Strohhalm kannst du es raus. We're stuck where we are. With no house and no card. Cash away, my boy. We are cash away. Kauft ihr das? 249. Dollar. Bei uns ist es leider verboten. Ich kann mir das nicht kaufen. Aber in Deutschland? In Deutschland könnte ich es mir kaufen, ja. Das kannst du ja irgendwo dahin liefern lassen und dann holst du es rein. Ich bin im Mai übrigens wieder in Deutschland, ich kann es dir mitbringen. Ja, aber ich kann sowieso nicht, das ist sowieso nicht erlaubt, ne? Ich mag das, so, ja. Kiffer, ich fasse es nicht. Ich habe Eimer geraucht, ja. So, aber du, glaub mir, das ist viel schonender, so. Na, das ist eigentlich, das ist... Wieso ist das schonender? Weil es nicht Rauch ist, sondern es ist Dampf. Na, es verbrennt nicht, sondern es wird rausgedampft. Die Inhaltsstoffe werden rausgedampft und das kannst du dann... Das ist sozusagen eine Wolke. Ist eine Wolke, genau. Ja, Tabak... Ne, jetzt sind ja in Deutschland, ist es doch jetzt offiziell erlaubt, ne? Mit dem Kiffen und so weiter. Ja. Und die Politik regt sich doch jetzt wieder darüber auf, wegen der Straßenverkehrsordnung. Hast du das mitbekommen? Ne. Nein? Ne. Dass es da jetzt neue Tests geben wird, weil Promille darf man ja nur einen gewissen Anteil haben und so weiter und so fort. Ja, klar. Ich habe gar nichts getrunken, ich habe nur gekifft, weil es jetzt legal ist. Das ist natürlich nicht so leibernd. Achso, die müssen die Werte irgendwie anpassen, ne? Dass du zwar, wenn du bekifft bist und fährst, damit du bestraft wirst, aber nicht, wenn du einen Tag vorher oder so was gekifft hast, ne? Ja, ja. Und sich da die Parteien jetzt gerade natürlich auch so ein bisschen in der Wolle haben, ne? Da hat jetzt mal wieder vorher niemand darüber nachgedacht. Heute hat jemand, ich habe auf Twitter geschrieben, ich ziehe nach Deutschland, ne? So. Und dann hat jemand geschrieben, bei der nächsten Regierung wird das sowieso wieder rückgängig gemacht. Glaubst du das? Ähm... Ja, nächstes Jahr ist ja Bundestagswahl, ne? Das ist Wahl, ja. Und da müssen wir jetzt mal schauen, die haben jetzt halt alle angefangen schon mit ihren anderen Wahl kämpfen. Müssen wir schauen. Also eines darfst du den Deutschen nicht nehmen, das ist der Fußball, das sind die Autos. Ja. Merz und Söder haben das angekündigt. Ich glaube es auch nicht, um ehrlich zu sein. Ja. Weil, äh, schau mal, das wird so eine Entlastung sein, auch für die Polizei. Dass man nicht mehr auf die Kiefer abgehen muss. Und ich glaube nicht, ich glaube sogar, dass die Polizei dann sagen wird, hey, äh, wir wollen, dass das so bleibt, wie es ist. Das ist eine Entlastung für die Bullerei. Das ist eine Entlastung für die ganzen Behörden und so. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass man das wieder, dass man das wieder rückgängig machen wird. Wir können ja wetten. Ja. Was sagst du? Ähm, ich wette es, ähm, es wird, also zumindest, also versucht wird es auf jeden Fall, ne? Ja. Das schon. Dass man es rückgängig macht. Ja. Was auf jeden Fall. Das Ding ist halt so, die Kiefer protestieren ja dann nicht, ne? Nö, die sind ja dann heil. Die sind zu faul. Oder die gehen auf die Demo, wenn es eh zu spät ist. Und die ganze Kiefer Kleinkriminalität ist ja jetzt total aus dem, aus dem Anker gehoben. Ja. Weil, die können jetzt nicht mehr hinter der Schulmauer stehen und ein bisschen was verkaufen. Okay. Die nehmen das jetzt von zu Hause mit, weil die Eltern ihnen was in der Tupperdose mitgeben. Ja. Mh, auf die Polizei würde ich nicht wetten. Da beschwert sich jemand über die Käppis. Ja. David Silberbeutel. Böses Kapper hat er gemacht. Das meint er eh nicht ernst. Das war aber das Glitzer, das hast du mir gekauft. Das hat vorher noch schlimmer ausgeschaut. Ich hatte das Schwarze, das hat überhaupt nicht zum Pulli gepasst. Okay, wir tauschen nochmal. Nö. Nö. Dann ziehst du beide aus. So. Bleiben wir noch beim Thema Drogen. US und A. Schau mal. Das ist ein Taco Bell. Der Verkäufer, also nicht der Verkäufer, sondern Küchenpersonal. Der Chefkoch. Der Maître de Cuisine bei Taco Bell. Genau. Der Chefkoch bei Taco Bell. In Oakland. Das ist ganz witzig, weil in dem aktuellen Theaterstück, was ich ja probe, muss ich auch etwas über die Auckland Waders sagen. Über die Auckland Waders. Ja. Dann sag den Bruno, er soll das einspielen. Der ist doch höchstens 15, oder? Naja, der wird so sein. 16, 17. 17, 18 kann er auch sein. Na, so. Aber vielleicht ist er einfach nur übermüdet. Also das heißt, Kinderarbeit in Auckland ist äh. Der hat sich sicher gedacht so, ich ballere mir jetzt was rein, um die Nachtschicht da gechillt rumkriegen zu können. Und perfide Leute filmen das aus dem Auto beim Drive-In. Ja. Und zwar halt ein bisschen zu hoch dosiert. Das ist bei der Taco Bell in Niles. Ich bin hier stehen für mein Essen. Der wird sich ganz schön ärgern. Da bleibst du nicht mehr lange in der Arbeit, wenn du so drauf bist. Bleibst nicht mehr lange in der Arbeit, ja. Fentanyl, ja. Ja, die haben da so ein krasses Drogenproblem mit dem scheiß Fentanyl. Und ich habe auch irgendwann mal gelesen, dass die unterschiedlich dosiert sind. Es kann sein, dass du dir was reinballerst. Und das ist viel höher dosiert als eine normale Portion. Was ist mit dir passiert, Mann? Sorry, Mann. Ich habe nur gearbeitet. Nein, wir warten für Essen, Mann. Du hast eine ganze Linie. Du sitzt hier und schlägt auf der Trinkmaschine, Mann. Ja, ich fühle mich, Mann. Bro, du solltest wahrscheinlich nicht gearbeitet werden. Ich fühle mich, Mann. Nein, Mann. Nein, Mann. Nein, Mann. Was bedeutet das? Ja. Mann, wir warten für Essen. Wir warten hier und warten. Wir warten hier. Wir warten hier und warten. Für was? Für was nimmt man das eigentlich? Google doch mal. Du hast doch den Computer vor dir und die ganze weltweite Welt des Internets steht dir offen. Ah ja. Ist ein synthetisches Opioid. Schmerzmittel. Zur Linderung starker, akuter chronischer Schmerzen. Okay. Passt. Ja. Ja. Da gibt es ja die ganzen Videos, wo die Leute in der ganzen Straße auf dem Weg liegen. Ja. Und... Ja. Da gibt es ja diese krasse Familie, die mittlerweile in der Schweiz lebt, die gar nicht mehr nach Amerika rein dürfen, weil Prozesse gegen sie laufen, die das irgendwie auf den Markt gebracht haben ursprünglich. Oh oh. Da gibt es die Netflix-Serie The Fall of the House of Usher. Und da gibt es eine... Das ist angelehnt an diese Familie. Ganz eine krasse Serie. Und ich glaube auf Disney Plus, mein Bruder hat mir das erzählt, ich habe es nicht gesehen, gibt es auch eine Serie, die das behandelt. Vorher war es Oxykotin, Kontin. Ja, das wird wahrscheinlich die Droge gewesen sein. Ja. Wird auch als Hinrichtungsmittel verwendet, steht hier. Ah ja. Drück mal drauf. Ne, so. Fentanyl wurde am 14. August erstmals als Bestand... 2018 als Bestandteil einer Wirkstoffmischung zur Hinrichtung des Doppelmeters... Aha. In Nebraska. Okay. Hm. Und Giftmord der Britta Mark DeWight wurde 2024 zu einer lebenslänglichen Haftstrafe von mindestens 37 Jahren für den Mord an Steven und Carol Baxter in Essex verurteilt. Er hatte deren Getränke mit Fetanyl versetzt. Okay, krass. Ja, genau diese Family, die wussten ganz genau, wie abhängig das macht und haben das verschleiert. Die haben nämlich gesagt, du wirst nicht, du fängst nicht zum Junken an davon. Die haben das als so ein Ding, so ein Wundermittel gegen Schmerzen, haben die das beworben und die wussten ganz genau, dass das übelstens abhängig macht und haben das aber einfach nicht kommuniziert. Und haben sie es auch gecatert sozusagen? Die wurden unglaublich reich, ja, die wurden unglaublich reich damit und das Problem ist halt, wenn du da süchtig bist, kannst du nicht, du kannst das nicht einfach absetzen. Es gibt doch keine Ersatzproge, die man stattdessen macht. Du musst das so peu a peu immer weniger, weil du kriegst sonst die ärgsten körperlichen Zustände. Der Scheiß hat Prinz umgebracht, ja, true, ausschleichen, ja, das musst du so ganz sachte, musst du das wieder loswerden. Du musst dir diese Netflix-Serie anschauen, ja, The Fall of the House of Usher, da wird das wirklich schön rübergebracht. Ja, ist ja so. Gut, es ist was passiert in Österreich, was Schreckliches. Was denn? Die Lilliputbahn ist ein Geist. Was? Wahnsinn. Ja, das war heute eine der Top-Nachrichten in Österreich. Das war eine der Top-Nachrichten heute bei uns. Die Lilliputbahn ist so eine kleine Eisenbahn, die durch den Wiener Prater, durch den Park fährt. Am Wurstelprater beginnt sie und fährt dann, weiß ich nicht, so ein, zwei, drei Kilometer lang durch den Wald. Ah, hören wir mal ein bisschen durch den Wald fahren mit der Lilliputbahn, ja. Das ist die Lilliputbahn bei uns in Österreich im Prater. Eine absolute, äh, äh, Korrisio, äh, ein, 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 äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, ein Korrisio, wie heißt das? Es ist Skurril, ein Skurril. Skurril, eine Skurrilität, eine Monströsität, ein Kurioso. Ein Kurioso, ganz genau. Also jeder ist, glaube ich, damit schon einmal gefahren und es hat natürlich auch eine ganz besondere Kultkraft. Die läuft mit Kohle, oder? Ne, ich glaube nicht, die läuft mit Kohle. Nicht alle Bahnen fahren. Es ist halt so eine kleine, so eine kleine Dampfflucht, ne? Vorne sitzt halt immer der Schaffner und hinten im letzten Wagen sitzt ja dann immer der Aufpasser, der aufbewusst, dass du keinen Verknügel im Zug vollziehen hast. Oder keine Kinder rausgehörst. Ja. Und dann sitzt halt so drin und fasst eine Runde, fasst eine Runde durch den Theater, ja. Putzig bei mir, ne? Ja. Es ist sehr putzig. Ich glaube, dass das dampf ist, ja. Und das gute letzte Mal in Lilliputbahn? Eben, mit dem Theater, ne? Ja. Ja. Aber es war, ich weiß nicht wann, ein paar Jahre ist es her. Und der Theater macht nämlich im Sommer immer Betriebsausflug auf dem Lilliputbahn und wir fahren dann alle zusammen immer eine Runde Lilliputbahn. Hey, schau, bist du deppert? Was ist denn da los? Boah, das ist 360 Grad. What the fuck? Mal auf die andere Seite gucken. Das ist da übrigens die Hochschaubahn, an der es gerade vorbei ist. Da ist der Prater. Und das ehemals höchste Kettenkarussell der Welt hat man da gerade eben gesehen. Jetzt macht er einen Zwischenhalt, weil jetzt wollen wieder Leute einsteigen. Ja, jetzt wollen wieder ein paar Leute einsteigen. Dann machen wir ein bisschen weiter, so fünf Minuten weiter, werden wir durch den Wald fahren. Typ, typ. Weiterfahren. Ja, fährt er jetzt an der ehemaligen Prater-Sauna vorbei, das war ja auch so ein Hausclub. Ja. Mit Pool und so weiter. Ich glaube, der hat mittlerweile zu, die Prater-Sauna, oder? Ja, ne, gibt's noch, oder? Ich mach immer mal wieder auf, immer wieder zu. Am Wochenende geht die ganze Tanzkultur von Wien immer abfeiern. Aber wo ist denn der Banar-Unfall? Ja, da nicht. Ach, Mitfahrt mit Banar-Unfall. Aber das ist jetzt nicht der Unfall von der heute der Zeitung statt. Nee, nee, das ist vor fünf Jahren. Ich glaube, weil nur irgendwie ein Eichkatzel oder so über die Gleise läuft. Da sind wir schon fast wieder zurück. Ja, das ist der Prater-Haal. Das ist der Prater. Na gut, auf jeden Fall, auf jeden Fall ist sie ein Gleis. Aber du siehst das eine ganz andere Motive. Das ist eine andere, ja. Die Lilliputbahn, Prater freut sich bliblablub. Bist du schon mal gefahren? Ja, schon öfter. Schrauben und Steine auf den Gleisen verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Alle Fahrgäste seien unverletzt ausgestiegen. Das schreibt die Zeitung. Ja, berichtete ein Augenzeuge gegenüber heute. Auch der Lokführer konnte die Maschine noch selbst absichern. Ich meine, das wäre es ja gewesen, wenn es da ein Todesopfer gegeben hätte. So, jetzt Ermittlungen gegen Unbekannt. Die Polizei ermittelt nun wegen schwerer Sachbeschädigung. Und ich stelle mir so die Frage, was ist passiert? Was ist auf den Schienen gelegen? Ich glaube, es gab eine Baba Bartonek Demonstration. Ne, ich habe ermittelt. Ich habe mies recherchiert und ich habe einen Verdacht. Du Schnüffelnase. Ich habe meine Schnüffelnase aktiviert. Und jetzt pass mal auf, wer im Prater war. Da. Held der Steine war in Wien im Prater. Wer ist denn das schon wieder? Wer ist denn das schon wieder? Das ist der Legoman. Held der Steine ist der Legoman aus Deutschland. Also Harry Potter Schlösser baut. So alles mögliche, ja. Und ich denke mir so Steine, Held der Steine, Lilliput Bahn. Ja, kann sein. Entweder hat er es mit Absicht hingelegt. Schau. Hier, Lilliput Bahn. Lilliput Bahn, Lilliput Bahn. Das scheint aber schon ein bisschen her zu sein, oder? Könnt ihr ihn mal ein SWAT Team schicken, bitte? Dem Held der Steine sind hier ein paar engagierte Zuseher. Vielleicht die schon mal bei einer Meldeaktion mitgemacht haben oder so. Schickt ihm doch mal das Überfallkommando zu Hause. Präventiv, bitte. Da geht der wieder. Ja. Schon verdächtig, ne? Es kann kein Zufall sein, ne? Dem gefällt anscheinend Wieden, dem Held der Steine, der war... Immerhin die lebenswerteste Stadt der Welt. Ja, der war in Wien, das ist er halt so, ne? Wir können auch mal eine Sendung über ihn machen und ihn zuschauen, wie er lustige Lego... Ja, ich finde ihn ein bisschen, ich finde ihn ein bisschen, äh... Ich kann nicht mit ihm, so. Wieso nicht? Ich weiß es nicht. Weil du gerne selber mit Lego-Baskeln spielen würdest? Ne, der hat sowas... Der birgt überhaupt nicht verspielt auf mich. Grüßt, Lego Marvel 76 266 Endgame. Absurde 105 Euro für knapp 800 Teile. Es ist ein wahlloses Set. Mit böse Resterrampe auf jeden Fall. Extrem unstrukturiert. Natürlich soll es irgendwie eine chaotische Szene darstellen, aber das ist einfach nichts. Es ist ein reines Display-Set. Es hat aber keinerlei optischen Wert in irgendeiner Form. Ja, ich meine, da hat er schon recht. Immerhin ist ein kleines Mäuse dabei. Captain America Schild. Und mit viel Glück findet man irgendwo noch Torshammer. Riesigen Bogen darum machen oder wahnsinnige Rabatt. Ich meine, für 105 Euro ist schon... Gibt es das in Wien im Lego-Store? Weiß ich nicht, aber das holt mich nicht ab, muss ich sagen. Du, Lego ist ziemlich am Abkacken. Das muss man schon sagen. Lego ist tatsächlich ziemlich am Abkacken. Ja, aber die kommen wahrscheinlich wieder groß raus. Er muss Lego immer schlecht machen, sonst läuft sein Kanal nicht. Ja, aber ich finde, da hat er schon recht. Bei dem Teil hatte er schon recht. Aber ich weiß nicht, ob er noch Sachen macht, wo er gut auch über Lego... Ah, guck mal, da ist er ja auch wieder in Wien, ne? Wo? Hier, ganz oben, 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 in der Mitte. Da, 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 da. Hier? Ja, genau. Stadtpark, Graben. Graben, ja. Einkaufen, Gitter, Wohlmarkt, Steffel. Steffelplatz, ja. 800 Steine sind 500 Euro Materialkosten, ja. Stadtpark. Das war das in der Iridion. Da hinten ist der Schwarzenbergplatz, da läuft er gerade am Woods Carlton vorbei. Meinst du, die Marvel-Lizenz ist gratis? Ne, aber trotzdem, du, es müsste einfach besser ausschauen. Ich meine, schau. Holger, kann viele Wien-Videos da. Warte, wo ist das, wo ist es denn jetzt? Was denn? Dieses Video von gerade eben. Weiter runter. Das hier. Welt zeigt mir. Naja, schau. Ich meine, für 105 Euro. Welt zeigt mir. Welt zeigt mir. Man muss es ja nicht kaufen für 100 Euro. Ja, natürlich nicht, aber es hat ja nicht mal einen optischen Reiz. 75266. Ja, dann kauft man das halt nicht. Ja, ey, kannst du sehen, aber er kann trotzdem sagen, dass das überteuert ist. Und ich kann es auch sagen, wir sind ja hier in keiner McT-Tennis-Platten-Diktatur. Schreib, hast du es gekauft? Vielleicht gefällt es dir. Ist es eine geschmackliche Sache. Mir gefällt es nicht. Ich möchte es dir ja nicht verbieten, dass du es dir kaufst. Ich dürfte dir das jetzt nicht schenken. Das ist richtig böse, oder? Kauf es dir doch. Ich würde es verkaufen. Kauf es dir doch McT-Tennis-Platte. Kannst ja Bürgermeister werden in so einer deutschen Gemeinde und kannst jeden zu Hause Lego kaufen. Werd einfach Bürgermeister irgendwo und kauf für jeden deiner Gemeindemenschen ein Lego-Set. Was regst du denn dich jetzt so auf? Nein, ich habe gestern oder vorgestern zugeschaut bei About a Fruit und da hatten sie eine Debatte und dann hat er gesagt, er soll Bürgermeister werden. Aber das geht nicht, weil du in der Schweiz lebst. Kannst nicht Bürger, ihr Schweizer, ihr habt ja so viel Geld, da kannst du dir auch ein 105 Euro Lego-Set kaufen. Was kostet das denn Schweizer Franken eigentlich? Wenn ich ein Schweizer wäre, würde ich mir das auch kaufen. Wenn ich ein Schweizer wäre, würde ich es mir zweimal kaufen und einmal in Gold. Aber ich bin halt kein Schweizer, ich bin ein armer Österreicher. Entschuldige, lass doch die Kinder in Ruhe. Ich weiß nicht, ob man das für 105 Euro schlechter reden kann, als es ist. Ja, ist es so. Das hat sich jemand überlegt, dass das so aussieht. Der Fake-Rumos hat fünf Stück rumstehen zu Hause. Ja, ist es so. Werd einfach Bürgermeister von Lego-Hausen. Meck-Tisch-Tennis-Platte, ja. Und dann macht er einen Nahverkehr aus Lego-Zügen. Ist doch gut. Nee, gar nichts ist gut, ja. Das sind 200 Mark, ja. 105 Euro, das sind 1300 Schilling. Um 1300 Schilling. Du bist so ein geringverdiener, Stefan. Da haben meine Eltern die Miete bezahlt. Ja, früher. Dann kannst du doch keine Fleischkastsemel. Ja, ich wäre ein guter Bürgermeister. Ich glaube es auch so. Lego-Sets für alle. Dann wäre einmal die Woche Legotag bei dir, wenn du Bürgermeister bist, oder? Sorry. Pass mal auf. Nee, das passt besser. Twitch-Streamer rastet aus. Das passt besser. Der... Ähm... Der hat ein... Manchester United hat gegen Chelsea verloren. Und ihm gefällt es nicht, ja. Richtig traurig wird es, wenn man die Vergleiche zu den Konkurrenzprodukten kauft. Ja, ich kaufe auch nur mal bei Lage. Äh, bei Logi. Ich kaufe nicht mehr bei Lego, ich kaufe bei Logi. Äh, warst du schon mal im Legoland? Ja, ich war... In diesem Indoor-Legoland? Nee, aber ich war in Deutschland im Legoland. So. Äh... Jetzt pass auf. Fußball-Match. Geht... Wird verloren. Und... Und ihm gefällt es nicht. Ahhhh... Eih... 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 So. Die Katze in Ruhe. Beste Stelle, so. Jetzt ist kurz alles weg, so. So. hat er dahinten lego stehen der hat einen wettstein ich habe jetzt der der kreger aus politik hatte vor kurzem einen talk mit dem leon lovelock und dort der leon lovelock gesagt frauen sind so emotional und männer überhaupt nicht die sind sehr gefasst und rational ich glaube dass es er in guten tagen hat er dann ein schreien über sich selber ein schreien und davor dem ventilator dass er das sein schreien immer frische luft bekommt lego kästen und da oben liegen stofftiere drauf der wird vermutlich viel geld auf das spiel gewettet haben er kann sein weil der schreien es ihm gesagt hat mann um mann 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 die ganzen videos was du alles so spielst du bist ein bisschen wahllos aneinandergereiht das hat alles system lilliputbahn lego ausraster weg tischtennisplatte provoziert mich ich werde wütend nächstes video ein wütender streamer jetzt kommt jetzt kommt leon lovelock wer sagt frauen sind nicht emotional das war ein roter faden von beginn weg bis jetzt du musst halt ein bisschen clever sein um mitzukommen und was machte diese lustige prototopia video geschichte zwischendurch das hat mit meinem traum zu tun gehabt ein roter faden der sich durch dein ganzes leben zieht ja es ist alles alles miteinander alles miteinander verbunden so das ist leon lovelock so aha der lebt mittlerweile diesen deutscher ursprünglich lebt aber jetzt mittlerweile glaube ich in mexiko und macht videos auf youtube und twitch ein großer denker wie du also ein philosoph genau auf jeden fall auch ein philosoph so dass schön und ziemlich abgedreht so ins verschwörungstheoretische und der gregor hatte mit ihnen einen talk und ich zeigte nur kurz eine stelle davon damit du siehst welche intelligenz bestie er ist also der gregor ist eine intelligenz bestie ich bin super stolz auf den gregor muss ich sagen ich möchte nicht sagen dass ich seinen decker bin aber ich habe ihn auf jeden fall ein bisschen ein bisschen gefördert er hat einen talkman polytupia der ist 20 na also den talkman polytupia hatte war er war ja 19 und hat so auf eine ganz auf eine ganz subtile art cbf 1212 spendiert 100 bits g100 der lebeck passt gar nicht auf und hängt ständig am handy halkon rei ja der ich habe business zu machen business der ist händesüchtig business muss nachher noch daddeln so und auf jeden fall der gregor ist im talk mit dem leon lovelock und es geht um natürlich die frage die über allem steht die geschlechterfrage also du hast wirklich menschen die die müssen fortwährend darüber reden und dann schauen wir uns dann anschließend das video an mit dem pinguin er ist einer davon was hier ja können wir machen er ist einer davon die geschlechterfrage sie quält ihn permanent und dann geht es hier halt auch um also was schauen wir zuerst erst den oben ohne oder erst den habe ich dir nur gezeigt damit du weißt weil er spricht mit ihm hat diesen gerade er spricht mit ihm aber du siehst der kreger aus wien genau der los sie ist aber nur schock aus mexiko genau du siehst aber nur den kreger so und jetzt pass auf es gibt nur eins also für mich ist es gender und dein geschlecht oder was die da versuchen zu trennen das ist eins naja nein das ist kein soziales geschlecht wenn du die kategorie gender schaffst was geschaffen wurde das ist eine theorie ab diesem an diesem zeitpunkt gibt es diese worte dieses wort und diese konzeption würdest du es nicht ernst nehmen okay ich muss nicht sagen dass die wahrheit ist dann fangen wir schon mal ganz bei den basics an glaubt das macht er halt richtig gut so dann muss man sagen der das macht er total korrekt er rastet nicht aus er bleibt ganz ruhig und wenn es kannst du nicht irgendwann wird es würde ich platzen ich habe schon auch diskussionen geführt wo ich lange durchgehalten habe aber irgendwann würde ich platzen der der kreger nicht wie heißt der battle rapper der den talk kommentiert hat der sinnig hast du dass es biologisch begründet ist dass männer anzüge tragen und frauenkleider ist das biologisch begründet dass das ist die frage ist es biologie dass männer anzüge tragen und frauenkleider anzüge tragen und frauenkleider ist das biologisch begründet ja ja so er weiß ja ganz genau er weiß es ganz genau er weiß es ganz genau aber er kann sich nicht die blöße geben so der weiß es doch ganz genau ist das biologisch begründet ist dass männer anzüge tragen und frauenkleider ist das biologisch begründet ja woran machst du das fest woran machst du das fest da könnte schon sein dass mir also zumindest hätte ich hätte wahrscheinlich gelacht ich hätte wahrscheinlich herzhaft gelacht wäre jetzt nicht ich wäre jetzt nicht gleich in die verarschung reingegangen aber gelacht hätte ich auf jeden fall ich weiß doch was du hinaus willst du nicht zugeben dass es geschlechterrollen gibt die uns irgendwie sagen ja männer ziehen anzug an frauen ziehen kleid an das ist nicht in der biologie es hätte umgekehrt sein können es war in der vergangenheit umgekehrt und so geht es halt so eineinhalb stunden gregor neben den wirklich schön gregor neben dem wirklich schöner gute kräger stabil stabil stabiler stabil mit zum würstel stand der kräger der kräger kommt mit er hat noch saps rein damit wir uns das leisten können haut rein damit ich käsekreiner kaufen kann für kräger und herr lebeck damit wir alle sagt wir die die fressen beide für zwei kräger ist noch im wachstuch fbm kdg andy schmeißt ein abos durch den städt fünf duplonen sehr sehr gut siehst du du musst es nur einmal ja fünf duplonen muss jetzt tanzen jetzt wird getanzt das mache ich doch gerne danke sehr für die fünf subs provisorium provisorium unterstrich schenkt tru ein abo und ein abo gibt es auch noch 13 13 13 hat er gerade verschenkt freu dich auch ich film dich auf deiner seite alles gut das ist die große bunte schizobaba show und alle sind mit dabei von batunek bis lebeck wir rocken die bühne mit lachen bett mit den am komedy rad streamen träumen lachen das ist unser lebensfaden barba batunek der meister der mimik mit seinem humor da bleibt kein auge trocken und erlebe ich der wort akrobat seine lines sind scharf wie ein rasiermesser ohne schnitt und naht wir sind die streamer crew die showtime crew von der couch bis zum green screen wir geben gast das ist kein tabu die community sie lacht sie klatscht sie feiert denn wir sind echt wir sind wahrhaftig wir sind die streamer die nie verlieren das das ist die große bunte schizobaba show und alle sind mit dabei von batunek bis lebeck wir rocken die bühne mit beats und beats wir flohen wir reimen denn das ist was wir lieben die schizobaba show übrigens soll ich nochmal den herold grüßen der jetzt wahrscheinlich im 50. video gerade am pumpen ist aber er hat vorhin gesagt er schwirrt auf jeden fall über die kopfhörer an während er im fitnessstudio kommt sehr gut grüße gehen raus an den herold danke sehr gut danke sehr für die 13 satz 12 12 12 danke sehr für die 5 satz provisorium urlieb uhr lieb schizobaba show oh yeah danke sehr äh baba es wär mal wieder zeit für einen wettbewerb schreibt süß was als als fisch wie wär es mit einem KI-song Wettbewerb, der Motto bezogen ist, klingt nach einem guten Plan, so, klingt nach einem guten Plan, denken wir darüber nach, ja, heute geht die Welt unter, es ist Sonnenfinsternis und Czern macht ein Experiment, was würde denn Verschwörungs-Ich zu deiner Performance heute sagen, du, dem wird das auch gefallen, so, ich habe ja auch mal getanzt während meiner Verschwörerzeit, als ich, ähm, als ich, ähm, diesen Wikipedia-Prozess, als wir den gewonnen hatten, habe ich dann auch durch die Küche getanzt, ähm, Major Retailer Green, Gott sendet Amerika starke Zeichen, um uns zur Buße aufzufordern, Erdbeben und Finsternisse und vieles mehr steht bevor, ich bete, dass unser Land zuhört. Hast auch ein Schauspielstudium oder getanzt? Ja, getanzt, eigentlich immer ganz gerne. Ähm, und dann haben Community Notes zugeschlagen, die Eklipse heute, wurde vor 100 Jahren schon vorhergesagt, und Earthquakes in Amerika sind auch gang und gäbe. Äh, schau, NASA Twitch. Ah, ja, krass! Wuh, jetzt! Zack, wir haben es gerade richtig schön erwischt. Die Tage der Finsternis sind da. Alois Irlmeier, gestörter Priest, sitzt schon im Keller zu Hause. Wird die Finsternis dauern? Drei Tage. Nein, es wird schon wieder hell. Verflucht! Herr Lebeck, schnell, schnell, schnell! Sonnenfinsternis! Schnell, schnell, schnell! Aber das sind Amerikaner. Ja, aber das sind auch Menschen. Die Twampies. Warum haben die denn eine Jacke an? NASA. Ich folge denen jetzt. NASA Twitch. War nur für ein paar Sekunden eine totale, ja. Zeig doch die Sonne, ich will doch nicht diese Menschen sehen. Menschen sehe ich immer. Aber das sind NASA-Moderatoren. Totale Sonnenfinsternis. Schau dir das an. Ich habe es gelesen, dass das da heute, aber nicht überall in den USA. Und wie viele Leute schauen da gerade zu? Auf Twitch 40.000. Das ist jetzt live, also da ist jetzt live. Das ist jetzt, just jetzt live, ja. Jetzt kommt Jesus, ja. Ist Irrlmeier immer noch ein Sing im Fringe? Ja, ja, gibt einige, die wegen Irrlmeier Welle machen. Hell, aber die sind wahrscheinlich mittendrin, die sind im Epizentrum der Dunkelheit. In den USA wird es jetzt einfach nie wieder hell. Kennst du sie? Majority Taylor Greene, diese QAnon-Tussi. Gott sendet Amerika starke Zeichen, um uns zur Bülse aufzufordern. Erdbeben und Finsternisse und vieles mehr steht bevor. Ich bete, dass unser Land zuhört. Es wurde Nacht am helllichten Tag. Der Messias wird kommen, um uns zu errichten. Da schreien sie schon wieder. Oh, look, you got a little bit of eclipse right there, with people watching. So we're just catching little glimpses of things, as we look up in the sky. Vorher haben sie es schön gezeigt, aber jetzt ist es zu dunkel. Aber dadurch, das dürfte du doch jetzt gleich wieder kommen. Die Erde dreht sich ja. Wieder mal bewiesen, dass Sonne und Mond exakt gleich groß sind, sonst würde das nicht gehen. True story, ja. Er zeigt auch gerne Hunter Biden seinen Schlung, wo bei der Sonnenfensternis. Jetzt geht es schon wieder hell. Gleich wird es wieder hell. Jetzt geht es wieder auf, ja. Ich muss sagen, der Penis vom Hunter Biden ist mir mehr oder weniger wurscht. Penis! Penis! Oben ist es. Ganz klein. Wir sind live dabei. Wir sind live dabei. Wir sind damals wie Baumgartner aus dem... Ja, wie die Mondlandung. Dann können wir wieder so ein Sonnenfensteres Turn machen, 2095 oder so. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Jetzt wird es wieder hell. Ich sehe nichts viel zu dunkel. Jetzt sieht man wieder ein bisschen. Jetzt wird es dämmerig. Und von wo sind die da gerade? Wo sehen sie? Ja. Und schon ist der ganze Spur vorbei. Jetzt wird es wieder hell. Gott hat sie geknechtet, die Amerikaner. Und da? Tupper Lake. Die schalten immer wieder um. Ich sag's ja, nichts rote Sonne, sondern schwarze Sonne. Wo ist denn der Dekordent eigentlich? Der war schon ein paar Tage nicht mehr online, habe ich mitbekommen. Vielleicht ist er live in den USA bei der Sonnenfensternis. Und jetzt gehen sie alle nach Hause oder erst mal Pancakes essen? Ja. Das war toll. Jetzt wird gegrillt. Barbecue und dann ein paar School-Shootings. Ja. Und dann läuft vielleicht jemand in Amok in der Schule, weil er acht Stunden Tag nicht unterscheiden kann. Genau. Und dann noch das Kapitol stürmen. Er ist nicht alles schlecht an Amerika. Er ist nicht hier der Antiamerikanisch. Er hat nicht Antiamerikanisch werden hier. Jeremy, you're gonna be on Artemis II? There's no video of President Trump sucking a ding dong. Wow. Faszinierend. Wow. Wir waren dabei. Und was nimmst du jetzt mit davon in dein weiteres Leben? Na, dass ich das gesehen habe, freut mich schon irgendwie, muss ich sagen. Ja? Ich muss sagen, mich freut das irgendwie. Aber ich habe ja auch die letzten Disney-Filme im Kino-Also nicht gesehen. Ja? Welche? Weiß ja nicht, wie es ist. Nein, hast du dir nicht angeschaut? Diesen komischen Horrorfilm mit dem Dracula-Schiff? Ja. War so gut, Disney. Toll, dunkel, war schön. Die letzte Fahrt der Demeter war. Dann habe ich im Kino gesehen, ich habe sehr gelacht. Ja. Toll, dunkel, war schön, Ende. Ja. Aber wir waren dabei. Auch wenn es nur über Twitch war. Wir waren dabei. Die Welt ist total connected. Ja. Das ist Frieden. In Tapper Lake, New York. 2081 sind wir wieder mit dabei. Okay. Ist ja bald. Nicht direkt in die Sonne gucken. Nee. So. USA. Äh, 2081. Nee, es ist glaube ich bei uns sogar. Hast du mitbekommen, der große Aufreger von den ORF-Gagen? Ja. Was sagst du dazu? Ich habe jetzt aber auch gehört, dass Top-Schauspieler jetzt auch wieder zu Mindest-Gagen drehen müssen. Aber in Österreich ist das anders. So. Ich meine, ich finde das schon, ich möchte da jetzt nicht so, ich möchte da jetzt nicht so den, äh, den öffentlich-rechtlichen Hasser machen so, ne. Aber vorliegende ORF-Gagen-Liste bestätigt, Ö3-Mann Kratke ist Top-Verdiener. Blaue Personalreserve in den Top-10. Generaldirektor Weißmann schränkt nun Zuverdienstmöglichkeit ein. Spitzenreiter ist Ö3-Wecker-Moderator Robert Kratke. Mit einem Jahres-Brutto-Gehalt von 443.000 Euro. Brutto. Brutto. Ja. Bei dem Gehalt ziehst du schon mal die Hälfte an Steuern ab. Ja, ja, mein Gott. Deshalb bleiben nur noch 200.000. Also, du hast hier Robert Kratke, ne, dann ziehst du ihm die Hälfte ab. Und der macht trotzdem noch die ganze Werbe? Dann macht er seine 200.000. Kratke, mich hat es auch total überrascht. Ja. Und dann macht er ja noch seine ganzen Werbesachen. Das wird noch im Schnitt. Im Schnitt macht er noch seine 8.500 im Monat dazu. Wobei ich wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass das noch mehr ist. Der Moderator verdient mehr als alle anderen. Der verdient mehr als der Generaldirektor. So. Weil er ist ja auch ein Aushängeschild, ne? Ja. Und der macht wirklich viel Werbung und so. Ich finde das... Ich kann es verstehen. Es ist jetzt nicht so, dass mich das Wut erfüllt macht. Aber ich kann schon verstehen, dass Leute narrisch werden deshalb. Bist du narrisch. Wer verdient denn da am schlechtesten? Na, die haben halt so diese Liste da, ne? Von... Der Ex-Chefredakteur von... Von 50. Gehen wir es mal durch, ne? Kratki, Platz 1. Äh... Da ist Armin Wolf, der Chefmoderator der... Peter Resetaritz als Bürgeranwalt auch. 210.000. Und der verdient noch 64 Euro nebenbei dazu. Ja, 64 Euro im Monat, ja. Armin Wolf macht 252.000, so. Ja. Ich meine... An die Knoll? Das ist auch krass viel, ja. Markus Lanz verdient 1,9 Millionen. What the fuck, so. Das ist einfach zu viel, hey. Das ist zu viel. Ich finde das einfach zu viel. Ich würde es auch für 1,8 machen. Ja, klar. Ich würde das für 100.000 machen, so. Also, das ist... Das steht in keiner Relation, so. Also, ich finde das ist nicht fair. Die stehen in der Konkurrenz... Haben Sie das heute veröffentlicht oder von wann... Ne, das ist... Erster, Vierter, waren riesen... Waren riesen Aufreger, so. Die leisten alle auch was. Sie leisten schon was, ne. Also, ich sage jetzt nicht so... Natürlich leisten sie was. Du, der Kratke, der macht... Der macht seit Jahren, wenn nicht schon Jahrzehnte, den Ö3-Wecker, so. Der macht immer um 6 Uhr sein... Dieses Programm und so. Der hat sich schon verdient eine... Eine gute... Ein gutes Gehalt. Der muss aber so früh aufstehen. Ja. Der hat sich auf jeden Fall ein gutes Gehalt verdient, so. Aber... Aber... Aber doch in keine 443.000, so. Brutto. Ja, so. Garschenkaiser Kratke mit emotionalen Worten an seine Fans. Er hat dann natürlich einen Shitstorm bekommen. Ja, aber er sagt jetzt wahrscheinlich... Kronzeit natürlich, die österreichische Bild-Zeitung. Klar. Äh... Für viel Aufregung hat in den letzten Tagen die Veröffentlichung der Top-Verdiener im ORF gesorgt. An der Spitze der Liste. Warte kurz mal. Ich mag ihn einfach nicht. Ich kann ihn auch nicht leiden. Ich mag ihn, ich mag ihn nicht. Aber das ändert nichts daran, dass er der Top-Verdiener ist. Ja, so. Und dann mag ich ihn noch weniger. Weil wenn ich ihn wenigstens mögen würde, dann wäre es ja noch was anderes. Na gut. Der sich nun erstmals in einer Instagram-Story mit einer emotional Nachricht an seine Fans gewandert. Wahnsinn. Da gehen wir gleich mal hin. Was hat er denn da? Ihr seid coole Leute. Interessant. Wo ist sie denn? Es ist Viertel nach neun. Wer hat massenhaft E-Mails bekommen? Denn... Ich glaube, er hat es wieder gelöscht. Aber irgendjemand wird es doch abkopiert haben und... Ne, es ist weg. Der ist so reich. Der ist so reich nicht mehr und dann kann er es sich nicht mehr leisten, dass diese Instagram-Nachricht bleibt. What the fuck. Ich mag ihn einfach nicht. Ich kann mich nicht reißen. Und jetzt noch weniger. Und jetzt mag ich ihn noch. Ja. Und seine Katzen trinken auch nur Wasser. Ja. Ich mag dich Bartonek, auch wenn ich Erwin Stream gucke. Du bist cool. Permaban wird hier nicht geduldet. Fremdgeher beim Polytopia. Raus mit ihm. Ne, natürlich nicht. Spaß. Das freut mich natürlich. Schauen wir uns mal Kratkis beste Eierspeis der Welt an. Fräulein Zahn. Guten Abend. Hallöle. Raus. Raus hier. David Doloccio. Holla Herr Lebeck. Und guten Abend. Fräulein Zahn. Guten Abend. Kratkis beste Eierspeis der Welt. Alright, alright, alright. Wir machen jetzt die beste Eierspeis der Welt. Frische Eier. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Eierspeis aus drei Eiern haben wollt. Jemand, der hat nur 4.900 Likes dafür, dass er seine 400.000 im Jahr macht. Okay, der gehört doch weg. Weg mit dem Kratki. Aber er ist ja kein Influencer. Er verdient ja sein Geld nicht durch Online-Streams. Ja, what the fuck. Als zusätzlich, kleiner Trick, einen Eidotter wegen des Geschmacks. Meine Spezial-Rosa-Bunt-Pfeffermischung mache ich immer selber. Miskot-Nüss. Pfanne nicht zu heiß. Ein bisschen Butter hinein. In der Zwischenzeit kann man schon die Tomaschi schneiden. Natürlich kann der sich eine Kupferpfanne leisten. Ja klar. Gut durchrühren. Mit 400.000 würde ich mir eine Goldpfanne kaufen. Aber der Schneebesen ist von Ikea. Das merkst du schon. So ein Prolet. Und dann tut er noch Understatement mit seinem Ikea Schneebesen hier. Mit 400.000 Euro hätte ich den Herrn Lebeck, der mir das rührt. Ja, ja. Da hätte ich dich als einen Butler. Von wegen. Du würdest 3.000 Euro im Monat bekommen. Weißt du, was ein Butler eigentlich verdient? 7.000, 8.000 im Monat. Ja, aber der hat auch eine Butler-Schule gemacht. Ich bin mal fast als Butler angeworben worden, ganz ehrlich gesagt. Du weißt auch von wem, aber es war ihm dann auch zu teuer. Ja. Wie er einfach zeigen will, dass er zu den einfachen Leuten gehört. Ja, mit seinem Wolfgang Petry-Freundschaftsband. Ja. So. Wir wissen genau, wo du hingehörst. Du bist ein Klassenfeind gerade. Und was hat er mit dem letzten Eiweiß gemacht? Von dem letzten Eigelb, was er noch dazu geführt hat? Das hat er weggeschmissen. Einfach so. Das Eiweiß schmeißt er weg. Und jetzt tut er Muskatnuss drauf. Normalerweise nimmt er ja sowieso die Trüffel. Salz? Und? Und? Muskatnuss! 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 Herr Müller! Ja, aber ein Eiweiß gehört schon Muskatnuss dran, ne? Ich mach's sowieso besser. Aber nur, ich verdiene halt keine 400.000. Ich werd's nie zeigen. Weil du es nie online gemacht hast. Ich finde, du solltest dieses Video auf Babas Koch-Kanal eigentlich auch hochladen. Ja. Klassenfeind passt nicht. Allerhöchstens Klassenverräter. Richtig. Und dann schon mal den Brot die Hölle heiß machen. Dieser Luxustoaster hast du gesehen. Ja, ich hab's genau gesehen. Ein bisschen Tomaten. Ja, das hab ich geübt. Jetzt noch ein wenig Trüffel Salz und Öl. Man kramt aber nicht mit spitzen Gegenständen in der Pfanne herum. Brot schneiden. Wer mag, kann auch noch ein bisschen Crema. Aber da kannst du vielleicht dann einfach eine neue Kupferpfanne kaufen, wenn kaputt ist. Oder Gemüse dazugeben. Oder beides. Anrichten. Anrichten. Und was ist das jetzt? Ist das jetzt die beste Eier? Schaut aus wie hingekotzt. Schaut überhaupt nicht gut aus. Und Spargel aus der Dose? Schaut aus, als hätte man aus Kratkis Gesicht eine Eierspeise gemacht. Schaut aus wie gespieben. Weg damit. Und was steht über seiner Tür? Fuck. Das ist der Slogan. Fuck. Fuck. Gerichtverdiener. Mich könnt ihr Bonzen überhaupt nicht beeindrucken. Herr Speis. Hm. Talent. Hm. Ja. Hm. Oh. Mich zu danken. Ja. Beste Rühe. Bube hat Rüreei gemacht. So gescheißen. Um 400.000 Euro würde ich einen Spanferkel aus Gold machen. Der hat sich das nicht mal verdient. Weißt du, wenn er wenigstens ein richtiger Protzer wäre, um das Geld zu zeigen würde? Ja. Wie du? Ja. Weil du hast ja auch einen Multimillionär im Hintergrund. Genau. Vergiss das ja nicht, Stefan. Auch richtig. Wer sein Brot auf diese Weise schneidet, ist Suspekt. Die dekorativen Brotschnipsel retten sie irgendwie auch nicht. Nee. Er kann den Mund nicht mehr so weit aufmachen. Nee. Er bleibt unsympathisch. Gut, er hat Katzen. Das mag ich auch so. Die Katzen mag ich, aber die Katzen können halt auch nichts dafür, dass sie einen Kratki zu Hause haben. Was macht er sonst noch so? Nur Posen. Aus dem Flugzeug hüpfen, im Anzug in der Dusche stehen. Kann der nur Eierspeis machen? Der kann nur Eierspeis. Nur Eierspeis machen und Fallschirmspringen. Das macht er hier auch ziemlich oft. Ja. Okay. Aber sonst nichts? Und er hat einen Hund. Dann hat er den Hund gegen die Katzen getauscht. Und warum hat er da ein Bild von Thomas Gottschalk? Das ist schon was Älteres. Ja. Als ich das letzte Mal in meinem Leben, Wetten, das gesehen habe, stand ich dort auf der Bühne. Bei aller Nostalgie und auch wenn uns vieles in der Vergangenheit schön erscheint. Gottschalk Dank ist heute und nicht gestern. Was einmal war, ist eh ein wichtiger Teil von uns, aber man sollte den Blick immer nach vorne richten. Denn the best is coming yet to come. Schurkenpack. 1997. Ist eine kleine Kritik an Herrn Gottschalk. Der verdient ja noch mehr als Herr Gratkin. Ja. Ist eine kleine Kritik an Gottschalk, finde ich aber ganz korrekt, muss ich sagen. Ich mag ihn ein bisschen mehr, rettet ihn aber auch nicht. Also auch in Österreich, ne? Meine Ex-Freundin hatte ihn auf Tinder gematcht. Aber mich hat sie dann genommen. Gratkin hat mehr Geld, aber ich hatte die bessere Frau. Aber vielleicht ist sie jetzt mit Gratkin, ne? Wirklich? Wer weiß. So, nächstes Thema. Gottschalk lacht über solche Gehälter. Dr. Barbara Schöneberger zieht über Reinhard Fenrich her. Ja, habe ich schon mitbekommen. Was zieht sie denn über ihn her? Dass er so arrogant war. War oder ist? War, ja. In welcher Farbe würdest du denn diese Zenko Duo haben wollen? Ich würde es so klassisch im Holz nehmen. Mach doch mal eine andere Farbe an. Wie sieht das dann aus? Nö. Nö, das Holz schaut eigentlich so ein bisschen aus. Das ist auch sehr elegant irgendwie. Wo ist das eine Öllampe? Was ist das? Ja. Ähm. Tommy ist der Beste, schreibt Gute Laune, Misanthrop. Ne. Seit ich das gesehen habe, wie er sich gegenüber den Spice Girls verhalten hatte, finde ich das nicht mehr. Und Sarah Connor. Sarah Connor, okay, auch mies, aber gegenüber den Spice Girls überhaupt nicht okay. Und Patrick Lindner nicht zu vergessen. Ja. Der rote Faden ist weg, überhaupt nicht so. Ne, das hat alles Konzept. Ich gehe jetzt auch kurz mal austreten. Alles gescriptet. Und wenn ich zurück bin, schauen wir uns den Wilden an. Ah, den Herrn Manka. Den Manka. Den Manka, ja. Hallo Chat, ich würde jetzt auch gerne Musik spielen, weil ich jetzt die Möglichkeit habe, ein bisschen mit euch zu reden, weil der Herr Bartonek wahrscheinlich gerade mal in seiner Blase Luft machen muss. Und so weiter und so fort. Was hat er denn hier heute noch alles für Videos vorbereitet? Ich mache euch mal ein paar Vorschläge und ihr könnt gerne bewerten, was ihr gerne sehen würdet. Wie hier zum Beispiel. Gefährlicher Kämpfer mit 58 Jahren. Oder Sheen, Dieb und Co. Wenn Liebe zu bitterem Hass währt. Ah, Sheen. Charlie Sheen wahrscheinlich. Goneberry und das Rätsel rund um Erwins Shoyoka Tweet gelöst. Aber ich glaube, wir haben für heute genug Prototopia-Videos schon geguckt. Schlomo-Talk mit Frank Franz. Österreicherin mit Panik-Tweet über die gute alte Zeit. Streamerin rastet ein bisschen aus. Florian, du hast gesagt, dein Bein ist kaputt für immer. Für immer und ewig. Na, es könnte wieder werden. Könnte auch nicht werden. Also diesbezüglich lassen wir uns einfach überraschen, was so kommt. Aber ich mache mir diesbezüglich, was mein Bein betrifft, gar keinen Stress. Ja, er war Frauen gegenüber total ekelhaft. Vor allem Paulus Manka. Über den, glaube ich, hier das Hauptthema gleich losgeht. Jetzt um halb zehn geht das Hauptthema los. Oha, gute Besserung. Vielen lieben Dank. Herr Lebeck. Was ist mit dem Coop aus Miro und Schlomo geworden? Das weiß ich nicht. Wir könnten ja das Video angucken, was der Herr Bartonek hier ja in seiner Timeline noch... Wir reden viel zu wenig, Herr Lebeck. Dann reden wir jetzt mal Klartext. Ich habe mir extra mal einen neuen Hut aufgezogen, weil ihr ja die neuen Kapis, die der Herr Bartonek gekauft hat, nicht mögt. Obwohl der Herr Bartonek eigentlich sagte, wir ziehen die jetzt immer an, dass die sozusagen die neuen Signature Caps werden. Es sei denn, er macht noch einen Polotopia Cap in seinem Shop, wo er sich ja selbst... Ihr könnt nochmal gerne auf den Shop gehen und sie euch auch kaufen. Die schöne Tasse aus Steingut, das Mauspad, was hier vorher auch lag, aber ich weiß nicht mehr wo. Und die Buttons, die man sich gerne hier auf Hüte kleben kann, auf Ampeln, Laternen oder auf Autos. Damit man es immer mit herumfährt und weiß, dass man auf der guten Seite des Lebens steht. Mit dem kannst du auch angeln gehen. Mit wem jetzt? Mit dem Hut? Das stimmt. Und ich nehme auch den Hut als Köder. Und da kommt schon der fetteste Köder von diesem Stream. Liebe Leute, macht den Platz frei für den fettesten Köder in der Baba Bartonek Schützeshow. Wir gehen mit dir angeln. Sag mal. Und du willst Würstel essen gehen? Tolle Wampe. Kommt bald was raus. So. Ähm. Wurst. Ich habe deinen Chat vorher deine Timeline von den ganzen Videos vorgelesen. Okay. Sie haben sich aber noch nicht entschieden, was sie zuerst gucken wollen. Okay. Hat es Flecken auf dem Pulli. Ja, ich habe mich gerade mit Wasser angetropft. Ist das wirklich Wasser? Naja. Ich war zwar auf der Toilette, aber so. Dann hast du dir die Hände gewaschen und so sieht es dann aus. Ja. Danke fürs verschenkte Abo. Na schau. Domi. Domi. 499. An den kleinen Kugelhub. Wir hatten vorher doch schon 500. Ja, das habe ich gar nicht gesehen. Aber ich glaube, das hat es jetzt wieder voll gemacht. Jetzt sind es 500. Ja. Na, es ist halt so, Abos laufen aus. Gerade so Geschenkabos und so. Deshalb mach nochmal das Shizu Baba Lied jetzt aus Freude, dass du jetzt wieder die 500 voll hast. Na gut. Einmal noch aus Freude. Weil die 500 voll sind. Und nur für euch. Es gefällt dir schon sehr, gell? Ich hatte heute wirklich einen Ohrwurm davon und hab das in der Straßenbahn vor mich hingesummt. Ja. Und dann haben die Leute alle mit eingestimmt in der BIM. Das ist die große, bunte Shizu Baba Show. Und alle sind mit dabei. Von Bartunek bis Lebeck. Wir rocken die Bühne. Ja. Ja. Mit Lachen und Götz. Mit Kindern, Comedy-Rad. Streamen, träumen, lachen. Das ist unser Lebensfaden. Baba Bartunek, der Meister der Mimik. Mit seinem Humor, da bleibt kein Auge trocken. Und Herr Lebeck, der Wort Akrobat. Seine Lines sind scharf wie ein Rasiermesser. Ohne Schnitt und Naht. Wir sind die Streamer-Crew, die Showtime-Crew. Von der Couch bis zum Greenscreen. Wir geben Gas. Das ist kein Tabu. Die Community, sie lacht, sie klatscht. Sie feiert den Gäse echt. Wir sind wahrhaftig. Wir sind die Streamer, die nie verlieren. Das ist die große, bunte Shizu Baba Show. Und alle sind mit dabei. Von Bartunek bis Lebeck. Wir rocken die Bühne. Mit Beats und Beats. Wir flohen. Wir reimen. Denn das ist, was wir lieben. Baba Bartunek, der Lebeck. Die Shizu Baba Show. Das hat aber Spaß gemacht. Habst du heute, dass wir jeden Morgen, wenn wir um 6 Uhr anstatt Kranken auf Sendung gehen, dann bekommst du 3%. Wie viele 200, wie viele 400.000 Euro pro Jahr. Vielleicht haben wir 5.000 Flecken. Wie heißt diese AI Suna? Die Shizu Baba Show. So. Ein kühles Erfrischungsgetränk. Gönnt ihr ein kühles Erfrischungsgetränk? Gut. Ich glaube, wir haben schon ein paar Mal... Also, es ist so. Paulus Mank, gell? Da ist er. Noch ein Großverdiener. Ja, genau. Paulus Manker begleitet mich eigentlich schon, seit ich angefangen habe... Schauspiel zu machen. Schauspiel zu machen. Man hat immer schon über den Paulus Manker geredet. Paulus Manker dies, Paulus Manker das. Und... Und... Warte, was ist das jetzt? Was habe ich denn da jetzt aufgemacht? Paulus Manker. Ne, Paulus Manker heißt er. So, ich muss da ein paar... Ich habe ein paar... Ich habe ein paar Clips und so vorbereitet. Ich mache das mal alles auf. Und dann arbeiten wir uns durch. Das tut mir... Was? Die Werbung, da müssen wir noch abwarten. Dann schauen wir uns... Ja. Ja. Also, so Paulus Manker... Ich habe angefangen so... Meine ersten... Meine ersten... Wir lieben uns alle! Mellowbeck, danke für das verschenkte Abo an Fräulein Zahn. Meine ersten Schritte so in Wien im Theaterleben waren ja so... War oft Theater. Und... Auch damals hat man schon geredet... Von Paulus Manker. Das Enfant Terrible. Du kommst in Wien einfach nicht an ihm vorbei. Du kommst nicht an ihm vorbei. Der hat einfach einen Ruf. Ja, das muss man schon sagen. Und ich kann mich erinnern... Ich habe so... Das allererste, was ich gemacht habe, war... Bei so einem Rockmusical habe ich so einen Cyborg gespielt. Von Frank Zapper war das Joe's Garage. Und da waren ein paar... Da war eine Sängerin dabei. Und die hat mitgemacht beim Falco Musical. Das war Anfang der 2000er. Im Ronacher, glaube ich. Falco, Meets, Amadeus hieß das auch. Weil jetzt spielt er ja gerade wieder ein Falco Musical, aber das hat damit nichts zu tun. Genau. Und da hat das... Der Manker hat das inszeniert. Und dann hat die... Die Sängerin... Gott, wie hießen die schnell? Ah, jetzt weiß ich nicht mehr, wie sie hieß. Und auf jeden Fall hat die erzählt... Die haben bei der Probe... Gab es eine Rampe... Und der Manker hat gesagt, ihr lauft da runter. Und die hatten alle hochhackige Schuhe an. Und die haben gesagt, wir können da nicht runterlaufen. Und er hat gesagt, ihr lauft da runter. Und dann hat sich einer die Bänder gerissen dabei. Ja, so. Das war so das erste Mal, als ich von Paulus Manker gehört habe. Er hat aber auch sehr viele Kommilitonen vom Reinhard-Seminar. Ja. Zum Beispiel mit dem Tisch geschlagen. Ja, klar. Der eine hat seinen Zahn ausgeschlagen. Zähne aufgeschlagen. Etc. PP. Volles Programm. Ja. Da, Paulus Manker, 25. Jänner 1958 in Wien geboren. Österreichischer Schauspieler, Filmtheaterregisseur. Der kommt halt wirklich aus einer krassen Künstlerfamilie. Das muss man schon sagen. Seine Mutter war die Hilde Socher. Eine Wahnsinns-Schauspielerin. Richtig. Da steht eh Manker, der Sohn der Schauspielerin Hilde Socher. Und des Regisseurs und Theaterdirektors Gustav Manker. Ja, so. War dann am Reinhard-Seminar und hat... Ist er aber laut einer Dokumentation, die er mit dem ehemaligen Staatsoperintendanten Ian Holländer gemacht hat, sagte er zum Herrn Holländer, dass er, weil er asozial war, von einem Seminar geflogen wurde. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, so. Dann hat er beim Sadek... Peter Sadek war er Schauspieler. Dann war er Ensemble-Mitglied am Burgtheater unter Peimann. Und er hat dann auch eine Filmkarriere gemacht. Und dann hat er angefangen, Alma zu inszenieren, als Regisseur. Über die Alma Mahler. Ein wahnsinns Theaterprojekt. Und dann auch die letzten Tage der Menschheit. Genau. Das war so ein interaktives Ding, wo das Publikum mitten in diesem Stück drin sitzt. Und man kann mitlaufen. Es gibt was zu essen. Die Karten waren, glaube ich, immer sehr, sehr teuer. Ich glaube, unter 100 Euro gab es da keine Eintrittskarte. Ja. So. Rezeption hier. Manka gilt als eigenwillig und polarisierend. Als sensibel, verletzend, genialisch bis zur Unausstehlichkeit. Als wuchtiges Multitalent der österreichischen Kulturszene. Provokateur und enfant terrible, der aber auch Journalisten ungewöhnliche bis unfreundliche Interviewantworten gibt und damit für große Irritationen sorgt. Magdalena Miedl schrieb 2024 nach einer NDR Dokumentation mit Missbrauchsvorwürfen gegen Manka. Gerade am Beispiel Manka wird deutlich, wie sehr dem Theatermacher sein enfant terrible image nicht schadet, sondern die Öffentlichkeit übergriffiges Verhalten eines Stars entschuldigt und kleinredet. Ja. Bei uns in Österreich. Bei uns in Österreich tatsächlich. Alma wollte er spielen in Amerika. Er darf nicht mehr inszenieren. Die haben so eine starke Gewerkschaft für Schauspieler und Schauspielerinnen. Genau. Und das wurde ihm sofort eingestellt. In Israel hat er Riesenprobleme bekommen. Bei uns in Österreich hat man es ihm durchgehen lassen. Der Dieter Wedel hat ihn rausgeschmissen, einen Tag vor der Premiere. Zu spät. Ja. Einen Tag vor der Premiere hat Dieter Wedel ihn als Hauptrolle rausgeschmissen. Im Sommer 2020 veröffentlichte die Wochenseitschrift Falter in zwei Ausgaben Berichte, in denen mehrere ehemalige Mitglieder, darunter die Schauspieler Manuel Breuer, Werner Wulsch und Tina Haller, die kennen wir, die Tina, schwerwiegende Vorwürfe gegen Manka erhoben, die von Ausbeutung über Einschüchterung bis hin zu physischer Gewalt reichten. Der Falter schrieb, wir haben uns zur Publikation der Errungenschaft entschlossen, um den systematischen Charakter von Mankas Erniedrigungen darzustellen. Sein künstlerisches Werk beruht auf Machtmissbrauch. Je mehr wir über Mankas Arbeit erfuhren, umso weniger ließ sich das Image vom launischen, von Emotionen gebeutelten Genie bestätigen. Manka wurde mehrfach von Mitarbeitern verklagt, da ihm die Gage schuldig geblieben sei. Oft erschien Manka nicht zu den Gerichtsverhandlungen oder gab per Post keine gültige Adresse an, womit sich die Verfahren in die Länge zogen, aber wir wissen, wo er wohnt. Im August 2020 hat er drei arbeitsrechtliche Verfahren verloren. Der Herr Martin übrigens hat ihn ja auch vorgesprochen in Wiener Neustadt, wo ich ihn auch mal vorgesprochen habe und es wurde gesagt, weil es ist ja auch ein Weg ungefähr von Wien bis Wiener Neustadt, das sind glaube ich 40 Kilometer circa mit der Schnellbahn, aber es ist halt ein Weg und seine Stücke gehen ja sehr sehr lange. Das heißt, du kommst nicht mehr mit der letzten Bahn nach Wien zurück. Und er hat gesagt, ja dann schlaf doch einfach hier in der Halle. Ich glaube, bei dem haben alle mal vorgesprochen. Ja. Mitarbeiter berichten auch von verbaler Demütigung und physischer Gewalt. Manuel Breuer schrieb über Manka, er tobt, er demütigt, er bestraft. Ein Regieassistent schilderte eine Probe, die sich bis spät in die Nacht zog. Manka ging auf die Schauspielerin los und schleifte sie unter wüsten Beschimpfungen durch die Garderobe. Ich bin daneben gestanden und habe meinen Mund nicht aufbekommen. Es war richtig arg. Danach hatte die Frau an den Armen blaue Flecken und erhielt über Mail eine Abmahnung im arbeitsrechtlichen Sinn. Der Schauspieler Werner Wulsch verletzte sich während einer Produktion am Meniskus, woraufhin ihm von Manka Vertragsbrüchigkeit vorgeworfen wurde. Als ich ihm schrieb, dass eine Operation nötig sei, erwiderte er, ich hoffe, sie werden dir das Bein abnehmen. Der Künstler Flash Fritz berichtet, er wurde fristlos gefeuert und erhielt Betreuungsverbot bei den Proben, nachdem er die Stimme verloren hatte. Zudem ließ Manka einen Imbisswagen, den der Schauspieler gehörte, am Boden festschrauben, um ihn für die Aufführung zu nutzen. Die Schauspielerin Tina Haller schrieb von unkontrollierten Wutausbrüchen und Menschenverachtung. Manka wies die Vorwürfe von Breuer zurück, ich habe niemanden gezwungen, bei uns mitzumachen. Auf die weitere Aussage von Mitarbeitern reagierte er nicht, bedankte sich aber beim Falter für die große Publicity. Laut Falter wurden zwischen 2018 und 2023 bei der Arbeiterkammer 13 Anzeigen gegen ihn gestellt. Alles in den Gerichtsverfahren zugunsten der Mitarbeiter ausgegangen. Konsequenzen gab es für Manka keine, da er ein Auffangnetz aus Vereinen und Kommanditgesellschaften aufgebaut habe, wodurch die Schadenersatzforderungen aus dem Insolvenzentgeltfonds der öffentlichen Hand beglichen wurden. Genau, weil immer wenn er seine Millionenschulden hat, weil er hatte doch mal diese Eisenbahn gegen die Wand gefahren und alle solche Geschichten, reicht der Insolvenz ein, wo du ja nur einen gewissen Geringersatz der Schuld zahlen musst und so kommt er dann immer wieder ins Reiner. Ja, man hat das gewusst, man hat, ihr findet das noch lustig, genau, das finden wir höchst amüsant, weil genau so muss man mit Schauspielerinnen und Schauspielern umgehen. Durch die Garderobe schleifen. Generell, genau so muss man mit Menschen umgehen. Und deshalb finden wir das auch richtig lustig, Strohkopfe, du obermoralischer Apostel hier, der uns darauf aufmerksam macht, was wir für schlechte, schlechte Menschen sind. Kannst du uns ja bitte melden bei Twitch. Geh mal, frag mal im Proletopias Community, da hängst du ja eh auch ein bisschen ab, ob ihr uns meldet, dafür, dass wir gelacht haben. What the fuck, was bist denn du für ein Vollhorst? Ja, abgrundtief böse. Im Sommer 2023 führte Manka die Stücke Alma und die letzten Tage der Menschheit im Südbahnhotel am Semmering auf, was übrigens gerade frisch renoviert wurde. Nach einem Zerwürfnis mit Eigentümer Christian Zeller besetzte er das Hotel mit seinen Requisiten. Am 30. September 2023 fand die letzte Vorführung von Paulus Mankas die letzten Tage der Menschheit im Südbahnhotel am Semmering statt. Laut Vertrag hätte der Künstler spätestens 45 Tage später das Hotel räumen müssen. Am 30. Jänner 2024, darüber hatten wir nämlich auch kurz berichtet, fand schließlich eine vom örtlichen Bezirksgericht angeordnete Zwangsräumung statt und Manka beziehungsweise seine Requisiten wurden aus dem Hotel entfernt. In Summe der Streitigkeiten stehen außerdem weitere Vorwürfe im Raum. Es fehlt rund eine Million Euro. Da lacht ja nur Robert Kradtke drüber. Die Manka mit dem Co-Veranstalter teilen hätte sollen, das aber nicht getan hat. Er sei bereits gerichtlich zur Einhaltung des Vertrags verpflichtet worden. Ein vom Gericht für alle Einnahmen bestimmtes Konto, auf das Manka überwiesen hätte müssen, sei trotz verhängter Betrugsstrafen immer noch leer. Ja, ja. So, weitere Vorwürfe kommen von Anna-Werner Friedmann, da schauen wir uns dann an, da habe ich einen Zeitungsartikel. So, und jetzt kommt es, weil es ist so, das hat man gewusst, über Jahre, Jahrzehnte hat man das gewusst, dass das so ist bei uns und man hat einfach die Fresse dazu gehalten. Man hat einfach dazu die Fresse gehalten. Ich kann mich noch erinnern, ich habe in einer Produktion gespielt 2010 von Kupferblum und da war eine Schauspielerin dabei, ich habe leider vergessen, wie sie heißt, und die hat mir erzählt von einer Kollegin, der hat ihr so dermaßen in den Bauch getreten, dass die ins Krankenhaus musste. Und eine andere Frau hat einen Zahn ausgeschlagen. Ja, die war bei uns in keiner Zivilisation. Genau, genau. So, und das hat man gewusst. Das hat man gewusst. So, und ich habe mir immer so gedacht, what the fuck. So, das ist halt Österreich. So, das ist Österreich. Wir gehen trotzdem hin und sprechen vor. Genau, ja, Zahnausschlagen, nichts gut, genau, Fräulein Zahn. Ja, richtig. So, und dann kam jetzt, Ende Januar, glaube ich war es, oder Mitte Februar, kam die NDR-Produktion gegen das Schweigen, Machtmissbrauch bei Theater und Film. In der NDR-Produktion gegen das Schweigen, Machtmissbrauch bei Theater und Film nimmt Manka einen großen Teil der Dokumentation ein. Der Sender kontaktierte laut eigenen Angaben rund 50 Schauspielende, die ihn über 15 Jahre mit Manka zusammengearbeitet hatten. Manka selbst wollte und mit dem NDR nicht sprechen, drohte aber per Anwalt mit Klage gegen Rufschädigung. Muss man wissen, da ist er halt super schnell. So, was Klagen betrifft, bam, ist er da und klagt wirklich, der hat Leute um die Existenz geklagt. Seine Ausraster seien keine Ausnahmen, sondern ein Grundton gewesen. Beleidigungen und verletzende Aussagen seien zu hören gewesen. Etwa, bewegt dich du Fotze oder du bist ein Mannweib, das niemand ficken will. Nikolaus Firmkranz, mit dem ich übrigens auch schon selber Theater gespielt habe, der 2006 bei Alma, die Witwe der vier Künste, im Kronprinzenpalais Berlin mitwirkte, schilderte eine Szene der Zusammenarbeit. Er schaut mich wütend an und kommt mit hochrotem Kopf auf mich zu. Er kommt auf mich zu, vor allen Leuten, holt mit der Faust aus und volle Kanne aufs Ohr. Eine weitere Schauspielerin berichtet, wie Manka sie bei einer Vorführung in den Bauch getreten habe. Das ist die Story, ja. Also zwei Schauspieler empören sich, dass Schauspieler nichts gesagt haben. Weil du musst halt wissen, Strohkopfi, Wien ist so klein, alle Schauspielerinnen und Schauspieler, wir schlafen alle in einem Gemeinschaftssaal. So, wir sind alle miteinander vernetzt, weil man weiß ja, Wien ist eine sehr kleine Stadt so. Und da kennt jeder jeden. Und deshalb haben wir halt auch nichts gesagt, Strohkopfi. Ja, du Trautl. Am 4. März 2024 nahm Manka in der ORF-Sendung Kulturmontagsstellung zu diesen Vorwürfen. Er zeigte sich einerseits bestürzt, äußerte aber auch, die Vorwürfe kämen von Blockwarten, Kleingeistern und AMS-Zombies. Nur weil etwas behauptet werde, müsse es nicht stimmen. In der Zeitung Die Presse bezeichnete die Kommentatorin Almut Spiegler den Auftritt Mankers als einsteilschwer zu ertragende, peinliche Vorführung des angeprangerten alten Systems in seiner wohl übelsten Ausformung. Der ORF wurde dafür kritisiert, einem muslanischen Täter so viel Raum geboten zu haben. Ich fand es, grundsätzlich finde ich es okay, dass man ihn eingeladen hat. Nur, das war eine Farce. Ich habe mir das angeschaut. Ich muss sagen, es war eine Farce. Der Moderator, er hat sich bemüht. Aber du hast richtig gemerkt, der Manka, der hat diese Aura. Der hat diese Aura, diese böse, wirklich. Der hat einfach diese böse Aura und die trauen sich gar nicht, der traut sich gar nicht so wirklich. Die haben irgendwie versucht, das rumzubiegen. Weil war sie nett zu mir beim Vorsprechen. Ja. Und dann habe ich hier einen Beitrag aus der ZIP, den schauen wir uns an. Also sozusagen die Tagesschau von Österreich. Genau. Schwere Missbrauchsvorwürfe gegen Regisseure Manka und Pölsler. Das kam in dieser NDR-Doku, kam das raus. Und da siehst du eigentlich, wie wichtig das ist, dass über sowas einfach berichtet wird. Ja, man muss es immer öffentlich machen. Ja, klar. Wie wichtig das ist, dass darüber berichtet wird. Und beim Falter, okay, das haben ein paar Leute gelesen. Da hat er Kritik bekommen und so. Aber aus dieser NDR-Sache kommt er eigentlich nicht mehr raus. Da siehst du, was das auch für eine Macht haben kann mit Bild und Ton. Schauen wir uns mal an, was der Armin Wolf sagt. Übrigens auch einer der Top-Verdiener der österreichischen ORF-Mitarbeiter. Aber das finde ich noch, das stört mich weniger, aber mein Gott. So nochmal, mich erinnert das an Dieter Wedel. Ja, wobei ich glaube, dass der Manka schon noch eine steilere Nummer ist. Auf jeden Fall. Berichte über Missbrauch und Übergriffe in der Filmbranche haben 2017 die weltweite MeToo-Bewegung ausgelöst, in der berühmte Produzenten, Regisseure und Schauspieler beschuldigt wurden. Von Hollywood-Mogul Harvey Weinstein. Ja, das heißt, sieben Jahre verspätet kam es dann nach Österreich. Hier passiert ja immer alles etwas später. Ja, genau. ... bis zum deutschen Regiestar Dieter Wedel. Eine ganz neue Dokumentation des norddeutschen Rundfunks über Machtmissbrauch in Film und Theater konzentriert sich jetzt auf zwei prominente Regisseure aus Österreich. Paulus Manka und Julian Pössler. Ich meine, gut, man soll nicht so auf Äußerlichkeiten gehen. Stellst du das, Stefan. Ja, aber er ja auch ganz schräge Storys von ihm. Der war halt eher so ein bisschen so sneaky. Der war ein bisschen sneaky, war aber auch sehr unangenehm zu Schauspielerinnen. Das ist der Manka und das ist der Pössler. Der hat einen Filmregisseur. ... die die Vorwürfe zurückweisen, aber selbst nichts dazu sagen wollen. Es geht um Menschen, die einen Traum haben. Gerüchte gab es viele, schon lange. Nun berichten 200 mutmaßlich Betroffene und Zeugen von sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch am Filmset und im Theater. Haben wir noch, bitte? Im Fokus Regisseur Julian Pössler. Es war einfach laut, unangenehm. Sie kenne ich auch, die Lisa. Ja, ich kenne sie auch. Ja, habe ich mal. Aggressiv. Wir haben miteinander Essen. Destruktiv und eine permanente Stimmung von Angst am Set. Besonders in einer Situation habe Pössler sie fertig gemacht. Ein Vorfall, den Cornelius Obonia bestätigen kann. Ich war anwesend am Set und in... Er, Obonia, der hat jetzt nicht mehr viel zu verlieren. Ist ja auch ein geborener Hörbiger. Ja, für die Lisa ist das schon mutig. Ich glaube, da ging es bei den beiden um diesen Ausseekrimi, den sie ja beide dann gespielt haben. Ja, er erzählt jetzt die... ...Fall, den Cornelius Obonia bestätigen kann. Ich war anwesend am Set und in großer Nähe. Dazu kann ich sagen, A, ich kann das so bestätigen. B, ich würde das als einen, sag ich einmal, psychischen Übergriff auf jeden Fall bewerten. Seit fünf Jahren können sich Betroffene in Österreich an die Beratungsstelle WeDo wenden. Was ich besonders schockierend an der Dokumentation finde, ist, dass klar sichtbar wird, wie sehr dieses gewalttätige Verhalten von einigen eine Art Werbemasche für sie selber ist. Da hast du nie. Sie saß ihm dann gegenüber im ORF. Aber die hat ihn einfach komplett weggeklariert. Ich hätte es schon gefeiert, ich kann es auch verstehen, die will halt da nicht in die Konfrontation gehen, wenn man den ein bisschen getriggert hätte. Weil ich glaube, da braucht es nicht viel beim Manker, um den wirklich zum Ausrasten zu bringen. Und das wäre eigentlich, das hätte ich mir erwartet, wenn es nur einlädst zum ORF, dass du ihm so lange trittst, bis die Maske fällt. Und das hätte bei dem nicht lang gedauert. Einigen eine Art Werbemasche für sie selber ist. Almer Regisseur Paulus Manker setzt sich gerne als enfant terrible in Szene. Dass du natürlich ein Besessener bist, dass es auch viele blaue Flecken gibt. Du verlangst den Schauspielerinnen und den Schauspielern... Nur auf der Seele. Jetzt berichten... Ja, blaue Flecken, nur auf der Seele, nur auf der Seele. Ihr zwei wisst ja sicher noch mehr, rückt doch raus damit. Ich habe einmal vorgesprochen, zweimal, ich habe zweimal vorgesprochen bei ihm, mehr hatte ich mit dem nicht zu schaffen. Ich war einmal für die letzten Tage der Menschheit vorsprechen am Königlberg und einmal an der Börse in Wien vorsprechen. Das war irgendwann zwischen 2012 und 2018, glaube ich. Und da muss ich sagen, war er mir schon maximal unsympathisch. Aber wahrscheinlich auch durch die Geschichten, die man schon gehört hat. Schauspieler von einem Faustschlag auf den Kopf und Tritten in den Bauch. Derartige Fälle sind Symptome eines strukturellen Problems, sagt Stefanie Speiser, die mit Pölzler gearbeitet hat. Ein großer Teil des Problems in meinen Augen ist, dass es eine Struktur gibt, die das trägt. Dass es Leute gibt, die davon wissen und die die Hand drüber halten. Im Rückblick übt auch Cornelius Obonja selbst... Auch die Zuschauer und so. Auch die Zuschauer. Also ich meine, von mancher, das hat man einfach gewusst. Und die Leute sind ja zum Teil auch deshalb hingegangen, weil die gewusst haben, dass er ausrastet. Das war ja bei Kinski auch so. Der hat ja auch, die schaffen dann so eine Aura um sich und dann willst du das sehen. Das ist ein Tanz auf dem Vulkan. Wird er ausrastet. Es gibt so ein paar Leute. Hermut Berger war ja dann ähnlich. Wenn man den in eine Talkshow eingeladen hatte, wusste man, dass es peinlich wird. Deshalb vollkommene Absicht bei, wen hast du gerade eben gesagt, bei Kinski natürlich, ganz klar. Die starken Leute von der Technik sollten da mal einschreiten. Ich habe dann eh noch was dazu von einem Techniker. Der hat den kaputt geklagt. Der hat Kohle. Schau, du kannst, wenn der, das ist halt das Problem, wenn der die Deckelung von oben hat, kannst du nichts machen. Da hast du keine Chance. Und der Falter war einer der Ersten, die wirklich kritisch über ihn berichtet haben. Da ist nicht viel passiert. Jetzt ist es aus. Aber nur, jetzt ist er 66. Aber man muss da auch immer denken, warum haben ihm die ganzen Schauspieler vorgesprochen? Weil man einfach wissen muss, es gibt so viele Leute in dieser Stadt und in diesem Land oder allgemein, die sich Schauspieler nennen. Und es ist normalerweise so, dass Vorsprechen in dieser Art gar nicht stattfinden. Natürlich gehst du hin, wenn du das denkst und denkst, Ha, wenn ich mal mit einem Banker gearbeitet habe und das quasi in Anführungsstrichen überlebt habe, dann macht mich das stark. Aber es geht auch schlicht und ergreifend ums Geld. Ums Geld verdienen, ganz genau. Wir müssen Miete zahlen, Essen zahlen, etc. pp. Kritik. Ich hätte härter eingreifen können und härter eingreifen müssen. Und wenn diese Dokumentation oder all das, was da, wenn es denn wahr ist, so, und das glaube ich schon, wenn das so ist, dann ist es eine wunderschöne, sage ich mal, und langüberfällige Einladung an uns alle, speziell an die Kollegen, die arrivierter sind, die älter sind, die schon viel mehr Erfahrung haben, einfach den Mund aufzumachen. Denn eines ist klar, es trifft hauptsächlich junge Kolleginnen. Viele Betroffene haben... Jetzt muss ich aber ganz kurz sagen, was der Herr Obonja da gerade gesagt hat, ja, ist okay, aber er hat mit Pölzler ja weitergedreht. Ja. Die haben ja danach noch eine neue Staffel gedreht. Ja. Mit übrigens einer Kollegin, mit der ich jetzt auch Theater gespielt habe, weil die jetzt natürlich umbesetzt wurde. Ja, das ist auch so ein Verdrängungsmechanismus und so. Zumindest sitzt er jetzt da und reflektiert und sagt, das war nicht okay und so. Im Moment aber trotzdem im Vertrag unterschrieben für die nächste Staffel. Ja, wie bei Weinstein. Auch, ja, hat man gewusst so. Bei Weinstein hat man es gewusst so. Kennst du die Story mit Brad Pitt? Dass Weinstein, die... Damals war der Brad Pitt zusammen mit Gwyneth Paltrow. Ja. Und der ist übergriffig geworden, ihr gegenüber. Und Brad Pitt ist zu Weinstein und hat gesagt, ist handgreiflich geworden und hat gesagt, nie wieder wirst du bei ihr das machen. Dann muss ich sagen, wie ich das gehört habe, habe ich den schon gefeiert, den Brad Pitt. Ich feiere den sowieso, aber das hat mir schon, die Story hat mir sehr gefallen. Aber Weinstein auch. Man hat das über Jahre, es sind Frauen an die Öffentlichkeit gegangen und der hat sie in Grund und Boden geklagt. Jetzt muss ich denken, gut, dass das jetzt alles öffentlich gemacht wird. Aber was die ganzen hunderte Jahre, seitdem es diese Theatertraditionen gibt, oder seit diesen tausend Jahren, was da immer passiert ist mit Männern und Frauen. Klar. Dieser Machtmissbrauch, die berühmte Besetzungscouch, in Anführungsstrichen und so weiter. Und was war es? Social Media. Na? Twitter. Hashtag MeToo. Das hat ihn dann zum Fallen gebracht. Aber das hat jetzt allgemein MeToo, ist ja ziemlich abgeflaut. Ja. Hat sich das Gefühl. Ich finde, bei solchen Geschichten, wie jetzt hier beim Herrn Manka, muss es unbedingt wieder hochkommen. Klar, klar. Nur, man muss schon sagen, es hat Frauen gestärkt. Auch wenn es nur ein bisschen war, aber es hat zu einer Stärkung, es hat zu einer Stärkung beigetragen. Ich habe einen Discord, doch, müsste eigentlich eh, warte. Rufzeichen. Was ist Discord? Da hast du es, ja. ZWLF 1212 spendiert 100 Bits. G100 mit 2 war der Vogue Start des Untergangs des Abendlandes, Herr Conray. Danke für die 100 Bits. Dankeschön. Ja, gut, schauen wir weiter. Es gab doch diese Doku über Dan Snyder von Nickelodeon. Ja, richtig auch. Also auch die ärgste abgefuckte Story. Der war so Programmmacher bei Nickelodeon, war im Knast, wegen sexueller Gewalt an einem Kind und hat dann wieder einen Job bekommen. So komplett komplett. Die kommen doch auch in Österreich durch die ganzen Skandale, auch für den Teichmöse. Ja, da kommen wir eh noch. Die haben ja auch noch ein Jobangebot bekommen, aber am Tag seines Prozesses. Ja, kommen wir eh noch dazu. Die haben Angst, keinen Job mehr zu bekommen oder verklagt zu werden. Ungewöhnlich emotional äußert sich heute Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. Ich finde es ehrlich gesagt vollkommen unerträglich, dass wir immer wieder mit solchen Geschichten konfrontiert sind. Mit Machtmissbrauch, mit sexualisierter Gewalt, mit verbaler Gewalt. Das muss jetzt einmal Schluss sein. Julian Pölzler. Ja, das ist halt so. Es ist wirklich so. Ich glaube schon, dass das in der Kulturbranche wahrscheinlich mitunter am ärgsten ist noch so. Weil man sich als Schauspieler oder allgemein als Künstler offen hingibt. Ja, aber du hast keine fixen Verträge, du hast kein fixes Dienstverhältnis, du bist angewiesen auf einzelne Projekte und das lädt halt ein zum Kuschen. Du hast die Sicherheit nicht. Du kannst in einem Krankenhaus ein Pflegepersonal, wenn das irgendwie von einem Arzt oder einer Ärztin, wenn die belästigt werden, da hast du ein Auffangnetz und so. Die können dich nicht einfach rausschmeißen deshalb. Aber in der Branche kriegst du halt keinen Auftrag mehr. Du kriegst halt kein Engagement mehr. Wenn du nicht parierst. Ja. Als Anwalt weist die Anschuldigungen in der Dokumentation zurück. Der ZIP liegt bislang keine Stellungnahme vor. Paulus Manka bezeichnet die Vorwürfe als frei erfrumpft. Ich meine, eigentlich schaut er eher aus wie ein Würstel. Henning schreibt, was in der Modelbranche los war, wurde ja auch um 2010 bis 2015 aufgearbeitet. Ja. Richtig. Im Sport ja auch. Im Sport auch. Das kommt ja alles jetzt erst raus. Allgemein im Schaubiss, in der Popkultur. Das kam eigentlich alles erst so die letzten 15 Jahre, kam das alles langsam raus. Obwohl sie es auch lange davor alle gewusst haben. Ja. Ja. Aber es gab halt in den Social Media, hat halt eine gewisse Macht gegeben, was Hörbarkeit betrifft. Also was Aufmerksamkeit betrifft. Habt ihr so etwas auch erlebt? Ich weiß nicht. Ich habe zum Beispiel mit dem Mulier gearbeitet. Und der Mulier, der hat es auf mich abgesehen und hatte mich am Kicker. Aber ich muss halt sagen, mir war es wurscht. Der ist übelstens auf mich losgegangen. Der hat den Bokkara inszeniert. Ich habe den Sohn vom Bokkara gespielt. Aber mir war das wurscht. Das ging halt da rein und das ging da, das ging da raus. Aber das liegt halt, weil ich da ein bisschen freaky bin. Aber das hätte schon anders auch sein können. Nur der hat mir dann einen Brief geschrieben. Mulier hat mir am Tag der Premiere einen Brief in die Hand gegeben, wo er sich entschuldigt hat bei mir. Und sein Sohn, der hat mitgespielt und hat gesagt, hat er noch nie erlebt. Hat noch nie erlebt, dass sein Vater sich entschuldigt hat für etwas. Muss man aber sagen, der war 84 damals schon. Und dann habe ich mitgemacht bei einer Produktion, ich sage jetzt keinen Namen, das war nach einem Seminar, wo der Regisseur übergriffig war gegen eine Schauspielerin, mit der war ich zusammen damals. Übergriffig, nicht jetzt körperlich oder so, aber er hat halt ganz klar sein Machtverhältnis ausleben wollen. Und den habe ich niedergeschrien. Da warst du der Brad Pitt in dem Moment. Den habe ich so dermaßen niedergeschrien, dass am nächsten Tag hat er mich gebeten mit drei anderen Leuten. Sind wir dann raus im Garten und haben uns hingesetzt und dann hat er so, naja, er weiß nicht, ob er noch mit mir arbeiten kann und so. Aber wir haben dann geredet und dann hat es eh wieder gepasst. Ja, sowas mag ich nicht. Ich mag so Typen nicht, die glauben, weil sie in einer Machtposition sind, dass sie was Besseres sind. Und ich habe auch ein Gespür für sowas. Ich habe ein Gespür und sehe und kann das ein bisschen schnuppern, was da gerade los ist. Wenn sich der Töpelhaft benimmt, ist es okay. Das kann passieren. Aber in dem Moment war ganz klar zu spüren, der hält sich jetzt für den Regisseur und wir sind das Geschmeiß und müssen kuschen. Reicht auch zu schreien. Ja, das geht schon. Kann man schon machen. Dann haben wir geredet. Dann sind wir draußen gesessen wie so eine Therapiesitzung. Wie so bei der Paarberatung. Das hat mir nicht gefallen und ich habe mich so und so gefühlt und ich bin heute mit richtig Angst in die Probe gekommen. Und ich wusste nicht, was ich machen soll, wenn ich dich sehe. Ich habe komplett Lust. Das sind halt meistens die größten Würstel und sind halt die, die das brauchen, in so einer Machtposition aufzugehen. Das sind eigentlich eh die größten Würstel. Ja, nur fürs Ego. Ja, ja. Und Manka, Falco haben wir schon gesagt. Und dann habe ich gefunden, die Fanny Brunner, die hat beim Manka vor mehr als 20 Jahren, war sie Regieassistentin. Und jetzt weiß man auch, was sie schreibt. Ich habe mich anfangs noch gewundert, wie schnell ich den Job in der Tasche hatte für den Relaunch der Falco-Cybershow in Brunnacher im Jahr 2001. Nach circa fünf Wochen Proben ging ich. Die Stage-Managerin hatte bereits wenige Tage vor mir die Produktion verlassen. Die Gründe sind immer ähnlich. Eine Kombination aus verbaler und physischer Gewaltausübung. Ja, 2001. Wir reden davon vor 24 Jahren. Mitunter auch sexueller Belästigung. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich immer noch keinen Vertrag. Allein arbeitsrechtlich der absolute Wahnsinn. Mit Hilfe eines uns von der Gewerkschaft zur Seite gestellten Anwalts klagten wir zwei Frauen den Regisseurs Paulus Manka. Die Gewerkschaft war hoch erfreut. Endlich traute sich mal jemand zu klagen. Denn Beschwerden über Manka gab es bei ihnen zu haufen. Kurz vor der zweiten Instanz, in der Klägerinnen, Zeuginnen und Beklagte aufeinandertreffen sollten, kam für mich ein akzeptables Vergleichsangebot durch die beklagte Partei und ich willigte ein. 2010, neun Jahre später, lud unsere Presseverantwortliche Paulus Manka zu einer Podiumsdiskussion ein, die im Anschluss an eine Stückentwicklung von mir stattfand und in der es um Manieren, Etikette und Umgangsformen ging. Sie tat das, ohne die Vorgeschichte zu kennen. Manka antwortete ihr per Mail, Da ich von den Brunnen nur aus schrecklicher Kuh kenne, kann ich mein Interesse nicht erwärmen. Also da siehst du halt, was das eigentlich für ein Man-Child ist. Wie so ein pampiges Kind. Man-Child trifft es einfach perfekt. Da ich Fanny Brunner nur als schreckliche Kuh kenne, kann ich mir mein Interesse nicht erwärmen. Diese Beschimpfung verstehe ich als unfreiwilliges Kompliment. Vor 20 Jahren war ich unerfahren jung und brauchte das Geld. Heute würde ich diesen toxischen Mann, diesen widerlichen und brutalen Kleingeist, nicht mehr mit Hilfe von ein bisschen Kohle einfach so davon kommen lassen. Ich würde für seine Verurteilung kämpfen. PS. Ich möchte meine Leistungen von damals nicht schmälern. Ohne Vertrag war ich gezwungen, mich der Sache gerichtlich zu stellen. Die Kraft muss man woher holen. Überall erklären, was passiert ist. Das Unrecht erst beweisen müssen. Ein Mini-Beispiel für Patriarche, Grausamkeit und systemische Ausbeutung. PS2. Oft habe ich von Theatermenschen relativ schulterzuckend gehört. Naja, er hat halt ein Problem mit Frauen. Naja, er hat halt ein Problem mit Frauen. Und es waren schon hauptsächlich Frauen, auf die er halt so abgegangen ist. Was dann auch ein Skandal war, was ich gar nicht mitbekommen habe, der Manka hat dann auch einen Aufruf unterschrieben. Da ging es um die Kauser Teichtmeister. Es ging um die Kauser Teichtmeister. Wir wissen, österreichischer Schauspieler, verurteilt wegen Besitz von Kinderpornografie. Und der hat damals in einem Film mitgespielt, der für den Oscar nominiert war. Ja, dieser Corsage. Corsage hieß der Film. Da ging es um die... Kaiserin Elisabeth und er hat Kaiser Franz Josef gespielt. Genau. Und dann gab es einen Aufruf, man müsse doch das Kunstwerk vom Künstler trennen. Der Teichtmeister, die Marie Kreuzer die Corsage inszeniert hat, die kann ja nichts dafür. Bibabu. Und dann hat hier auf Facebook Bernhard Dechern, diesen Schauspieler, auch in der freien Szene tätig, hat dann geschrieben hier, Paulus Manka hat den Aufruf der Kulturszene zur Differenzierung im Fall Teichtmeister neben vielen anderen mit unterzeichnet. Das war schon letztes Jahr, muss man wissen. Das war schon letztes Jahr. Zitat daraus, es ist eine Gratwanderung, die Opfer zu schützen, die Täter nicht zu schonen und dennoch die Arbeit vieler Unbeteiligter nicht in Kollektivhaftung zu nehmen. Ich meine, ich muss dir mal vorstellen, die lassen den das mit unterschreiben. Die haben das alle gewusst, was der Manka für ein Typ ist. Vehement verwehren wir uns aber gegen den diffamierenden Vorwurf, alle hätten alles gewusst. Hier, das ist dieser gesamte Aufruf. Unser Mitgefühl und unsere Solidarität gilt den Missbrauchsobfern. Klar, geht es um sexuelle Gewalt und so, aber du kannst dich trotzdem den Manka nicht darunter mit unterschreiben lassen. Der Umgang damit darf nicht zu Pauschalurteilen führen. Und dann alle, die da unterschrieben haben. Ja, Reinhold Bilgeri, Serge Falk kennt man, Franz Obel kennt man. Ich meine, so grundsätzlich, ja, kannst du das eh unterschreiben. Kannst du das eh aufsetzen. Weil, ich meine, gut, was kann die Marie Kreuzer dafür, wenn der Teichtmeister so ein Typ ist. Kann man das schon sagen. Aber nur, dass du dann da den Manka mit unterschreiben lässt, das ist halt schon eine Chuzpe, muss man sagen. Das ist halt schon eine Chuzpe noch der Extraklasse. Ja, da ist er ja schon wieder. Das ist relativ neu. Das ist ein relativ neuer Artikel vom dritten, vierten. Der hat jetzt gerade einen Prozess. Der Name der Frau ist schon gefallen. Anna Werner Friedmann. Diesen Zivilprozess, den der Regisseur gegen die Schauspielerin führte. Es kam nach viel Hickhack zu einem Vergleich. Doch bevor der Richter den mit Applaus reagierenden Zeugen verkündete, lieferte Manka einen neuerlichen Skandal. Er beschimpfte die anwesenden Medienvertreter wüst. Denen geht's allen zu gut, schrieb ein Krone-Leser unter der Vorberichterstattung zum Zivilprozess. Paulus Manka gegen Anna Werner Friedmann. Der Regisseur hatte die frühere Alma-Darstellerin auf Unterlassung geklagt. Dies hatte am 9. August 2023 bei einer Aufführung öffentlich hingeschmissen und laut der Klage zum Publikum gesagt, ich werde nicht bezahlt, alle anderen schon. Manka brachte diese Aussage Buh-Rufe und mediale Schelter ein. Muss man sich vorstellen. Die ist während der Vorstellung vor das Publikum gegangen und hat hingeschmissen. Während der Vorstellung. Das musst du mal machen. Also das ist auf jeden Fall sehr mutig und sehr stark. Manka brachte diese Aussage Buh-Rufe und mediale Schelter ein. Tatsächlich hatte Friedmann ihr Honorar erst am 16. August am Konto, später als in den Monaten davor. Und nach vielen ihrer Kollegen, aber laut Mankas Anwalt Dieter Ortner innerhalb der vereinbarten Frist, ohne Vertrag oder Anmeldung ist der 15. kein Fälligkeitsdatum, stellt Friedmann klar. Die Schauspielerin, die derzeit ein Engagement in Berlin hat, reagierte mit einer Privatklage gegen Manka wegen übler Nachrede und Beleidigung, weil dieser in Interviews sagte, sie erpresst und verleugnet mich. Fronten verhärtet, aber Vernunft dringt durch. Im Landesgericht im Zivilrechtssachen in Wien saßen sich die Streitparteien am Mittwoch in Saal 10 gegenüber. In exakt der Gleichkörperhaltung, mit verschränkten Armen und ernsten Minen. Das machen wir jetzt auch mal. Aber wir machen uns nicht darüber lustig, bitte. Über Manka schon. Manka blickt die von ihm verklagte Darstellerin nicht an, doch ist erkennbar, dass er jedes Wort von ihr aufmerksam wahrnimmt. Nach einigem Hin und Her appelliert der Richter an die Vernunft der beiden Parteien. Bevor weitere Kosten produziert werden, stellt sich die Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, dass sie das befrieden. Es folgt ein weiterer Hickhack. Ihr seid der Meinung, ich muss mich entschuldigen und ich bin der Meinung, sie müsse sich entschuldigen, blockte Friedmann, die von Anwältin Katharina Braun vertreten wird, einen Vergleich zuerst ab. Sie führt seit Wochen einen Medienfeldzug gegen mich unter dem Vorwand des Machtmissbrauchs. Dieser Vorwurf beruht auf einer Lüge, sagt Manka und ist sich sicher. Sie wird die Vorwürfe wiederholen. Ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen gesagt, sagt Friedmann, dass sie ihr Gehalt immer noch nicht voll ausgezahlt bekommen habe. Denn ist das Gewissen nicht rein, erwiderte Manka. Der Richter seufzte. Vor dem Saal hatten sich in der Zwischenzeit gut ein Dutzend Zeugen versammelt, die auf ihre Befragung warteten. Er nimmt einen neuerlichen Auflauf auf außergerichtliche Einigung. Es ist eh schon alles gesagt. Und tatsächlich kam es zu einer Annäherung und schließlich zu einem Vergleich bei Kostenausgleich. Beide unterlassen künftig ihre getätigten Aussagen und zogen ihre Klagen zurück. Zudem wurde das Bemühen formuliert, sich künftig gegenseitig in Ruhe zu lassen. Als er mich klagte, war für mich klar, dass ich zurückschlagen würde, sagt Friedmann und ist überzeugt davon, dass die von ihr eingebrachte Privatklage dazu führte, dass er sich am Mittwoch vergleichen wollte. Da mich meine Anwältin pro bono unterstützt, habe ich keine finanziellen Verluste, er schon. Doch das war noch nicht der letzte Akt der kuriosen Gerichtsverhandlungen. Denn aus dem Nichts heraus drehte sich der 66-Jährige zu den beiden Anwesenden, lach nicht, anwesende Medienvertreter und beschimpfte sie wüst. Diese Menschen haben keine Moral, schreit er. Sie sind die größten Typ auf diesem Planeten. Das letzte Gesindel, was HC Strache gesagt hat, stimmt. Ja, also er meinte mit Huren. Ohne Eklat geht es bei Paulus Manka offenbar leider nicht. Nee, der Typ ist einfach kaputt. Das ist sie, Anna-Werner-Friedmann. Ich habe mehr Follower als sie. Ich bin richtig famous. Darüber lacht man nicht. Warum nicht? Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, Stefan. So, also wir schauen weiter. Da gibt es einen kurzen Ausschnitt. Da klinkt man dann rein. Na, warte, das ziehen wir rüber. So, jetzt haben wir hier, schau, Kupferblum frühstückt mit Paulus Manka. Ah, der Kupferblum. Vor einem Jahr. Und um was geht es hier? Pass auf. Wie kommt sein böser Ruf zustande? War die Frage von Kupferblum, den kennen wir. Kupferblum war ein Lehrer bei uns am Seminar. Ich mochte ihn eigentlich total. Ich mag ihn immer noch. Ich nicht. Er fotografiert auch Damen. Nicht hier. Gut, aber es gibt auch eines, was ein gutes ist, um ihn zu berichten. Mach Instagram oder Facebook, aber ich möchte nicht so was den. Das kann Anwalt oder so. Ja, Entschuldigung. Ja, ist alles gut. Aber trotzdem. Ja, alles gut. Alles ist hier mit Vorsicht zu genießen. Ja, ja. Also, Kupferblum und Paulus Manka. Und es geht um, es geht um, warum hat er seinen bösen Ruf? Wie kommt das zustande? Wie kommt Ihr schlechter Ruf zustande, Herr Manka? Das haben jahrzehntelang die Journalisten verschuldet. Jahrzehntelang. So, jetzt musst Du Dir vorstellen, es wurde einfach gar nicht berichtet drüber. Über diesen? Über ihn. Jahrzehntelang, sagt er. Man hat es ihn jahrzehntelang durchgehen lassen. Da siehst Du halt, was der für ein Würstel ist. Mannerswerk, Herr Lülle. Das war mal irgendwas vor 40 Jahren. Ich wurde auch jetzt angekündigt als enfant terrible. Ich bin jetzt 64. Da ist man wirklich kein schlimmes Kind mehr. Aber einer Journalist schmiert es von den anderen ab, macht sich nicht die Mühe, irgendwas zu recherchieren. Auch diese Facebook-Leute, die sich da bei Dir beklagt haben, die haben hundertprozentig von meiner Arbeit, von meinem Leben, von meinem Wirken. Null Ahnung. Er ist halt das verkannte Genie. Nur, der ist immer so grauslich. Niemand weiß es, niemand war dabei. Und die finden das toll. Diese ganzen Internetforen und diese ganze Social Media, das ist ja zum Kotzen. Das ist wirklich nur die Spielwiese der Blog-Warte. Hast du gehört, du Blog-Warte? Wer ist der Mann da? Das ist der Paulus Manka. Ist ein österreichischer Theaterregisseur und Schauspieler und steht halt gerade massiv in der Kritik, weil er ein unglaublicher Typ ist. Also wirklich ein ekelhafter Mensch. Und nur, das Problem ist, man hat das über Jahrzehnte gewusst. Man hat es jahrzehntelang gewusst, was der eigentlich für ein heruntergekommener Typ ist. Und behauptet sich aber total als Opfer. Alle, es sind nur die anderen, die ihn schlechtreden. Und nicht mal im Ansatz ist er fähig, eine Selbstkritik zu bringen. Musst dir vorstellen, der saß bei dieser ORF-Sache, jetzt Anfang März. Und dann sagt der Moderator, naja, Herr Manka, wenn Sie so diese ganzen Vorwürfe hören über Sie und was diese Menschen so sagen, überlegen Sie nicht da für sich jetzt auch Konsequenzen daraus zu ziehen. Und dann sagt er so, ja, ja, natürlich, ich werde mir in Zukunft ganz genau überlegen, wen ich engagiere. Kenne ich nicht, aber krass. Ja, ganz drüber Typ. Ich meine, ich habe dann noch zwei Stellen. Der hat schon auch was zu sagen. Es ist halt so, der ist wirklich klug. Das ist ein intelligenter Typ. Der kommt aus einer Schauspielerfamilie. Der hat das Who is Who der österreichischen Theaterszene kennengelernt und so. Der hat auf jeden Fall auch was zu sagen. Künstlerisch ist er vielleicht ein Genie, aber menschlich ist er einfach ein Fiasko. Und für mich wiegt das aber nicht auf. Also ein künstlerisches Genie hat für mich keine Berechtigung, wenn ein menschliches Arschloch dahinter steckt. Es gibt ja unterschiedliche Haltungen. Moment, mit so einem Grusel, so schaut er aus. Der schaut wirklich so aus. Es schaut wirklich aus wie so eine Disney-Hexe oder wie so ein Uhu, so aufs Böse. Blockwarte. Es gibt ja unterschiedliche Haltungen. Moment, wenn ich so etwas sage, muss das wirken lassen. Da war ein Lacher. Da war ein Lacher. Da war ein Lacher auslachen lassen. Dann kannst du es weitermachen. Ja, ja. Ich wollte gerade das abfangen, weil wir waren zu wenig Lacher. Das steigert sich ja, das nähert ja das eine vom anderen. Dann haben wir mal eine Frau mitgebracht, die das anheizt. Und dann ist das ein richtiges Event. Also Klacköre sind auch noch da. Was ich auch ziemlich wünsch in dieser Geschichte finde, ist, das findet vor Publikum statt. Hier wohl offensichtlich im Porgian Beth, wie es da oben auf der Seite steht. Ja, genau. Das ist im Porgian Beth. Das ist ein Jazzclub im ersten Bezirk. Also sind Leute da hingekommen, haben womöglich auch noch Eintritt dazu gezeigt. Obwohl jeder weiß, was er für ein Mensch ist. Ja, klar. Du, ich weiß von Leuten. Und die applaudieren. Ich nenne jetzt keinen Namen. Aber ich weiß von einer Person aus meinem Umfeld, eine Frau, 60 Jahre, die ich total mag. Ur die kluge Frau, so sehr feministisch und so. Hat immer wieder bei ihr in der Arbeit auch so mit Hierarchien zu kämpfen gehabt. Und die ist auch da hingegangen. Ich habe der schon erzählt, das erste Mal von Paulus Manka habe ich der erzählt, 2010. Wie der Frauen behandelt. Das ist halt so, das sagt jemand. Wie sie es dann angefangen hat zu lesen, wie sie es angefangen hat zu lesen darüber, als die Presse berichtet hat, war es dann was anderes. Aber so dieses Hörensagen, das funktioniert halt nicht. Gut, warum so böse? Dann hat er hier noch ein Gespräch gemacht, ein Statement von ihm über Schauspieler. Pass auf. Schauspieler sind grenzenlose Opportunisten und Menschen mit dem schlechtesten Charakter auf der ganzen Welt. Noch mehr als Journalisten und Politiker. Schauspieler, schlechtere Menschen als Journalisten und als Politiker. Schauspieler, ja. So. Was habe ich hier? Guck. Da lachen sie auch beide gemeinsam. Ich glaube, das ist nochmal die gleiche Stelle. Mal wegschneiden, gehen wir weiter. Gehen wir. Nein, gehen wir weiter. Nein. Aber sie haben... Ich bin kein Nazi, aber dass ich mich besonders engagiert wäre, würde mich heroisch überhöhen. Ja. Ich habe allerdings, und das ist ganz interessant, über den... Aber Schauspieler haben eine Botschaft oft, ne? Schauspieler sind grenzenlose Opportunisten und Menschen mit dem schlechtesten Charakter auf der ganzen Welt. Bezug ist halt zum Nationalsozialismus so, weil der hat den Mulya noch gekannt. Mehr als Journalisten und Politiker. Also am Gipfelpunkt der Verwerfung sind Schauspieler. Also grauenvoll. Ein grauenvoller, opportunistischer, schrecklicher Menschenschlag. Ich kenne an meiner Hand keine fünf Kollegen, denen ich über den Weg traue. Ist aber wurscht. Es gab hier am Volkstheater im Krieg einen deutschen Intendanten, Walter Bruno Ilz. Dessen Nachlass ich entdeckt habe, weil der Michael Schottenberg, der Intendant war, vor dem jetzigen, hat eine Galerie der ehemaligen Intendanten malen lassen. Darunter auch meinen Vater. Und als die alle abge... Was ist denn? Was ist denn? Was machen Sie denn? Tun Sie das nicht ablenken, Hans? Herr Wahnsinn. Und da war diese Galerie... Das macht ihn gleich unruhig. Ja, das macht ihn nervös. Also sozusagen die Nachkriegsintendanten... Das ist ja auch seine Show. Es ist nicht deine Show, Baba. Ja. Es ist die Show vom Hinmanke. Ja. Aber das ist halt wie wenig Selbstbeherrschung. Der filmt mit dem Handy und das haut ihn schon raus. Ich glaube, der Bär, ich weiß jetzt gar nicht, der unten gesessen ist gerade, ob der auch dabei war. Auf jeden Fall habe ich gesagt, naja, pass auf, da gab es im Krieg diesen Ilz, hat er gesagt, aber das war doch ein bekannter Nazi. Ich habe gesagt, na, mein Vater, der als junger, junger Bühnenbildner dort, als ich begonnen hatte, der hat gesagt, der war gar nicht so ein Nazi, wie man gedacht hat, weil der war von Goebbels protegiert und alles mögliche, dachte man, ein Parade-Nazi, den haben sie dann nach Wien gesetzt. Der hat gesagt, nein, der war eigentlich ein toller Bursche. Und dann habe ich dem Schottenberg gesagt, naja, dann müsste man den malen, aber dann muss man recherchieren, wirklich, dass der einen guten Charakter hatte, damit man auf einmal einen Nazi dort in der Galerie hängen hat. Also habe ich mich auf die Suche gemacht und habe dann in seiner letzten Bleibe am Tegernsee in Bayern diesen Nachlass von ihm, der am Dachboden lag, gefunden und ausgewertet und dann dem Schottenberg grünes Licht gegeben und habe gesagt, na, der war toll, der hat eine große Feindschaft und eine große Kontroverse mit der NSDAP in Düsseldorf und der wurde dann sozusagen nach Wien strafversetzt. Und aus diesem reichhaltigen, reichhaltigen, von Düsseldorf nach Wien strafversetzt, das war noch eine andere Zeit. Der reichhaltigen Nachlass, der sein ganzes Leben umfasst hat, habe ich dann ein Buch gemacht, Enttarnung eines Helden. Und da steht alles drin, wie er sich ganz früh schon für die jüdischen... Ich meine, das ist, dass er durchaus intellektuell was kann und so. Das auf jeden Fall. Du bist ja auch ein Fanboy. Jetzt von ihm, warte, das schauen wir uns nachher an, das schauen wir uns zum Schluss an. Jetzt habe ich hier noch, das ist auch ein spannendes Stück Zeitgeschichte und das finde ich halt dann schon schön, sowas zu hören auch. Es gab in Österreich den Precht-Boykott. Hast du das gewusst? Es gab bei uns in Österreich, Precht hätte die Salzburger Festspiele übernehmen sollen. Precht immer gegen den Nationalsozialismus, so aufgetreten, ganz krass. Dann hätte der die Salzburger Festspiele übernehmen sollen und dann gab es aber aus der Kulturszene einige Leute, die massiv dagegen waren und die das verhindert haben. Das Precht, Intendant wurde bei den Salzburger Festspielen, was ich als ein Schandfleck empfinde. Empfinde ich als ein Schandfleck für Österreich. Natürlich waren die Österreicher fanatisch. Ja klar, was für ein Unsinn, die Österreicher waren sehr fanatisch. Damals leider die ersten Züge in die KZ aus dem Reichsgebiet kamen aus Österreich, soweit ich mich erinnere. Ja, auf jeden Fall. Du, klar, klar war das so. Nur, es gab schon auch einen österreichischen Widerstand. Das gab es schon auch. Das ist damals das Ende von dem Precht-Boykott. Und jetzt geht es halt um das Ende vom Precht-Boykott. Das war das Ende vom Brechen des Precht, vom Ende, der Beginn vom Ende des Precht-Boykottes. Die haben dann auch noch gespielt. Da war seine Mutter dabei. Die haben den kaukasischen Kreiderkreis gespielt und das hat dazu geführt, dass Precht wieder, der war ja komplett weg. Wieder gesellschaftlich akzeptiert. Nein, auch auf Bühnen, den hat man ja nicht mehr gespielt. Der gute Mensch von Setschorn und andere Theater haben sich dem angeschlossen, aber gebrochen. Und deswegen hat dieser Lothar geschrieben, das tapferste Theater von Wien. Und das war eben unter diesem... Und Mulya hat er auch mitgespielt. Der Mulya war der Richter. Der Mulya war der Richter. Der Mulya war der Richter. Er hat dann auch, glaube ich, große Erfolg in der Drei-Groschen-Opa und so weiter. Das war dann eine Marke, die mit ihr hat. Aber sozusagen der Wechsel des Mulya aus der Kabarett-Szene zu einem ernsthaften Schauspieler, das fand, ich glaube, durch meinen Vater initiiert... Also Mulya, menschlich Arschloch, muss man sagen. Mulya, ein menschliches Arschloch, aber immer ganz klar antifaschistische Haltung, brennender Sozialdemokrat. So kann mich erinnern, wie der erzählt hat über den Nationalsozialismus, wie er geschimpft hat über die ganzen Schauspielerinnen und Schauspieler damals, die Opportunisten waren und so. Der war dann auch in so einer Strafkolonie in Russland, weil er immer aufmüpfig war und so. Der war menschlich zwar ein Arschloch, aber gesellschaftlich war der immer ganz klar, ganz klarer Antifaschist und so. Am Volkstheater startet. Mit ihm habe ich einmal, das ist jetzt ein bisschen ein weiterführendes Thema, mit ihm habe wir einmal geredet über die Schauspieler der Zeit 38 bis 45, wo er das gesagt hat, was Sie jetzt vorher gerade gesagt haben, nämlich, dass es damals unglaublich viele Opportunisten gegeben hat, die halt reich werden wollten, die gut verdienen wollten, die beim deutschen Filmfuß fassen wollten. Ja, aber wenn ihnen einmal angeboten wird, der Napoleon in einem Film als Schauspieler, das müssen sie zusammenbringen, dass sie da rein sind. Das ist halt auch so die Frage, die ich mir stelle, wäre es jetzt anders so? Nein. Und dann gab es, es wurden tolle Gagen auch bezahlt im Dritten Reich, also die wurden richtig geködert. Da müssen sie schon einen guten Charakter haben, damit sie dem widerstehen. Also ich würde da nicht so schnell, ausnahmsweise jetzt, nicht so schnell, was bricht man denn? Stab. Im Stab. Brechen. Weil das ist halt, ich habe gesagt, das sind Opportunisten und daher ist das, das... Der Mulder hat das aber auch nicht gemacht, der hat nicht den Stab gebraucht, also er hat es nur versucht zu erklären. Und der war auch im Dritten Reich ein bisschen schon in einer Art Widerstandsgruppe. Springen wir ein paar... Ja, aber so richtig auch nicht. Ganz lustig, dass im Hintergrund aus dem Fenster das OPEC-Gebäude gezeigt wird. Wir reden dann eh noch heute, wir befassen uns noch mit einem anderen Künstler auch nachher und da geht es auch ein bisschen um Widerstand im Nationalsozialismus Österreich. Ich rede dann über die Performance, wo ich dabei war im Burgtheater. Da ging es halt auch darum, Anschluss Österreich und so und da gehen wir dann ein bisschen mehr drauf ein, weil es stimmt schon, Österreich hat sich nicht unbedingt mit rumbekleckert. Das muss man schon sagen. Und jetzt schauen wir uns zum Abschluss noch so. Es gibt nämlich ein Stück Manker Unruhe, ein Stück Übermachtmissbrauch am Theater. Das ist relativ neu, ich glaube in Kärnten wird das gemacht. Parisiert und das seit Jahrzehnten. Erst vor wenigen Wochen wurden in einer Dokumentation Vorwürfe wegen Machtmissbrauch gegen den Theatermacher erhoben. Nun hat das Klagenfurt-Ensemble ein Stück über den Regisseur und Schauspieler auf die Bühne gebracht. Dabei handelt es sich um die Inszenierung eines Textes des Autors Werner Kofler, in dem dieser nach einer Auseinandersetzung im Jahr 1997 mit Manker abrechnet. Nein. Nein. Also eine Abrechnung mit Manker finde ich irgendwie geil, muss ich sagen. Worte, die an das Enfant Terrible der österreichischen Theaterlandschaft gerichtet sind. Paulus Manker dürfte diese Worte in letzter Zeit des Öfteren gehört haben. Hier sind es aber die Worte des bereits verstorbenen Kärntner Schriftstellers Werner Kofler. Kurzer Rückblick. 1997 verfasst Werner Kofler für den ORF ein Hörspiel mit dem Titel Unruhe. Paulus Manker wird beauftragt, den Text einzusprechen. Mit dem Endergebnis ist der Autor aber ganz und gar nicht zufrieden. Erbrochen, plötzlich die Türe, die Wohnungstüre, eingetreten, aufgetreten, die hohe Doppeltüre, aufgeflogen, mit lauten Krachen, nach wenigen gezielten Tritten, die Türe. Na, 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 Manker, ne? Nicht so, Manker, nicht so schnell, ne? Werner Kofler beschließt, mit Paulus Manker abzurechnen und verfasst Manker, Invention. Eine knapp 100-seitige Wutrede, die das Klagenfurter Ensemble in gekürzter und mit dem Hörspieltext verwobener Fassung auf die Bühne bringt. Okay, der Kofler hat einen Text geschrieben als eine Gesamtabrechnung mit dem Manker, finde ich spannend. Manker, Unruhe, ist ein 70-minütiges Bühnensolo für Schauspieler Gernot Piff, der in die Rolle des Werner Koflers schlüpft. Die ersten drei, vier Wochen, wenn ich an einem Stück arbeite, da habe ich noch nicht Bauchweh. Das ist erst am Schluss. Dieses Mal war es umgekehrt. Es ist eine Textmaschine, es ist ein Mammutprojekt. In der Inszenierung von Angie Mautz sitzt Werner Kofler im Rollstuhl. Eine künstlerische Entscheidung. Die Idee des Rollstuhls für den Kofler war für mich einfach ein Unterstreichen dieses Gefangenseins eines Autors, der keine Chance hat, sich zu bewegen, wenn das Ding einmal im Kasten ist. In Werner Koflers Text geht es aber nicht nur um Paulus Manker, sondern um mehr. Ich glaube, Paulus Manker ist in dem Fall nur ein Symbol. Ein sehr willkommenes Symbol, weil er immer schon ein Mensch war, wo jeder wusste, dass er Probleme macht zeitweise. Und dadurch war er gut zu verwenden, um andere Dinge aufzuzeigen. Also über sein angeblich schlechtes Einsprechen des Hörspiels, die Villacher zu kritisieren, die Kärntner zu kritisieren und ganz Österreich. Ein Österreich, in dem Machtmissbrauch immer wieder ans Tageslicht kommt. Es ist natürlich ein Phänomen, das besonders von Männern jetzt betrieben wird. Natürlich, wenn man Macht hat, benutzt man sie. Das zieht sich aber nicht nur durch den Theater- und Filmbereich, sondern ich glaube durch alle Bereiche. Das Klagenfurter Ensemble hält der Gesellschaft mit Manker Unruhe noch bis zum 20. April den Spiegel vor. Und in Schweden? In Klagenfurt. Klagenfurt. So hat man doch auch wieder was draus gemacht. Österreich ist der eine Bruder, der dich zu üblem Benehmen verführt und dich zum einzigen Sündenbock macht. Österreich selbst ist nichts als eine Bühne, auf der alles verlottet und vermodert und verkommen ist. Eine in sich selbst verhasste Statisterie von 6,5 Millionen Alleingelassenen, 6,5 Millionen Debile und Tobsüchtige, die ununterbrochen aus vollem Hals nach einem Regisseur schreien. Das ist, dass Thomas Bernhardt hat ein bisschen den Zorn, sage ich mal. Ja, Paulus Manker, ich gehe mal davon aus, das war's, ist das Gerechtigkeit meiner Meinung nach nicht. Der Typ hat seine Karriere gemacht, der hat sich auch aufgeführt wie die letzte Sau. Aber ob es wirklich Gerechtigkeit ist, I don't know. Zum Abschluss noch kurz. Schau, nur damit man halt sieht, was er gemacht hat. Facebook-Gruppe Paulus Manker klagt einem Poster. Theatermacher zerrte Kurzzeitmitarbeiter vor Gericht, der ihn in der Gruppe Ich Scheiß auf Paulus Manker beschimpft hatte. Es gab eine Facebook-Gruppe, die hieß Ich Scheiß auf Paulus Manker. Und da hat einen Techniker, der bei einer Produktion dabei war, der 32-jährige Facebook-User, war im vergangenen Jänner, in dem im internetpopulären sozialen Netzwerk einer Gruppe beigetreten, wo er den Theatermacher als miesen Typ und Unmensch bezeichnete und sich über dessen körperliche Unappetitlichkeiten ausließ. Und der Manker hat den halt dann gleich geklagt. Hast du den Tweet von Hayali mitbekommen? Nee. Aber ich gehe mal auf Twitter. Ah, okay. Mit achten, achten. Ich musste lange durchatmen, aber Twitter ist kaputt. Mal gucken, weil die Cola war ja alles. Und dann kündigt Elon Musk sein neues Produkt auch noch für den achten, achten und kann Funfact keine Pointe. Ich meine, schau, dass Elon Musk auf Twitter quasi jetzt mit Faschos ist, sieht man so. Das ist auf jeden Fall so. Das ist halt wieder komplett los. Das nimmt eigentlich der ganzen Debatte seine Ernsthaftigkeit und seine Wichtigkeit. Was ist da los? Ja, Musk tut mit dem Höcke herumschreiben, hat mit dem Sellner schon geschrieben und so. Und sie schreibt, jetzt musste lange durchatmen, aber Twitter ist kaputt. Und dann kündigt Elon Musk sein neues Produkt auch noch für den achten, achten an. Fuck. Ja, das ist halt, das ist halt... Ich mag ja die Dunja. Ja, die ist eh cool. Aber da musst du halt ein bisschen überlegen, bevor du sowas, bevor du sowas raushaust. So, ich hüpfe auch noch schnell auf die Toilette und dann machen wir den nächsten... Cola, die Flasche, die ich noch gefunden habe, in den Kühlschrank gestellt. Mach mal den nächsten Künstler. Das geht hier wieder hin und her, hin und her. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich spiele jetzt nochmal das Lied. Für euch! Das ist die große, bunte Shitso-Baba-Show. Und alle sind mit dabei. Von Bartunek bis Lebeck. Wir rocken die Bühne. Ja. Mit Lachen und Götz. Mit Film am Comedy-Rad. Streamen, träumen, lachen. Das ist unser Lebensfaden. Baba Bartunek, der Meister der Mimik. Mit seinem Humor, da bleibt kein Auge trocken. Und erlebe ich der Wort Akrobat. Seine Lines sind scharf wie ein Rasiermesser. Ohne Schnitt und Naht. Wir sind die Streamer-Crew, die Showtime-Crew. Von der Couch bis zum Greenscreen, wir geben Gas. Das ist kein Tabu. Die Community, sie lacht, sie klatscht. Sie feiert, denn wir sind echt. Wir sind wahrhaftig. Wir sind die Streamer, die nie verlieren. Das ist die große, bunte Schizo-Baba-Show. Und alle sind mit dabei. Von Bartunek bis Lebeck. Wir rocken die Bühne. Mit Beats und Beats, wir flohen. Wir reimen, denn das ist, was wir lieben. Da mache ich euch nochmal aufmerksam auf den Baba-Web-Shop, wo man sich nicht nur so tolle Tassen ordern kann für Geburtstage, Feierlichkeiten oder einfach nur, um sie seinem Chef auf den Kopf zu hauen, sondern auch, was man in Zukunft wohl öfters auf irgendwelchen Litfaßsäulen oder Ampeln kleben sieht. Es sind hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lustige Sticker drauf, die unbedingt geklebt gehören. Erst kaufen, dann kleben und damit sehr viel Spaß machen und jedem, der es in Zukunft sehen wird, auch eine große Freude machen. Mir gibt es gar keinen Aufruf zur Gewalt. Ich klebe für Geld. Das Gewaltaufrufe. Nein, Aufruf zur Gewalt. Wobei ich jetzt gerade gesagt habe, dass man mit der Tasse seinem Chef auf den Kopf hauen kann. Wenn man, dann muss man ja nicht fest, ne? Aber man kann Manker damit auf den Kopf hauen. Ja. So, machen wir weiter im Programm. Stell dir auf, dass ich eine neue Haube aufhabe. Ja, du wechselst, du, wie so ein Madonna-Konzert, ne? Was? Nee, eigentlich gar nicht. Ich bin da nicht so der Fan von... Aber ich muss auch sagen, in Wien waren es fast 30 Grad heute und mit dieser Winterhaube jetzt auf dem Kopf ist mir jetzt schon ziemlich warm. Was kommt jetzt? Warte. Also, schauen wir uns an. Tanzverbot. Ist das das, was wir schon einmal gesehen haben? Das hast du schon mal gesehen. Das hast du schon mal gesehen. Das ist Tanzverbot. Für die Uhrzeit. Tanzverbot. Du willst für ihn grüßen? Ja. Aber wenn du jetzt irgendeine Scheiße sagst, dann werde ich sauer. Ich grüße niemanden. Ich hätte nicht gesagt, keine Scheiße. Okay. Ich grüße die gesamte JN. Herr zu uns. Du kennst das eh schon. Herr zu uns, hat er gesagt. Herr zu uns. Was ist ein JN? Das ist eine Jugendgruppe. Aber keine böse. Nein, keine böse. Auf gar keinen Fall. Was macht ihr so? Wandern, Kulturveranstaltungen, so was. Okay, alles klar, mein Lieber. Alles klar, ne? Tschüss. Weiter. Ich habe keine Ahnung von Politik. Was? Junge Nationalisten, Kurt JN bis Junge Nationalisten, ist Jugendorganisation der Rechtsextrempartei, die hat... Oh, oh. Ich lasse heute niemanden mehr grüßen. Und jetzt hat mir ein aufmerksamer Zuschauer hat mir ein Video geschickt. Hat mir ein Video geschickt. Gemeinschaftstag. Gemeinschaftstag der jungen Nationalisten. Die sind auf Facebook, auf Facebook sage ich, die sind auf YouTube unterwegs. Stehen die auf bei Sonnenaufgang? Ja. 6.45 Uhr wird geweckt. So, und jetzt schauen wir mal, ob wir dann einen alten Bekannten sehen. Nicht mal mehr um 6.45 Uhr kannst aufstehen. Ja, so. Ausschlafen gegen Nazis. Erstmal mit einer Sirene wecken. So wirst du mal aufgeweckt, dass du gleich mal glaubst, die Alliierten... Aus dem Schweinestall, wie das aussieht. Bomber Harris ist schon im Anflug. Raus aus der Kajüte! So, an 7 Uhr Frühsport, hast du 15 Minuten... Viertel Stunde später. 15 Minuten hast du Zeit, um dich fresh zu machen. Und um das Bett zu machen, natürlich. Genau, Bett machen, anziehen. Ich glaube, da war er schon. Warte. Ich glaube, das ist er schon. Er hier. Gutmaßung. Eigentlich müssten sie um 5.45 Uhr aufstehen. Richtig. Dann gibt es Frühstück. Da ist er eh schon wieder. Das ist er. Er hier. 37 wird frisch gestückt. Ich wusste gar nicht so... Ich glaube, in Österreich gibt es das nicht, so Kleinkinder-Nazi-Camps, wo sie zusammenkommen. Also nicht, dass du das wüsstest, oder? Ja, ich wüsste es nicht. Aber wahrscheinlich links. Wir wissen ja, Hitlerjugend... Hast du gewusst, Hitlerjugend war links? Absolut. Hitlerjugend war links. Also ist das wahrscheinlich auch eine linke Gruppierung. Das war aber kein Kind. Rüppezahl. Gibt es Apfel und Wurst. Morgen Appell. Ja, da wird die... Fahne gehisst. Die Reichsfahne wird gehisst. Wenigstens keine Hakenkreuzfahne, aber das dürfen sie nicht. Da werden sie verhaftet. Die Reichsfahne, die sie dort hissen, sagt schon alles aus. Österreichische Nazis fahren nach Deutschland. In Urlaub. Ja, ins Sommer-Nazi-Camp. Aber es ist auch BDM. BDM ist auch mit dabei. Aber weniger. Männliche Kinder Nazis dominieren. Dann gibt es Schulung, politische Grundlagen so. Bildung steht da im Hintergrund. Wie lernst du, wie kannst du Twitch-Streams entern von großen Streamern? Mhm. Hat nicht Selner mal so ein Wild-Trainings-Camp gemacht? Ja, die machen das auch in Frankreich. Die idiotäre Bewegung hat in Frankreich so Sommer-Camps, wo sie zusammenkommen. Der Selner war beim Küssl mit dabei. Da wird der Mannschaft erst mal erklärt, was überhaupt bedeuten F1212 spendiert 100 Bits. Schier 100, da herrscht kein einheitliches Müh. Unterschiedliche Jacken, Röcke, Hosen, mit Kappi, ohne Kappi, lächerlich. Lächerlich, ja, keine richtigen Nazis. ...deut nationalist sein. Für viele heißt irgendwelche sinnlosen, sinnbefreiten Parolen. Was ist denn mit ihm los? Was überhaupt bedeutet Nationalist sein? Für viele heißt irgendwelche sinnlosen, sinnbefreiten Parolen zu rufen, um den Medien das nötige Futter zu geben, das Wort Nazi zu befeuern. Also die machen so sachte Öffentlichkeitsarbeit. Ja, um nicht zu kümeln durch die Nationalist zu hören. Für viele heißt irgendwelche sinnlosen. Ich meine, schauen wir mal an, was da für Bücher da auf dem Tisch liegen. Du kannst eigentlich, das ist halt echt schräg so mittlerweile, wie optisch, schaut aus wie so ein Linker. Wie so ein Linker eigentlich. Also what the fuck? Sie sehen schon alle gleich aus. Ja, kunn schon nix. Hallöle. Also. Sinnbefreiten Parolen zu rufen, um den Medien das nötige Futter zu geben, das Wort Nazi... Stopp! Auf halbem Weg! Geh. So, die Schrift ist noch so älter. Was ist das andere Buch? Handbuch der Jugend. Ah ja, das könnte Handbuch der Jugend, ja. Aktionsvorbereitung ist ein Dichtertag. Aktuell sind... Das ist auch das Kunstprojekt. Ja. Ja, und dann geht's gleich Mittagessen. Genau, jetzt wird ein Bild gemalt mit einer deutschen Frau. Ne, das ist eigentlich, was machen sie in Transparenz? Das Wort Nazi zu befeuern. Aktuell sind unsere Mitglieder hier in der Kreativwerkstatt. Ah, okay. Denn neben unserem... Kreativwerkstatt. Ja, die Kreativwerkstatt. Sie lernen Transparente zu machen. Kuhlengräber, man löne, schreibt kein Nazi, will mehr Nazi genannt werden. Wenn das der Führer wüsste, ja, der würde sich erschießen. Ein Bildungsangebot ist es ja für uns als jungen Nationalisten auch immer wichtig, den deutschen Lebenswillen auf die Straße zu tragen. Hinter mir wird gerade ein Transparent gemalt, das gegen eine geplante Moscheeeröffnung zum Einsatz kommen soll. Okay, der deutsche Lebenswille. Gegen eine geplante Moscheeeröffnung. Ja, klar. Kreativwerkstatt, Parolen aus Büchern von vor 1945 auf einem Trans beschreiben. Ja, der deutsche Lebenswille. Und sie malen auch in so schönen, bunten, positiven Farben. Ocker, braun und grau. Ja, vielleicht kommt noch was dazu, schau mal. Oh, Raufspiele. Kannst ja nicht, alles was irgendwie im Regenbogen drinnen ist, kannst ja nicht, du bist ja gleich schwul. Also sie machen jetzt von 11 bis 14 Uhr Kunstprojekt und dann Raufspiele. Also sie haben ja auch nichts, noch nichts zum Mittag gegessen, dass sie gefrühstückt haben. Jetzt wird's lustig, jetzt kommen die Raufspiele. Ja, habe viele Faschos mit Tunneln gesehen. Es wäre selbstverständlich nicht okay, wenn ihr euch einen Vorhängeschloss kaufen und mit Hilfe eines Drahtes an der Straßenlaterne fixieren würdet. Und dann noch so ein Baba-Bato-Deck-Aufklinger. Ja, und dann noch einen Sticker dazu. So, und jetzt kommen die Raufspiele um 14 Uhr. Wir haben zwei Mannschaften, die jeweils einen Startpunkt und einen Wimpel haben und das Ziel ist, dass eine Mannschaft beide Wimpeln, die jeweils einen Startpunkt haben. Schaut ihn ein bisschen aus wie Elon Musk, so der Typ. Vielleicht sind sie irgendwie miteinander verwandt. Wie so ein verkommener Elon Musk. Hat so ein Krötengesicht. Mhm. Schon, oder? Leicht errötete Wangen. Ja, wie so eine Kröte. einen Startpunkt und einen Wimpel haben und das Ziel ist, dass eine Mannschaft beide Wimpel zu ihrem Startpunkt bekommt. Jeder Spieler hat dabei Bentchen um... Sie sind alle in schwarz, weiß, rot gekleidet. Alle. Ja, so hier, aber eher so. Ja, aber alle tragen sie... Aber er sticht ja komplett raus. Ja, und er hat ja auch hier diese rote... Ja, aber er, der macht überhaupt kein gutes Bild. Eine Mannschaft beide Wimpel zu ihrem Startpunkt bekommt. Jeder... Spieler hat dabei... Ja, da ist er schon. Da ist er... Er hier. Bändchen umarmen, wenn das Bändchen abgerissen wird, dann ist derjenige raus. Man wird auf jeden Fall mutiger bei diesem Spiel. Man ist mehr... So was gibt's doch auch mit so Zombierennen, ne, wo du so Wimpel hast und dann gibt's Schauspieler als Zombie verkleidet, die dich dann im Wald attackieren und die versuchen, diese Wimpel rauszureißen. Das ist im Grunde das Gleiche. Aber hier raufen sie nur auf dem Boden. Ja. Klassische... Eine klassische Kulturveranstaltung ist das. Ja, so. Einfach noch ein bisschen Öl dazu und das wirkt schon ganz anders. Matt van Igel schreibt sie auch. Ja. Schon... Today I have a very strong feeling. Ja, schon ein bisschen. Today I feel gay. Was ist... Daran ist nichts wahrhaftig schwul. Das ist komplett heterosexuell. Was ist denn daran schwul? Das erst dann, wenn wieder Abend ist und Zapfenstreich. Er motiviert, in Risiken reinzugehen oder seine Angst zu überwinden. Wir machen es, weil wir wollen, dass unsere... Da er ganz agil... Mitglieder und sportlichen Ärger... Immer in der Mitte. Ein klassisches Sandwich. ...entwickeln und sich gegeneinander messen. Wie er sich freut, ne? Close-up. Wie er sich freut, Fame. Dass er ein bisschen... Dass er ein bisschen blutig geworden ist. Die Frisur sitzt... Was er wohl für Haarpflegeprodukte benutzt? Ich meine, gut, er schaut halt jetzt auch nicht unbedingt aus wie die hellste Kerze. so. Aber es ist trotzdem bitter, ne? Das ist so... Ich glaube, der Farbklecks kommt noch von der Kunstwerkstatt vom Vorbetag. Der ist doch mal drin, ne? Faulenzer und Gammler können ihren Platz in unseren Reihen nicht finden. Ja, was hat er gesagt? Faulenzer und Gammler. Und sich gegeneinander messen. Faulenzer und Gammler können ihren Platz in unseren Reihen nicht finden. Ja, Faulenzer und Gammler. Gammler war ja so in den 60er Jahren, glaube ich, sind junge Menschen tituliert worden mit den langen Haaren. Das war ein Gammler. Ja. Wo? Keine Ahnung. Und dann gibt es noch Feierstunde um 18.30 Uhr, dann wird ein Feuer und eine Hexe verbrannt. Feuer gemacht und eine Hexe verbrannt. Und sie machen auch Musik. Die sehen alle aus wie von der Hitlerjugend, ne? Das ist so. Aber was hat er vorhin gesagt in dem Stream von dem anderen? Sie machen Wanderungen und diverse Freizeitaktivitäten. Scheiße sagst, dann wird ich sauer. Ich grüße niemanden. Ich sage keine Scheiße. Okay. Ich grüße die gesamte JN. Her zu uns. Was ist ein JN? Das ist eine Jugendgruppe. Aber keine Böse. Nein, keine Böse. Auf gar keinen Fall. Was macht ihr so? Wandern, Kulturveranstaltungen und sowas. Okay, das ist feier. Okay, alles klar. Sie machen eine Ausstellung mit Bildern, die Sie in der Kreativwerkstatt gemacht haben. Das ist so. Das ist so diese Kulturveranstaltung, die Sie machen. Schönen Fackelzug, wie in Salzburg. Wahnsinn. Da ist er wieder. Und er kann auch trommeln. Ja, das war gar nicht so schön. Ne? Das war nicht so schön. Lauter schierer Leute mit schierer Ideologie. Bleiben wir beim Thema. Bleiben wir noch beim Nazi-Thema. Schauen wir uns noch den Fleisch-Nazi an. Ist das der, der rohes Hirn ist? Ist das der, der gerne im Wald wohnen möchte? Der Fleisch-Nazi. Der, dessen Freundin gesagt hat, schmeckt gar nicht so schlecht. Ja, okay. Seine Ex. Fleisch-Nazi erklärt uns, wie erhöhst du dein Testosteron und kommst in Kontakt mit den Göttern. Softe germanische Mannwerdung. Softe germanische Mannwerdung. Ja, softe. Was sind das für Ruhnen die ganze Zeit? Er ist soft. Er ist schon Gen Z. Er ist schon soft. Ich finde dein Baba-Schlied viel lustiger. Er macht auch Musik. Aber wir müssen uns jetzt nicht das Ganze anschauen, weil das ist ein mega Intro. Das geht eine Minute. Herzlich willkommen zu Baba-Schlied-Fu. Herzlich willkommen zu Die Kette, die Kette. Geht es nicht noch eine Spur? Geht es nicht noch? Ich sehe sie kaum. Es ist ein bisschen zu klein. Also wenn die Jugendgruppe außen herum gerade herummarschiert ist mit den Fackeln, um auch sein Lagerfeuer anzuzünden, drommeln sie ihm schon mal den Takt vor. Ist so. Aber irgendwie, ich kann es nicht genau erkennen, es müsste eine Spur größer. Baba-Schlied-Fu. Es gibt eine Frage, die ich immer wieder kriege. Seit Anbeginn bekomme ich diese Frage. Sei es in Kommentaren, sei es per E-Mail. Und ich bin noch nie wirklich direkt drauf eingegangen. Ich habe hier und da einige Hinweise gegeben. Die Frage, die mir immer wieder gestellt wird, heißt, wie erhöht man sein Testosteron? Ich werde jetzt in die... Das interessiert mich jetzt auch. Ja. Das ist so die von allen quälende Frage. Die meisten wissen wahrscheinlich gar nicht, wie hoch ihr Testospiegel ist. Aber Hauptsache... Das sind Messen? Wir kaufen uns mal in der Apotheke so einen Testospiegel. Na so einfach geht es nicht. Aber du kannst zum Arzt gehen. Läufst du Blut abnehmen. Und Testosteron verschreiben. Und kannst deinen Spiegel testen lassen. Meiner ist 100%. Ja. Und jetzt kommt das große... Ihr macht es aber spannend. Geheimnis. So. Mich würde... Lass uns mal raten. Was könnte es sein? Lass uns mal raten. Also auf jeden Fall nicht onanieren, aber das reden eh viele. Sex schon, aber onanieren nicht. Und... Aber nur mit... mit... mit gleichgesinnten Jungfrauen. Ja. Was könnte es sein? Ritzen. Spaghetti-Eis. Braten. Eis. Nee, Zucker ist ganz schlecht. Zucker ist ganz schlecht. Zucker ist ganz schlecht. Also auch keine Lakritze. Keine Lakritze. Keine... Keine... Keine Softdrinks. Spinat. Kartoffeln. Schnüffeln. An... An Unterhosen schnüffeln. Oder an Uhu. Im Geld überweisen. Ja. Das macht... Das macht... Das ist der Rohn. Ja. Gut. Schau mal. Der auch hilft, den Kontakt zu den germanischen Göttern zu finden. Ah. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, weil da drauf nicht wirklich Leute sind mit Rumtestosteron. Diese Stofftiere, diese Leute, die sich das so reinspritzen, diese künstliche Scheiße. Das hat ja nichts mit einem echten, gebildeten Testosteron aus einem natürlichen Körper zu tun. Okay. Welches sich erarbeitet werden muss. Das fällt nicht einfach vom Himmel. Das ist wie so im Shoppingkanal, ne? Es wird die ganze Zeit lang nur drumherum geredet und er kommt nicht zum Punkt. Bin ich gespannt, ob es was ist, was er verkauft oder ob... Ledermausblut oder so. Oder vielleicht ist er einfach in der Nacht ein Lagerfeuer machen und ins Feuer schauen. Glaubst du, er macht ja auch gleich Werbung für seinen Online-Shop. Der hat einen, auf jeden Fall, einen Online-Shop. Testoplaster auf die Eier. Ja. Okay. Glaube erhöht Testo. Hätte ich nicht erwartet. War's das schon? Die Leute, die sich das so reinspritzen, diese künstliche Scheiße, auch nirgendwo hört. Und was dir auch hilft, den Kontakt zu den germanischen Göttern zu finden. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, weil da draußen nicht wirklich Leute sind. Nein, es hilft dir, ne? Der Testo, der hohe Testospiegel, wenn du seinen Testospiegel holst, dann kommst du auch zu den germanischen Göttern. Die Cola rennt durch. Ja. Er verkauft auch, äh, er verkauft Fischöl, ja. Warten wir auf den Herrn Lebeck, der ist gleich wieder da, aber er darf das nicht versäumen. Das Coca-Cola läuft durch. Wenn euch das gefallen sollte, was wir hier machen, wenn ihr euch denkt, uns gefällt das, was der hier macht, dann gibt es die Möglichkeit, das auch zu supporten. Ganz einfach über Paypal oder Patreon oder über Bits auf Twitch oder über Subs auf Twitch. Man kann auch Subs verschenken an andere. Für 5 Subs, wie man weiß, mache ich alles. Für 10 Subs mache ich noch mehr als alles. Für 15 Subs könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was ich bereit bin für 15 Subs. Subs zu machen. Das Ganze geht auch auf YouTube. Man kann Kanalmitgliedschaften verschenken. Man kann sich eine Kanalmitgliedschaft gönnen auf YouTube. Für alle, die zuschauen, ihr seid herzlichst willkommen, euch eine Kanalmitgliedschaft zu nehmen. Ich sammle Kanalmitgliedschaften. Ich sammle Subs. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Manche Menschen sammeln Briefmarken. Ich sammle Subs und Abos und Kanalmitgliedschaften. Ich sammle auch Bits. Ich sammle auch Geld über Paypal. Ich bin ein Geldsammler. Muss man wissen. Ich zeige dann euch gerne mein gesammeltes Geld her. Herr Lebeck kommt. Er hat sich angepasst. Der gerade der Person, die wir gerade anschauen. Das Bild wurde immer noch nicht verschickt. Bald die Tage jetzt. Ohne Scheiß. Jetzt wird aber auch Zeit. Wo steht denn das da immer noch? Ja, ohne Scheiß. Es gehört die doch gar nicht mehr. Es gehört nicht mehr mir, aber es wird die Tage verschickt. Alles easy. Was erhöht den Testospiegel? Diese Stofftiere, diese Leute, die sich das so reinspritzen, diese künstliche Scheiße. Das hat ja nichts mit einem echten gebildeten Testosteron aus einem natürlichen Körper zu tun. Welches sich erarbeitet werden muss. Das fällt nicht einfach vom Himmel. Ich werde dir jetzt sagen, was du machen kannst, dass du es dauerhaft erhöhst und dass in dir ein Prozess stattfindet. Hat er seine Fahrradkette um seinen Hals gebunden, mehrmals drum gewickelt? Irgendwas. Er hat das ja drei, vier Mal um seinen Hals gewickelt. So wie um die Jahrhundertwende, wenn die Bilder des stärksten Bands vom Rubbelplatz gezeigt wurden. Da sahen die dann auch alle so aus. Nein, er schaut jetzt auch nicht aus, als wäre er so der Megatesto-Hengst. Gut, er hat schon eine Oberweite. Dicke Oberarme. Dicke Oberarme. Aber er wirkt jetzt auch nicht zu trocken männlich. Der wirkt eigentlich schon ein bisschen soft, obwohl er seinen Bizeps hat. Ja, er denkt jetzt auch an das Freizeitsport-Video der jungen Nationalsozialisten von vorhin. Ja, aber vielleicht sitzt er zu nah am Feuer und schmilzt ein bisschen. Der dich zum Mann macht. Nein, nur kurz gesagt, Leber kommt zwar nicht aus Dresden, aber vom selben Fluss. Nein, durch Dresden fließt ja die Elbe. Er ist eher nass-männlich. Vielleicht ist der Pferdehut. Das kann auch sein. Dass du ein Knabe bist. Was? Der dich zum Mann macht, dass du nicht mehr ein Knabe bist. Als allererstes wirst du eine Axt kaufen, wenn du keine Axt besitzt. Okay. Also, mitschreiben, Punkt 1. Axt kaufen. Ne, Axt kaufen. Dein Deutschlandhut wird nicht so klein. Wächst schon, ja. Wenn du eine Axt hast, gehst du morgens los in den Wald und schlägst 5 bis 10 Kilo Holz. Da muss man auch nur eine Waage mitnehmen. Ja, und was machst du jetzt, wenn du in der Stadt lebst, was schlägst du dann? Im Nachbarsgarten oder irgendwo. Im nächsten Baum an der Ecke schlägst du einfach um. Ja, Wald oder Forst. Also, du hakst einfach in den Baum, kannst auch in den Stadtpark gehen. Aber nur 5 bis 10 Kilo, nicht mehr. Ja, Altbau, 5. Stock, Axt kaufen wird erledigt. Als Wald nehme ich den Park. Ja, genau, gehst einfach am Spielplatz, da sind sicher Bäume oder zum Nachbar in den Garten. Genau, und kannst den Kindern gleich zeigen, was sie machen müssen, um auch, dass sie es da ruhig zu bekommen. Die Mütter werden uploadieren. Ja, so ein Baum ist teuer. Auf jeden Fall, da kannst du nicht einfach in den Wald gehen. Gut, Holz schlagen, vielleicht irgendwas, was rumliegt einfach. Na, komm. Ist es nicht verboten, einfach mit einer Axt in den Wald zu gehen? Natürlich. Als nächstes kaufst du dir Pfeile und Bogen und schießt jeden Tag einen Hasen. Den isst du dann roh. In den Wald und schlägst 5 bis 10 Kilo Holz. Ja, komm, mach mal. Lass mal richtig kommen. Die 5 bis 10 Kilo Holz nimmst du mit nach Hause und trocknest die. Ja, und dann isst du es. Das dauert aber eine ganze Weile, bis das Holz getrocknet ist, ne? Auf den Abend. Du packst dir die 5 bis 10 Kilo Holz in deinen Rucksack. Du packst den Schlafsack ein und du nimmst die Axt mit. Und dann guckst du, wo ein großer Wald ist, ein riesengroßer Wald. Und den zündest du dann an. Glaubst, denkt sich der das einfach aus? Der hat das bestimmt aus dem völkischen Beobachter. Irgendwoher gab es, glaube ich, so Testotipps aus den 30er Jahren. Ja, oder der denkt sich das einfach. Ich würde dem sogar zutrauen, dass er sich den Scheiß einfach aus der Nase zieht. Der sitzt zu Hause, tut Playstation spielen, spielt Call of Duty. Dann denkt er sich, ich müsste eigentlich wieder mal ein Video hochladen. Ich mache jetzt Testospiegel-Erhöhung. Was klingt irgendwie? Ja, Holzhacken gehen und dann trocknen und dann machst du ein schönes Waldfeuer. Was mich gerade viel mehr interessiert, ist dieses Hütchen, wo er da gerade drin sitzt. Mit diesen Verstrebungen da oben. Der Pfahl da in der Mitte scheint ja neu gemacht worden zu sein. Aber das ist ja auch eine Rune, ein Zeichen. Was bedeutet denn bitte das? Ich weiß jetzt nicht, ob die Rune, ob er das hingestellt hat oder ob es reingehört. Da ist ja auch kriegsi-kraxi. Er schaut schon verbrannt aus. Das Feuer war wahrscheinlich mal zu stark. Er scheint die Hütte abgebrannt zu haben. Er hat Feuer gespuckt, weil er ist ja auch ein germanischer Drache. Der spielt bestimmt Valheim. Ja, und Call of Duty. Und dann ärgert er sich immer, weil man nur auf die Deutschen schießen kann. Kein kleiner Pisswald, ein großer Wald. Ja. Du gehst zu diesem Wald zu Fuß hin. Ja. Du nimmst kein Handy mit. Ich mache dieses Video nur, damit ich das filmen kann und euch das zeigen kann. Normalerweise nehme ich dabei auch kein Handy mit. Ja, klar. So. Nur heute. Sonst könnte man sagen, dass er sich auf den Finger haut. Ja. Au! Au! Es geht ums Geheimnis. Oder dass er doch heimlich Vögel beobachtet. Ja. Das ist mein Ritual. Das ist erprobt. So, dann gehst du los. Und wenn du vor dem Wald stehst... Ich habe die Rune gefunden übrigens. Ist die Wolfsruhne? Nein. Sie heißt Elhatz. Ist die 15. Rune des älteren Futark und die 11. Rune des altnordischen Runenalphabets. Bedeutet Elch. Okay. Elch. So eine Tusch. Aber sehr detaillierte Anleitung und so muss ich sagen, vielleicht probiere ich es einfach mal aus. Warum nicht? So. Dann gehst du los. Und wenn du vor dem Wald stehst, wirst du eine Turisas-Rune machen. Aha. Du machst eine Turisas-Rune. Es ist übrigens die Lebensurne oder auch die Todesurne. Ja. Er ist ein Esoterik-Nazi. Aha. Da hast du schon. Und hier steht auch, es war das Zeichen des Armbands des Sanitätsdienstes der Hitlerjugend. Gut. Aber hier, jetzt geht es um diese Rune hier. Körper, Sexualorgane. Alles klar. Deshalb steigert es das Testo. Die machst du mit drei Stöckern. Die legst du auf den Boden und dann wirst du den Allvater bitten und ihm erklären, dass du jetzt wieder zurückkehren wirst zu ihm. Dass du ihm dienen wirst. Dass du ihm begegnen möchtest. Ich würde ja viel lieber ein Video sehen, wo er das auch macht. Gibt es bestimmt. Ja. Schauen wir mal. Das schickt er immer seiner Oma. Ja. Schauen wir mal. Guck mal, ich war gestern wieder im Wald. Wenn gehst du in den Wald, in den dunklen Wald, da wo ich jetzt gerade auch bin, du gehst da rein und unmittelbar werden alle Dämonen und die ganze Finsternis zu dir kommen. Du hast kein Handy dabei. Du hast die Axt dabei. Du hast deinen Schlafsack dabei. Aber er hat ein Handy dabei. Zumindest eine Handy-Kamera, ne? Ja, ja. Aber nur ausnahmsweise, weil er das Video macht. Ach so, ich verstehe. Und Strom wohl auch, ne? Ja. Das Holz will kommen. Na, Akku-Pack und so. Du hast kein Handy dabei. Du hast die Axt dabei. Du hast deinen Schlafsack dabei. Ein Stativ. Ja. Und du hast das Holz dabei. Und du gehst tief rein. Tief in den Wald. Du wirst Unbehagen spüren. Du wirst vielleicht schreien wollen. Weglaufen wollen. Der Wald wird anfangen zu morphen. Du wirst vielleicht Kreaturen sehen. Du wirst aber auch mitbekommen, dass hier andere Wesenheiten sind. Der ist schon ein bisschen ein Schisser auch, ne? Du wirst Angst haben nachts allein im Wald. Da kommen Tiere. Was soll passieren, wenn du in Deutschland in den Wald gehst, ne? Ja, es kann passieren, dass irgendein durchgeknallter Nazi daherkommt und dich absticht. Mit einer Axt. Weil er glaubt, du bist irgendein scheiß Dämon oder so. Aber was soll dir denn passieren? Wenn du in den Wald gehst, ja? Jetzt, wo die Wölfe wieder unterwegs sind, ne? Können sie dich ja auch schon verfolgen. Was wirft der, bevor er in den Wald geht? Gute Frage auch, ja. Es beginnt dann eine Schwelle. Alleine wenn ich gerade darüber rede. Ah, da antwortet ihm niemand. Weil er ist leider ganz, ganz, ganz allein im Wald. What the fuck? Was für ein geiler Typ. Jetzt weiß ich endlich, was dieses Klopfen jeder Nacht bei uns im Wald ist. ... darüber rede. Du kommst da hin zurück. Jetzt hat er aber schon ein bisschen ängstlich um sich geschaut, ne? Dass er seine Mutter eh nicht erwischt oder so. Hat er gedacht, er hat Chucky die Mörderpuppe angelockt, ja. Ich glaube, der meint es ernst, jetzt hat er sich selber Angst gemacht. War das jetzt zu viel? Habe ich irgendwas angelockt? Ja, bevor er irgendwelche Füchse anlockt oder... Stell dir vor, er hat einen berühmtigen Hirsch oder so, ne? Der glaubt, das ist ein Reh und besteigt ihn. Na, andere Hirsche, die röhren ja auch so. Dann müssen sie erstmal das Revier verteidigen. Oder so, ja. Aber er hat das Feuer! Der bewirbt sein Öl auch damit, dass es gegen Schizophrenie hilft. Ohne Scheiß jetzt, oder? Gut, okay. Vielleicht sollte man sich nicht so lustig über ihn machen. Du kommst dahin zurück, wer du bist. Du gehst mindestens intuitiv so lange rein, bis du nass geschwitzt bist. Und dich verlaufen hast. Okay, also... Ich hab mich verlaufen. Nass schwitzen und verlaufen. Ohne Scheiß, schreibt Kuhlengrenner. Aber ich hab immer noch das Holz hinten im Rucksack, ne? Und die Axt dabei. Na klar, du schleppst das mit, das ist schwer. Man hat sich nicht mal diese Rune gelegt, ne? Ja. Sagt, bitte, ich will zurück. Genau, Dämonen jagen dich, du schwitzt. Dann läufst du weinend durch den Wald und hast Angst und willst eigentlich nach Hause. Aber das geht nicht. Ne, ne. Aber jetzt kommt noch was. Du musst ja noch irgendwas anzünden. Aber es geht ja nur darum, Testosteron zu bekommen, oder? Ja, du hast das. Aber er schaut jetzt nicht voll geschwitzt aus. Oder er sitzt schon lange am Feuer. Dort wirst du dein Lager aufschlagen. Du machst so wie ich Feuer. Der hat ja genau gewusst, wo er hingeht. Das ist ja nicht verlaufen. Das ist ja nicht mitten im Wald. Beginnst du ein Ritual mit dem Feuer. Du wirst in das Feuer reingucken. Das ist ein sehr spiritueller Prozess, der da stattfindet. Ich will ja auch nicht viel zu viel jetzt davor wegnehmen. Das ist immer so kurz. Hängt das Bild? Oder was ist jetzt los? Nö. Du wirst da übernachten in der Dunkelheit. Du wirst Tiere haben. Du wirst dich deinen Ängsten stellen. Du wirst dich der Finsternis stellen. Der wohnt in der gleichen Stadt wie ich. Schreibgrüngräber. Frage mal, ob er bereit wäre für ein Gespräch. Ich würde gerne ein bisschen plaudern mit dem. Der hat sicher interessante Sachen zu erzählen. Und du wirst wahrscheinlich in Kontakt mit den Göttern kommen. Diese ganze Nummer machst du dreimal in der Woche. Dreimal. Das heißt, man macht das im Urlaub. Oder wenn du Harzer bist oder so. Oder Bürgergeld, wie man sagt. Aber gut, wenn dir Testo wichtig ist, dann machst du es. Du könntest auch ganz leicht aus dem Tag nett bestellen. Dreimal 10 Kilo Holz mitten im Waldfeuer machen. Immer gute Idee. Also ich provozei mal so großes Waldsterben in Deutschland in den nächsten Jahren. Also dann hat man 15 Kilo oder 30 Kilo Holz plötzlich. So dreimal in der Woche. Dann wird sich dein Testosteron erhöhen. Also mit dem hätte ich nicht gerechnet. Also wir haben ja überlegt am Anfang so, was ist es, was das Testo, was wird er sagen. Aber das hätte ich nicht gedacht. Das ist schon überraschend. Ich möchte nicht sagen kreativ, aber unvorhersehbar gewesen. Das ist aber auch eine schöne Freizeitgestaltung. Also wenn er die Natur mag und er kann auch Holz machen, dann fühlt er sich männlich, archaisch, nachts alleine im Wald in dieser Gartenhütte, in der er da wahrscheinlich gerade haust. Ja, ich kenne den nicht, aber mein türkischer Nachbar weiß, wo der seinen Proberaum hat. Okay, what the fuck. Einen Proberaum? Ja, der ist ja Musiker. Ah. Dann wird sich dein Testosteron erhöhen. Ich bin gekommen, um ihr zu sehen, um euch aus dem Todesschlaf zu weissen. Ich bin gekommen, um zu beschwören. All die Königenschaft, die auf uns schlafen. Was ist die nicht-Softe? Ja. What the fuck? Bist du deppert? Wotanismus, okay. Wokismus wird abgelöst von Wotanismus. Kostenlöse Methode zur Krebs- und Stressauflösung. Da musst du wahrscheinlich auch wieder Holz schlagen. Welche Wege haben wir germanischen Männer während Agenda 2030? Wie löst du als Mann all deine Probleme? Cool. Was bedeutet Mut? Germanische Heide zerschlägt gesellschaftliche Lügen. Die drei archaischen Aufgaben des Mannes. Vegane Germanen. Testo Rage. Vaterlandsverräter, vegane Germanen. Ich glaube, er mag keine veganen Germanen, oder? Nee. Oder ist das so eine Nische, die er vielleicht doch akzeptiert? Nein, es gibt einen veganen Germanen. Aber schauen wir kurz rein. Testo Rage. Frischfleisch. Blutig und roh. Aber er hat nicht mal mehr eine Band. Niemand will mehr mit ihm spielen. Die sind alle im Wald und müssen das Testo aufladen. Ja. Alle Weiner sind hier. Gib mir deine Macht. Herzlich Willkommen zu Poppa TV. Bevor mein beruhend berüchtigter. Ah, da kannst du Wildtierleber roh gedörrt kaufen bei ihm. Also Beef Jerky. Testo Rage gleich beginnt. Eine kurze Aufmerksamkeit. Und zwar kann ich mit Stolz verkünden, dass er Anfang des Jahres in meinem Stamm... Der verkauft echt zu Supplements. Aber jetzt schauen wir uns seinen Testo Rage an. Ist er Beifahrer oder fährt der? Das kann ein Spiegel verkehrt sein. Lass mal laufen. Dann können wir das vielleicht herausfinden. Räuner Winkler. Bist du Bescheid? Gut, viel Spaß mit meinem Testo Rage. Das geht jetzt mal raus an diese ganzen Pseudo-Germanen. Diese ganzen verweichlichten Schwuchteln, die das Land verlassen und hier die Heimat zurücklassen. Ja, ich habe auch mal erzählt, oh, wenn die Krise kommt oder so geht... Er ist ein Beifahrer. Ist er Beifahrer? Bist sicher? Ich bin aber nicht gegangen. Und ich werde nicht gehen. Ich bin in Germanien geboren. Ich werde in Germanien... Er schaut aber schon immer wieder auch raus. Aber die Handhaltung ist schon ein bisschen so... Er kann auch die Kamera halten. Aber ich glaube, es ist gespiegelt. Ja, ja, es ist gespiegelt. Ja, aber es ist gespiegelt. Andere Seite fährt doch Verkehr. Aber eigentlich müsste er hier... Der müsste da überholen. Und er müsste da sitzen. Also es ist gespiegelt. Also fährt er doch? Der fährt, ja. Alter. Das ist sehr, sehr, sehr gefährlich. Ich würde es auch sehr gut finden, wenn die Polizei ihn anhalten würde. Was machen sie denn da mit der Axt? Und die sind hier im Holz im Wald. Und 10 Kilo Holz. Ist das ein toter Hirsch? Wo ist die Leber? Ja. Was ist dieses Reh da hinten? Ich sterbe. Ja, unter dem Plan im Hintergrund. Ja, wir können nur Mutmaß so genau. Aber genau, mit genug Testo kein Problem. Ich schwuchtel daran, dass du das Vaterland zurücklässt. Scheißegal, was da wie ist. Nur im Falle, wenn die Knarre an deinem Kopf ist. Wenn du weißt, du bring dich jetzt um, dann kannst du abhauen. Aber der Fall ist noch nicht. Also. Hört ja niemals jemandem zu, der im Ausland sitzt und dir was von Germanien erzählt. Scheiß auf diesen Verräter. Das sind Dreckschweine. Wahrscheinlich fressen auch noch Pflanzen den ganzen Tag. Diese Verlierer. Diese Nichtsnutze. Und weißt du, was er macht? Diese germanischen Pflanzenfresser, die im Ausland sitzen, weißt du, was sie auch machen? Mit ihren großen Salatgurken und ihren Möhren? Lassen sich von ihrer Ehefrau hinten den Arsch penetrieren. Also damit habe ich nicht gerechnet. Und das ist ja wirklich geil. Von wem redet er denn jetzt? Der überrascht mich schon immer wieder, muss ich sagen. Muss man diesen Hut absetzen. Der kommt gerade sehr doof. Ich sage nur eins. Wer, gibt es irgendeinen deutschen Nationalen, der auf so Strap-on-Spieles steht? Und Rohkost. Diese germanischen Pflanzenfresser, die im Ausland sitzen, weißt du, was sie auch machen? Mit ihren großen Salatgurken und ihren Möhren? Lassen sich von ihrer Ehefrau hinten den Arsch penetrieren. Das lasst du nicht machen. Wenn ihr diese Fotzen seht. Wer weiß ja das. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es irgendwelche Insider in dem... Oder es ist pures Wunschdenken. Das könnte ja auch sein. Ja. Ja, what the fuck. Dann ist da eins. Der sitzt da abends mit der dicken Schlangengurke, kommt die alte an und kippt ihm richtig in den Anus. Das ist ein veganer Germane. Jetzt freit er sich. Nee. Das ist schon ein schöner Debil-Grinser. In welchem Ausland leben die? Der hat so Dokumentationen gesehen. What the fuck. Was ist denn das für ein geiler Typ? Aber wie er sich jetzt freut. In Donnitz gab es tatsächlich den russischen Nationalistenführer, der solche Vorlieben hatte. Er hat das natürlich auch gehört. Ja. Wie ihn das in den Arsch bringt. Der hat ein bisschen recherchiert. Ja. Das ist ein veganer Germane. Eine der größten Verarschungen, ja. Wie man nicht richtig verarscht ist, dass man dir erzählt, dass es sowas wie Nahrungsmittelunverträglichkeiten gibt, ja. Es gibt keine Nahrungsmittelunverträglichkeiten, ja. Ganz einfach. Wenn du kein Soja verträgst, wenn du kein Gluten verträgst, wenn du keine Milchprodukte oder sowas verträgst, ja, was hat das damit zu tun? Das ist ganz einfach. Guck mal in den germanischen Wald. Was ist denn da? Da sind Wildschweine, Hirsche, Rehe. Das frisst du. Zeig mir mal, wo liegt das Brot? Wo liegt das Soja? Wo liegen da die Milchprodukte rum? Zeig mir mal, wo ist das? Das Obst ist nur im Juli und im August da, ja. Ja, keine Worte. Das ist halt so. Ja, er ist auf jeden Fall gebildet. Er kennt sich aus, so, ne. Deshalb war es ja auch Jäger und Sammler als Nomaden, ne. Aber er trinkt schon Bier, ne, was ja auch aus Getreide gemacht wird, nehme ich doch mal an, ne. Das ist ja auch, okay. Der ist nicht mal angeschnallt, ne. Ich meine, ja, ist klar, anschnallen ist für Schwächlinge. Ein richtiger Testogermane. Ja, das gibt ihm das Adrenalin und das Testosteron zurück. Der schnallt sich auch nicht an. Ja, und er hat seine scharfe Axt zwischen den Beinen eingeklemmt. Der sagt, siehe, wenn du dich anschnallst, bist du schwul, ne. Ja. Klar, ja. Ansonsten ist er nur Fleisch. Friss Fleisch, du dumme Sau. Nahrungs- und Mittelverträglichkeiten bedeutet, du bist dafür genetisch nicht gemacht, biologisch das zu fressen. Man verarscht dich. Und natürlich kannst du dir jetzt denken, ja, was labert dieser Typ mich an? Was macht er mich so an? Oh, ich bin so ein Gefühlsmensch. Wie kann er das tun? Mir doch scheißegal. Sein Auto ist sicher auch, ja. Sein Auto ist sicher auch im germanischen Wald gewachsen, ja. Warte, das ist schon ein geiler Typ, oder? Das Ding ist halt, der meint das ernst, ne. Das ist halt so. Du musst das mit voller Überzeugung machen. So gute Schauspieler gibt es dann auch nicht auf der Welt. Das ist halt so das Ding. Der meint das halt einfach nicht. Hier, Anzeige ist raus, genau. Viel zu schnell, unangeschnallt und nicht fokussiert auf den Straßenverkehr. Der meint es halt wirklich todernst, ja. Und eine scharfe Axt im Kofferraum. Wenn du die Natur ignorierst, dann fick die die... Kommt aber nicht so wirklich rüber. Natürlich kommt er komplett lost und so rüber. Aber er meint es schon. Er meint es schon ernst, ja. Also natürlich ist es komplett debil. Wir sollten uns mal ein paar Kommentare drunter an... Machen wir gleich, machen wir gleich. ...was die Leute dazu schreiben, ja. ...dich richtig hart von hinten ohne Gummi, ohne alles und die knallt da immer wieder Riss. Dann fickt... Wie kann er das tun? Mir doch scheißegal. Wenn du die Natur ignorierst, dann fickt die dich richtig hart von hinten ohne Gummi, ohne alles und die knallt da immer wieder rein, ja. Und gibt dir Krankheiten ohne Ende, du dumme Sau. Ein Gespräch er und Leona-Flocken würde mir gefallen, ja. Aber glaub mal weiter, diesen ganzen dummen Spinner, diesen ganzen Propagandaminister deiner Regierung und diesem ganzen Dreckscheißladen, der sagt, oh ja, friss mal schön Oatmeal, also Haferflocken und friss mal schön das ganze Zeug, was dir den Darm aufreißt, ja. Friss mal schön irgendwelche Erbsen, friss mal schön irgendein Gemüse und so. Ballaststoffe, die schön Ballast sind für dich. Du friss mal schön irgendein Gemüse und so. Der hat Ballaststoffe, die schön Ballast sind für dich. Was ein Bullshit. Da ist mir die Axt runtergefallen. Guck mal, wie die Axt. Lieber im Wald gut zu vögeln sein, das ist viel besser, ja. Scheibenwischer, ach ja. Kaputter Scheibenwischer, ne. Da regnet es, also es ist noch eine erhöhte Gefahr im Straßenverkehr und trotzdem nicht angestellt. Ja, ja, abgenutzter Scheibenwischer, ja. Ja, weil die Axt da vorne nämlich eingeklemmt ist, ne. Oder ein germanischer Furz, wie Ralf schreibt. Oder den Hirsch hat da vorne auf der Krüderhaube. Oder irgendein Reh oder irgendein Tier, im besten Fall, was da hinten noch zappelt. Oder er hat das Feuer vorne in seinem Motorraum angezündet, ne. Zu makaber wollen wir nicht werden. Nein. Ballaststoffe, die schön Ballast sind für dich. Was ein Bullshit. Also, merk dir eins. Entweder hörst du so einen Typen wie mir zu, dann geht es richtig nach vorne, ja. Dann lauft deine Hormone, dann kommt die Power wieder. Oder bist du eine dumme Sau und wirst krank. Wirst gefickt, immer ein Arsch hinten rein. Das ist krass. Also, das hat ihn so. Er hat es aber auch mit dem Arsch fickt. Schon, na. Guck mal, er denkt jetzt gerade an. Wir haben sechs Minuten, zehn. Angefangen haben wir bei drei, bei drei, zehn. Drei Minuten. In drei Minuten redet er, die Natur fickt dich ohne Gummi, hinten rein ein paar Mal. Die veganen Germanen werden von ihren Frauen hart penetriert. Aber auch hinten rein. Auch hinten rein. Du bist ein Arschficker, wenn du das glaubst, was die Leute erzählen. So. Also, das beschäftigt ihn schon sehr hart, ne. Hm. Da müsste man mal in die Tiefenpsychologie gehen. Nö. Es gibt für dich sogenannte Mindestanforderungen. Damit das bei dir richtig läuft, im Gehirn von den... Ja, Mindestanforderungen. Wo hast du den gefunden? Ich glaube, David hat mir den mal geschickt. Bin mir nicht sicher, ne. David Silberbeutel, oder? Du warst das. Vielleicht sollte er mal eine Therapie machen. Wäre eine Möglichkeit. Aber nur mit einem germanischen Gott. Ne, Therapie. Sigmund Freud. Jude, kennst dich schon aus. Volkszursetzung. Oh, oh, oh. Was Sigmund Freud immer davon erzählt, wenn du so oft über das Arsch ficken willst, ne. Ja, ja. Darüber möchten wir jetzt gar nicht nachdenken. Ja. Als ich noch DMs schicken konnte. Also, wieso kannst du das nicht mehr? Hormon bei den Nerven. Damit das bei dir richtig läuft, im Gehirn von den Hormon bei den Nerven. Ja. Post. Und warte, da steht was dabei. Schauen wir kurz mal. Danke für die 15 Bits. Schöne Grüße aus Malle. Schöne Grüße nach Malle zurück. Sommer, Sonne, Strand und mit der Axt über den Strand gelaufen. Um Holz zu hacken. Bei ihm läuft es richtig gut im Gehirn. Ja. True Story. Bei allen Prozessen, Stoffwechsel etc. Ja, ja, ich hatte den schon mal gezeigt. Ist schon länger her. Aber er hat sich gut weiterentwickelt. Der liefert auch alleine durch den Wald. Der liefert durch den Wald und hat auch so irgendwie ganz schräge Geschichten erzählt. Und diese Stoffe nennt man unter anderem Vitamine und Mineralien. Da gibt es einmal wasserlösliche. Dazu zählen die B-Vitamine. Das ist eine dicke, lange Gruppe. Die zähle ich nicht auf. Ja, von B1, Thiamin bis hinten. Sogar Orotsäure, das ist B13. Bis hinten. Hat schon wieder von hinten gesprochen. Ja, ja. Eger, keiner. Also nehmen wir Methylcobalamin. Das ist B12. Oder nehmen wir mal B4. Cholin redet auch keiner drüber. Ja, das sind wasserlösliche. Haben wir noch die Ascorbinsäure, das ist wasserlöslich. So. Das kriegst du primär aus Innereien. Tierinnereien. Ja. Und jetzt kommen wir noch mal zu ganz anderen wichtigen, die Aktivatoren sind, die Hormone sind. Und das ist Vitamin A, D, K, E, F. Glaubst, frisst der wirklich die ganze Zeit? Ist das vielleicht schon wegen seiner Mangelernährung? Mähd. Na, der frisst ja rohes Fleisch hauptsächlich. Aber das kann sein, dass der deshalb schon wahnsinnig ist, weil er so eine krasse Mangelernährung schiebt. Die sind nur an Fett... Aber du hast die nicht verstanden, oder? Nee. Das ist keine Mangelernährung. Ja. Nur so kommst du mit den germanischen Göttern in Einklang. Testo steigt auf jeden Fall. Nur so zeigt den Städten... Nur so hast du keine Angst nachts allein im Wald. What the fuck? Fettsäuren gebunden an tierischen Fettsäuren. Und die kriegst du auch nur über tierische Fettsäuren. Dieser ganze Schwachsinn mit Gemüse und Früchten und so, dass da groß Vitamine drin sind, ist totaler Bullshit, ist Propaganda, da läuft gar nichts. Lass dich doch nicht verarschen. Aber wenn du sagst, rohes Fleisch essen, so rohe Innerein und so... Das geht aber wieder schneller. Ja, was war da jetzt? Das ist gar nicht lecker. Geschmack ist fake, ist Verarschung. Du wurdest dein ganzes Leben lang manipuliert. Mit Geschmack, mit Geschmack... Oh, der würde jetzt aber auch liebsten gerne eine Milchschnitte essen, oder? Ja, ja, what the fuck? What the fuck? Du magst Zusatzstoffen mit Geschmacksverstärkern und allen, damit du ein abgerichteter, kleiner, dummer Sklave bist, der immer nur, mh, das muss lecker sein, lecker sein. Du frisst jetzt drei Tage nix, dass du mal richtig hungerst. Und dann holst du dir ein dickes, fettes Stück Fleisch mit Knochen und alles. Und ich sag dir, du hast so ein Kohlamm, du frisst das da so runter, lass deinen Instinkt immer kommen. Komm mal, lass mal kommen, hör mal. Und dann hinten rein. Bist du deppert? Mann, was sollst du sagen? Okay, warte, was schreibt er hier? Es kam bisher tatsächlich vor, dass ich im Supermarkt, auf der Straße oder bei gewissen Veranstaltungen von fremden Menschen darauf angesprochen wurde, das man kennen würde, wegen eines veganen Germane, der seit Jahren gegen mich und andere Fleischhesser hetzt. Ich hab mir gedacht, dass es gut wäre, euch mal zu erklären, was ein veganer Germane ist. Natürlich immer im politischen, inkorrekten Barbarenstil, im Test-A-Wage. Mensch, da ich davon ausgehe, dass dieser auch dieses Video benutzt, weil er ja selbst nichts zu bieten hat, kläre ich auch einige seiner Anhänger mal direkt auf, was passiert, wenn man die Nahrungsgesetze ignoriert. Naturgesetze. Naturgesetze, viel Spaß. Ja, es riecht nach Mettwurst. Er ist ein Riecht nach Mettwurst auf dem Klo. Schon lange nicht mehr so viel Scheiße gehört wie in diesem Video. Stabiles Video. Aber hier, da gibt's einen Kommentar unter stabiles Video. Verkauf mir was alles. Danke dir, mein Freund. Muss auch mal da drüben besuchen, dich und Wakura. Aha. Wer ist das denn? Verborgene Merkmale, pure Männlichkeit. What the fuck? Wir sind in eine Mine. Du hast in ein Wespennest gestochen. Die Heilung der männlichen Sexualität. Dubai ist nur Ablenkung. Gold für die Zukunft. Sexgewohnheiten zur maskulinen Schöpferkraft. Wow. Ein Eldorado. Wir haben eine Goldmine entdeckt. Verborgene, äh, warte kurz mal. Die verborgenen Anzeichen purer Männlichkeit. Mein Lieber, ich bitte dich jetzt wirklich aufmerksam zuzuhören, denn in diesem Video werde ich... Don Matteo. Aha, aha, aha. Hat auch eine Katze. 92 Follower. Matthias aus Essen. Ha, 92 Follower. Was für ein schwacher Mann. Guck doch mal, wem er... Peter Mann. Guck doch mal, wem er alles folgt. Dirk Pages Fotografie. Man's Academy of Primal Power. Fuck, was ist das? Oh Gott. Schwitzhütte. Lecken. So geht es richtig. Vorbereitung. Der weibliche Körper muss ausreichend erregt sein. Warte. Oh. Ne. Ich meine, damit hätte ich nicht gerechnet, muss ich sagen, dass man bei so Typen eine Anleitung für Cunnilingus findet. Überrascht mich eigentlich positiv, ne. Mit wachsender Erregung sammelt sich Blut in der Klitoris, die das Schwellkörper-Gegenstück zum Penis ist. Erst dann werden Berührungen dort den gewünschten Effekt haben. Stell also sicher, dass sie bereit ist. Beschäftige dich mit ihrem restlichen Körper. Mache Komplimente und sorg dafür, dass sie sich entspannen kann. Warte, warte, warte. Das ist ja ein Buch, was der da schreibt. Herr Lohn. Feuerwerk. Wenn du merkst, dass sie mitteilt, dass sie kurz davor ist zu kommen, verändere nichts. Werd auf keinen Fall schneller oder intensiver, selbst wenn es doch noch einen Moment dauert, bis sie kommt. Damit das möglich ist, ist es ganz wichtig, dass du ihr weder zeitlich noch emotionalen Druck machst, einen Orgasmus zu haben. Finde ich aber korrekt, dass er schreibt, dass du eigentlich auch auf eine freie Frau und ihre Empfindungen und so eingehst. Wenn sie spürt, dass du das unbedingt erreichen willst, wird sie angespannt und kann kaum eventuell gerade deswegen nicht kommen. Nimm also den Fokus weg vom Orgasmus. Wenn es doch passiert, hör nicht direkt auf. Sei ganz zärtlich und verlangsame deine Aktionen. Du weißt ja, multiple Orgasmen sind möglich. Denk immer daran, jede Frau ist einzigartig und keine gleich. Findet heraus, was ihr gefällt. Vielen Spaß beim Ausprobieren. Öffnet eure Herzen und herzt eure Öffnungen. Du bist kein Tipps beim Leistungsdruck. Okay, muss ich sagen, hat mich überrascht. Hat mich positiv überrascht sogar. Dann folgt dem doch. So, jetzt schauen wir da nochmal kurz rein. Verborgene Merkmale purer Männlichkeit. Ich dir ein paar Eigenschaften nennen, die darüber Aussage geben, wie maskulin du bist. Aber weil diese nicht so offensichtlich sind, wie manch andere, bitte ich dich jetzt eben, die Ohren zu spitzen und aufmerksam zuzuhören. Ja, danke genug. Das speichere ich mir ab. Da schaue ich mal für Recherchezwecke genauer rein. Das wird schön. Kommt ein bisschen zu fad. Dieser vegane Carnivore, der kommt halt ein bisschen wilder rüber. Inneres Kind, spiritueller Unfug. Na gut. Da ist die Red Pill. Darum bin ich nicht mehr vegan. Schauen wir mal hier noch. Was gibt es noch? Stabile Verkauf mir was. Glaube alles. Ist es deiner Meinung nach in Ordnung, wenn man da in Österreich zieht? Ja, super. Drei Likes. Sehr schön. Immer alles rauslassen. Klar und unmissverständlich. In einer femininen, kastrierten Welt, die aus Fake und Illusion besteht, schlägt das direkt frei Wort wie der Hammerthorst durch den Schädel der Midgard-Schlange. Weißt du, ob man ohne Blinddarm rohes Fleisch verträgt? Blinddarm ist die Bakterienbibliothek des Körpers. Rohes Fleisch kann man sogar ohne Magen essen. Aber Hitler selbst war doch vegan, ne? Vegetarier. Ja, ja. Und Goebbels hat ja nicht eigentlich auch kein Fleisch gegessen. Das weiß ich leider nicht. Was für ein geiler Typ. Aber hat der kein Social Media? Nein! Telegram hat er, ne? Telegram hat er, aber sonst? Bereicherung meines Tages. Hail Odin! Super. Einfach großartig. Und auf den Punkt. Naja. Es lebt der Olle Roller. Moin, moin. Was kann man eigentlich für so einen Roller verlangen? Hier, keine Ahnung. Polini, Maserati, wohl egal, sagen wir mal Lossi. Der Arslag. Ups, nur mal ein Stück, mal weghalten. Zum Glück. Keiner. Gleich, 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 gleich melden, ne? Eigentlich ist immer gut. Okay. Interessant. Ja, das sammelt sich so allerhand, ne? Spannend. Herr Lebeck, wir haben noch ein Gedicht mitgebracht. Aha. Ja. Und zwar, oh, was habe ich denn jetzt? Ich habe was falsch kopiert. Nein, lese einfach nur die ersten zwei. Herr Lebeck liest noch ein Gedicht abschließend für diese Menschen, die wir uns gerade zu Gemüte geführt haben. Ich glaube, der Text kommt euch bekannt vor. Ja. Du bist wirklich saudumm. Darum geht's dir gut. Hass ist deine Attitüde. Ständig kocht dein Blut. Alles muss man dir erklären, weil du wirklich gar nichts weißt. Löstwahrscheinlich nicht einmal, was Attitüde heißt. Deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Deine Springerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu artikulieren. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Oh, ho, 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 ho. Arschloch. Ja. What the fuck? Ja. What the fuck? Wilder Ritt. Mir fällt gerade ein, dass ich auch ein braunes T-Shirt an habe. Ja. Passt. War stimmig. Stimmig. Na, Deutschlandhut. Hattest du auch schon auf. Und braune Getränke trinken. Braune Getränke. Hat doch alles wunderbar zusammengepasst so. Ja. What the fuck? Das Neueste von den Ärzten ist sehr gut. Muss ich mal reinhören. Ja. Bin noch nicht dazugekommen. Demokratie. Hab schon mitbekommen, dass es das gibt. Na gut. Lassen wir es für heute gut sein. Ja, es hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht heute. Es waren nur blöde Themen. Nazis, Manker. Ja, scheiße, sind wir schon wieder runter. Na gut. Das machen wir dann die nächsten Tage wieder voll. Besten Dank fürs Zuschauen. Naja, und du hast ein AfD-Blaues vom Baba steht da auch gerade. Ja. Der Pulli hier, ne? Mhm. Besten Dank fürs Zuschauen. Besten Dank für den bombastischen Support heute. Dankeschön. Danke, danke für die rege Teilhabe im Chat. Bleibt es noch dran. Ich werde noch irgendwo hinraden. Hurra. Hurra. Lasst einen Follow da. Und so freut man sich auf jeden Fall. Ob ich morgen online bin, weiß ich nicht so. Ich habe Programm. Aber wahrscheinlich, also sagen wir mal so, ich weiß es noch nicht. Mittwoch bin ich wieder da. Da gibt es eine Diskussion mit Wetzold. Wetzold und ich, Wetzold ist jetzt auch ein Experte in Sachen Wokeness. Und ich bin ja immer wieder interessiert mit Experten in Sachen Wokeness zu sprechen. Und Wetzold und ich werden am Mittwoch eine Debatte, Schrägstrich Gespräch über Wokeness führen. Und Donnerstag, Freitag gibt es auch irgendwas, ne? Juhu. Und unsere Würstelstand-Tour machen wir nächste Woche. Juhu. Juhu. Gut. Also, danke fürs Zuschauen. Danke für den bombastischen Support. Danke für die rege Teilhabe im Chat. Danke euch Mods fürs Modden. Und wir sehen uns wieder, wenn es heißt Bakuka. Ich verabschiede mich von euch mit einem zünftigen Habe die Ehre und Bussi Baba aus Wien. Wir lieben uns alle. Ja. Wir lieben uns alle. Ein schöner Nacht, Lissabater, mit dir. Abend, was auch immer. So, schauen wir mal. Was noch so los ist auf Twitch. Wer noch so online ist. Ich werde den Benstini rate. Der hat am wenigen, am wenigen, wenigen Zuschauer raten wir rein. Bei Benstini. Gebt ihm einen Follow. Der freut sich sicher. Rate wird gestartet. Liebe Grüße, ausrichten. Und das war's. Danke fürs dabei sein. Und habe die Ehre. Bussi Baba. Mua. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018